John Grisham, Das Urteil Gelesen von Charles Brauer Ulstein Hörverlag, 2003 Das Gesicht von Niklas Easter war durch ein mit schlanken, schnurlosen Telefonen gefülltes Schauregal halbwegs verdeckt. Und er schaute nicht direkt in die versteckte Kamera, sondern eher nach links. Vielleicht zu einem Kunden oder vielleicht auch zu einem Tisch, an dem eine Gruppe von Jugendlichen bei den neuesten Computerspielen herumlungerte. Obwohl aus einer Entfernung von 40 Metern von einem Mann aufgenommen, der ziemlich stark im Fußgängerverkehr im Einkaufszentrum ausweichen musste, war das Foto klar und zeigte ein nettes Gesicht. Glatt rasiert, mit kraftvollen Zügen und jungenhaft gut aussehend. Easter war 27. So viel wussten sie bestimmt. Keine Brille, kein Nasenring oder irrer Haarschnitt. Keinerlei Hinweis darauf, dass er einer der üblichen Computerfreaks war, die für einen Fünfer die Stunde in dem Laden arbeiteten. In seinem Fragebogen stand, dass er seit vier Monaten dort war und außerdem stand darin, er sei Teilzeitstudent. Aber sie hatten an keinem einzigen College im Umkreis von 300 Meilen irgendwelche Immatrikulationsunterlagen gefunden. In diesem Punkt hatte er gelogen. Da waren sie ganz sicher. Er musste gelogen haben. Ihre Recherchiermethoden waren zu perfekt. Wenn der junge Student wäre, dann wüssten sie auch wo, seit wann, welches Studienfach, wie gut seine Noten waren oder wie schlecht, sie wüssten es. Er war Verkäufer in einem Computerladen in einem Einkaufszentrum. Nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht hatte er vor, sich irgendwo immatrikulieren zu lassen. Vielleicht hatte er sein Studium auch abgebrochen und bezeichnete sich trotzdem noch gern als Teilzeitstudent. Möglicherweise fühlte er sich damit besser. So, als hätte er ein Ziel vor Augen oder es hörte sich einfach gut an. Auf jeden Fall war er kein Student. Weder jetzt noch irgendwann in der jüngsten Vergangenheit gewesen. Also, konnte man ihm trauen? Zweimal war diese Frage bereits hier im Zimmer durchdiskutiert worden. Jedes Mal, wenn sie auf der Liste auf seinen Namen stießen und sein Gesicht auf der Leinwand erschienen. Sie waren so gut wie entschlossen, das Ganze als harmlose Lüge zu betrachten. Er rauchte nicht. Im Laden herrschte striktes Rauchverbot, aber er war gesehen, nicht fotografiert worden, wie er im Footgarden ein Taco aß, zusammen mit einer Kollegin, die zu ihrer Limonade zwei Zigaretten rauchte. Der Rauch schien Easter nicht zu stören. Zumindest war er kein fanatischer Antiraucher. Einen Tag, nachdem das Foto aufgenommen worden war, betrat eine attraktive junge Frau in Jeans den Laden und zündete sich, während sie sich die Software anschaute, eine Zigarette an. Zufällig war Nikolaus Easter der ihr am nächsten stehende Verkäufer. Er trat höflich auf die Frau zu und bat sie, ihre Zigarette auszumachen. Sie gab sich verärgert, ja beleidigt, und versuchte ihn zu provozieren. Er blieb dennoch zuvorkommend und erklärte ihr nur, dass in dem Laden ein striktes Rauchverbot herrsche. Es stünde ihr frei, woanders zu rauchen. »Stört es Sie, wenn geraucht wird?«, hatte sie gefragt und einen Zug getan. »Eigentlich nicht«, hatte er erwidert. »Aber es stört den Mann, dem dieser Laden hier gehört.« Niklas holte eine leere Cola-Dose unter dem Tresen hervor, nahm ihr die Zigarette ab und drückte sie aus. Sie unterhielten sich 20 Minuten über Radios. Sie flirtete schamlos. Und er nützte die Chance. Nachdem sie das Radio bezahlt hatte, gab sie ihm ihre Telefonnummer. Er versprach, sie anzurufen. Die Episode wurde von einem kleinen, in ihrer Handtasche versteckten Rekorder aufgezeichnet. Das Band war zweimal abgespielt worden, während die Anwälte und ihre Experten sein auf die Leinwand projiziertes Gesicht studierten. Ihr schriftlicher Bericht über das Zusammentreffen lag in der Akte. Sechs maschinengeschriebene Seiten mit ihren Beobachtungen über alles, von seinen Schuhen, alten Nikes, über seinen Atem, Zimtkaugummi und sein Vokabular, College-Niveau, bis hin zu der Art, wie er mit der Zigarette umging. Sie lauschten seiner angenehmen Stimme mit dem professionellen Verkäufertonfall und seinem netten Geplauder. Und sie mochten ihn. Er war intelligent und kein absoluter Tabakhasser, nicht gerade ihr Modell geschworener, aber eindeutig jemand, den man im Auge behalten musste. Das Problem mit Easter, Anwärter auf das Amt eines Geschworenen Nummer 56, war, dass sie so wenig über ihn wussten. Wie es schien, war er vor weniger als einem Jahr an der Golfküste gelandet und sie hatten keine Ahnung, wo er herkam. Seine Vergangenheit lag vollkommen im Dunkeln. Kurz nachdem Mississippi das Glücksspiel legalisiert hatte, waren über Nacht an der Küste ein Dutzend Casinos aus dem Boden geschossen und hatten einen heftigen Konjunkturaufschwung ausgelöst. Jobsucher kamen aus allen Richtungen und so konnte man mit einiger Gewissheit annehmen, dass Niklas Easter aus denselben Gründen nach Biloxi gekommen war, wie 10.000 andere Leute auch. Das einzig Merkwürdige daran war, dass er sich so schnell in die Wählerliste hatte eintragen lassen. Der Mann, der den Projektor bediente und den größten Teil des Redens besorgte, war Karl Nussman, ein Anwalt aus Chicago, der seine eigene Juryberaterfirma leitete. Für ein kleines Vermögen konnten Karl Nussman und seine Leute jedem die richtige Jury zusammenstellen. Sie sammelten Material, machten Fotos, zeichneten Stimmen auf, ließen genau im richtigen Moment Blondinen in engen Jeans aufmarschieren. Karl und seine Mitarbeiter umschifften sämtliche Klippen von Gesetz und Ethik, aber man konnte ihnen nichts Ungesetzliches nachweisen. Schließlich war nichts Illegales oder Unethisches am Fotografieren von potenziellen Geschworenen. Sie hatten vor sechs Monaten, dann nochmal vor zwei Monaten und vor einem Monat wieder erschöpfende Telefonumfragen in Harrison County durchgeführt, um herauszufinden, wie man dort über das Thema Tabak dachte und um danach Modelle der perfekten Geschworenen auszuarbeiten. Sie ließen kein Foto unaufgenommen, keine schmutzige Wäsche unberührt. Über jeden potenziellen Geschworenen hatten sie eine eigene Akte. Karl drückte auf einen Knopf und ein nichtssagendes Foto von einem Mietshaus mit abblätternder Farbe erschien. Dann ein Klick und wieder zurück zu seinem Gesicht. Ein halbes Dutzend Anwälte in zerknitterten Hemden und mit aufgerollten Ärmeln kritzelte endlose Notizen. Alle möglichen Jury-Experten, Psychiater, Soziologen, Schriftanalytiker, Juraprofessoren und so weiter hantierten mit Papieren und daumendicken Computerausdrucken. Sie waren nicht sicher, was sie mit Easter anfangen sollten. Er war ein Lügner und er verbarg seine Vergangenheit. Aber er sah trotzdem okay aus. Vielleicht luk er ja auch nicht. Vielleicht war er im vergangenen Jahr Student an irgendeinem billigen Junior College im Osten von Arizona gewesen und vielleicht war ihnen das einfach entgangen. Karl räusperte sich und sagte, Nummer 57. Das verschwitzte Gesicht einer jungen Mutter erschien auf der Leinwand und mindestens zwei Leute im Zimmer brachten ein Kichern zustande. Tracy Wilkes, sagte Karl, als wäre Tracy eine alte Freundin. Alter 33, verheiratet, Mutter von zwei Kindern, Arztfrau, Mitglied in zwei Country und zwei Fitnessclubs, einer ganzen Latte von Vereinen. Karl rasselte diese Informationen aus dem Gedächtnis herunter, während er seinen Projektor bediente. An die Stelle von Tracys rotem Gesicht trat ein Schnappschuss, auf dem sie einen Gehsteig entlang joggte, schweißglänzend in einem rosa und schwarzen Spandex-Anzug. Karl zeigte die Aufnahmen vom Haus der Wilkes, eine große Vorstadtvilla, die überall den Stempel Arzt trug. Er sparte sich das Beste bis zuletzt auf. Tracy erschien, wieder einmal schweißgebadet, ihr Designerfahrrad lag nahebei im Gras und sie saß unter einem Baum im Park und rauchte eine Zigarette. Der Fotograf grinste verlegen. Es war sein bestes Stück Arbeit, dieser Schnappschuss aus 100 Meter Entfernung, eine Arztfrau, die heimlich eine Zigarette rauchte. Er hatte keine Ahnung gehabt, dass sie rauchte, sondern hatte gerade selbst zufällig in der Nähe einer Fußgängerbrücke in aller Ruhe eine Zigarette geraucht, als sie vorbeisauste. Er hielt sich ungefähr eine halbe Stunde in dem Park auf, bis er sah, wie sie anhielt und in die Satteltasche ihres Fahrrads griff. Die Atmosphäre im Zimmer war einen flüchtigen Augenblick lang etwas entspannter. Karl machte sich eine Notiz auf einem Blatt Papier. Natürlich würde er Tracy Wilkes nehmen. Wer hätte nicht gern eine Arztfrau in der Jury, wenn die Anwälte der Klägerin Millionen verlangten. Karl wollte nichts als Arztfrauen, aber er würde sie nicht bekommen. Die Tatsache, dass sie Zigaretten rauchte, war lediglich ein kleiner Bonus. Nummer 58 war ein Werftarbeiter bei Ingalls in Pascagoula. 50 Jahre alt, weiß, geschieden. Karl projizierte ein Foto seines Ford Pickups auf die Leinwand und war gerade im Begriff, seine Lebensumstände zusammenzufassen, als die Tür aufging und Mr. Rankin Fitch das Zimmer betrat. Karl brach ab. Die Anwälte richteten sich auf ihren Sitzgelegenheiten auf und machten sich eifrig Notizen auf ihren Blogs. Fitch war wieder da. Fitch hatte den Raum betreten. Er machte langsam die Tür hinter sich zu, tat ein paar Schritte auf den Tisch zu und funkelte einmal in die Runde. Es war schon fast eher ein bösartiges Fauchen. Das schwammige Fleisch um seine dunklen Augen verkniff sich. Fitch war wütend, wie gewöhnlich. Das war nichts Neues. Aber würde er Fluchen und Drohungen ausstoßen, vielleicht sogar mit Gegenständen werfen oder lediglich unter der Oberfläche brodeln? Welche Nummer? Fragte Fitch Karl. 58, sagte Karl schnell, bestrebt, einen guten Eindruck zu machen. Gehen Sie zurück zu 56, befahl Fitch und Karl klickte rasch, bis das Gesicht von Niklas Easter abermals auf der Leinwand erschien. Was wissen Sie? Fragte Fitch. Genauso viel wie vorher, sagte Karl, den Blick abwendend. Fantastisch. Von den 169 haben Sie erst acht. Fitch schnaubte und schüttelte langsam den Kopf und alle warteten auf einen Ausbruch. Er sah Karl an, ließ den Ernst des Augenblicks einsickern und sagte dann, Sie werden bis Mitternacht arbeiten und morgen früh um sieben wieder hier sein. Auch am Sonntag. Nach diesen Worten schwenkte er seine dicklichen Körper herum und verließ das Zimmer. Fitch ging über die Treppe ins Erdgeschoss des Gebäudes, wo sein Fahrer auf ihn wartete. Ein großer Mann namens José. Fitch öffnete eine Tür, ohne anzuklopfen, unterbrach eine Konferenz, die bereits seit Stunden andauerte. Vier Anwälte und ihre diversen Mitarbeiter schauten sich die auf Video aufgenommenen Anhörungen der ersten Zeugen der Anklage an. Er wechselte ein paar Worte mit einem der Anwälte, dann verließ er das Zimmer. José folgte ihm durch eine kleine Bibliothek auf einen anderen Korridor, wo er eine weitere Tür aufriss und eine weitere Schar Anwälte erschreckte. Mit 80 Anwälten war die Kanzlei Whitney und Cable und White die größte an der Golfküste. Die Kanzlei war von Fitch selbst ausgewählt worden und seine Wahl bedeutete, dass sie Millionen an Honoraren kassieren würde. Aber um dieses Geld zu verdienen, musste die Kanzlei Wendell Rohr hatte sein erstes Vermögen im Verklagespiel gemacht, als zwei Ölarbeiter auf einer Offshore-Plattform von Shell im Golf schwere Verbrennungen erlitten. Sein Anteil betrug fast zwei Millionen und er hielt sich rasch für einen Prozessanwalt, mit dem man zu rechnen hatte. Als seine Welle von Asbestprozessen über die Golfküste hinweg brandete, war Rohr wieder am rechten Ort. Er machte sein zweites Vermögen. Er baute seine Kanzlei aus, richtete eine großartige Suite von Büroräumen ein und fand sogar eine junge Frau. Rohr lernte Celeste Wood, die Witwe von Jacob Wood, durch einen jungen Anwalt kennen, der kurz vor dessen Tod Woods Testament aufgesetzt hatte. Jacob Wood war im Alter von 51 Jahren gestorben, nachdem er fast 30 Jahre lang drei Schachteln pro Tag geraucht hatte. Zum Zeitpunkt seines Todes war er leitende Angestellte in einer Bootswerft gewesen und verdiente 40.000 im Jahr. In den Händen eines weniger ehrgeizigen Anwalts schien der Fall nicht mehr zu sein als ein toter Raucher, einer unter zahllosen anderen. Rohr dagegen hatte sich seinen Weg mit den grandiosesten Träumen gebahnt, die Prozessanwälte je gehegt hatten. Alle waren Spezialisten für Produkthaftung, alle hatten Millionen kassiert mit Brustimplantaten und Asbest. Jetzt trafen sie sich mehrmals im Jahr und überlegten, wie man die Hauptader des amerikanischen Haftungsrechts ausbeuten konnte. Kein legal hergestelltes Produkt in der Weltgeschichte hatte so viele Menschen getötet wie die Zigarette. Und die Taschen ihrer Hersteller waren so tief, dass das Geld darin verschimmelte. Rohr hatte die erste Million bereitgestellt und sieben andere schlossen sich an. Völlig mühelos gewann die Gruppe die Unterstützung weiterer Verbrauchergruppen und Industriewachhunde. Ein Rad von Prozessanwälten wurde gebildet, wie nicht anders zu erwarten, mit Wendell Rohr als Vorsitzendem und designiertem Hauptakteur im Gerichtssaal. Mit so viel Aufsehen, wie sie nur erregen konnte, hatte Rohrs Gruppe vier Jahre zuvor beim Bezirksgericht von Harrison County, Mississippi, Klage erhoben. Fitchs Recherchen zufolge war die Sache Wood gegen Pynex die 55. ihrer Art. 36 waren aus den verschiedensten Gründen abgewiesen worden. 16 waren vor Gericht gegangen und hatten mit Urteilen zugunsten der Tabakkonzerne geendet. Zwei waren ergebnislos abgebrochen worden. Bei keinem war es zu einem Vergleich gekommen. Nie war einem Kläger in einem Zigarettenfall auch nur ein Penny gezahlt worden. Raws Theorie zufolge hatte hinter keiner der anderen 54 Klagen eine so formidable Gruppe von Anwälten gestanden. Noch nie war eine Klägerin von Anwälten vertreten worden, die über genügend Geld verfügten, um das Spielfeld zu ebnen. Wenn er den ersten gewann, brauchte er nur noch auf den großen Ansturm zu warten. In diesem Augenblick, um fast 10 Uhr am Freitagabend, waren in der Kanzlei von Wendell Rohr mehr als 40 Leute intensiv bei der Arbeit. Das Adrenalin pumpte. Es gab nichts Aufregenderes als einen großen Prozess. Um 8 Uhr am Montagmorgen versammelte sich bereits eine große Menschenmenge in der Vorhalle des Gerichtsgebäudes von Biloxi. Eine kleine Gruppe von jungen Männern in dunklen Anzügen drängte sich in einer Ecke zusammen. Es waren Finanzanalysten von der Wall Street, Spezialisten für Tabakaktien. In einer weiteren Gruppe hielt jeder verlegen ein Stück Papier in der Hand, eine geschworene Vorladung. Die dritte Gruppe trug finstere Minen und Uniformen und bewachte die Tür. Nicht weniger als sieben Deputies waren abgestellt worden, um am Eröffnungstag für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Genau um halb neun öffneten die Wachtposten die Tür, überprüften die Vorladung jedes einzelnen Geschworenen, ließen einen nach dem anderen durch die Detektorschleuse ein und teilten den Zuschauer mit, dass sie noch eine Weile warten müssten. Dasselbe galt für die Analysten und für die Reporter. Auf einem Ring aus Klappstühlen in den Gängen rund um die gepolsterten Bänke herum fanden ungefähr 300 Personen Platz im Gerichtssaal. Jenseits der Schranken würden sich bald an die 30 weitere um die Tische der Anwälte drängen. Die Vorsteherin der Gerichtskanzlei hieß Gloria Lane. Um neun hatte sie alle Geschworenen ihren Nummern entsprechend untergebracht und sie damit beschäftigt, eine weitere Runde von Fragebögen auszufüllen. Um zehn erschienen die ersten der zahlreichen Anwälte im Gerichtssaal. Dann nahmen die Juryberater in dem engen Raum zwischen den Anwaltstischen und der Schranke ihre Plätze ein und machten sich an die unerfreuliche Arbeit, in die fragenden Gesichter von 194 Fremden zu starren. Die Berater musterten die Geschworenen. Zum einen, weil sie dafür gewaltige Honorare kassierten und zum anderen, weil sie behaupteten, einen Menschen anhand der verräterischen Enthüllungen seiner Körpersprache gründlich analysieren zu können. Sie beobachteten und warteten begierig darauf, dass Arme vor der Brust verschränkt wurden, dass Finger nervös an Zähne wanderten, dass sich Köpfe verdächtig zur Seite neigten, auf hundert weitere Gesten, die angeblich einen Menschen entblößten und die allergeheimsten Vorurteile erkennen ließen. Geschworener Nummer 56, Niklas Easter, erhielt mehr als seinen Anteil an eindringlichen Blicken. Er saß in der Mitte der fünften Reihe angetan mit einer kakifarbenen Hose und einem Hemd mit Button-Down-Kragen ein gut aussehender junger Mann. Der letzte Anwalt, der den Saal betrat, war natürlich Wendell Rohr. Er trug die von ihm an Eröffnungstagen bevorzugte Kleidung. Ein grau kariertes Sportjackett, eine nicht dazu passende graue Hose, eine weiße Weste, ein blaues Hemd und eine rot-gelbe Paisley-Fliege. Er sagte laut etwas zu einem anderen Anwalt der Anklage und sobald er die Aufmerksamkeit des Saales hatte, richtete er den Blick auf die potenziellen Geschworenen. Das waren seine Leute. Das war sein Fall. Einer, den er in seiner Heimatstadt eingebracht hat, hatte Fitch an. Man konnte ihn nennen, wie man wollte. Berater, Agent, Organisator. Tatsache war, dass er für sie arbeitete. Trauen Sie diesen Anwälten, fragte er. Weshalb machen Sie sich Sorgen wegen unserer Anwälte? Fragte Fitch. Weil, nun ja, weil Sie hier zu Hause sind und weil Sie noch nie Verteidiger in einer Tabaksache waren. Wir haben die besten engagiert, die es in dieser Gegend gibt, sagte Fitch. Weshalb arbeiten Sie so billig? Billig? Voriges Jahr haben Sie sich Sorgen wegen der Kosten der Verteidigung gemacht. Jetzt verlangen Ihnen unsere Anwälte nicht genug. Entscheiden Sie sich. sagte Luther Vandermeer, Generaldirektor von Trelco. Voriges Jahr haben wir den Anwälten in Pittsburgh 400 pro Stunde gezahlt. Diese Leute hier arbeiten für 200. Das beunruhigt mich. Fitch fragte. Meint er das ernst? Wir stehen bei 5 Millionen Dollar für diesen Fall. Und er hat Angst, dass ich jeden Cent dreimal umdrehe? Ja, aber dieser Prozess ist anders. Das wissen wir alle. Jenkel verstummte und hob sein Glas. Ich nehme an, die Vertreter der Klägerin sind bereit? fragte ein anderer Generaldirektor. Vermutlich, sagte Fitch mit einem Achselzucken. Es sind genügend von Ihnen da. Acht nach der letzten Zählung. Acht der größten auf Haftungsfälle spezialisierten Kanzleien des Landes, von denen angeblich jede zur Finanzierung dieses entscheidenden Schlags gegen die Tabakindustrie eine Million Dollar beigesteuert hatte. Sie hatten die Klägerin ausgesucht, die Witwe eines Mannes namens Jacob L. Wood. Sie hatten das Forum ausgesucht, die Golfküste von Mississippi, weil der Staat prächtige Haftungsgesetze hatte und weil Juries in Biloxi gelegentlich großzügig sein konnten. Den Richter hatten sie sich nicht ausgesucht, aber sie hätten nicht mehr Glück haben können. Der Ehrenwerte Frederick Harkin war Klageanwalt gewesen, bis eine Herzattacke ihn auf das Richterpodium befordert hatte. Es war kein gewöhnlicher Tabakfall und alle im Zimmer Anwesenden wussten es. Wie viel haben die ausgegeben? Über diese Information verfüge ich nicht, sagte Fitch, aber sie haben Millionen ausgegeben. Wendell Rohr hatte sein erstes Vermögen im Verklagespiel gemacht, als zwei Ölarbeiter auf einer Offshore-Plattform von Shell im Golf schwere Verbrennungen erlitten. Sein Anteil betrug fast zwei Millionen und er hielt sich rasch für einen Prozessanwalt, mit dem man zu rechnen hatte. Als eine Welle von Asbestprozessen über die Golfküste hinweg brandete, war Rohr wieder am rechten Ort. Er machte sein zweites Vermögen. Er baute seine Kanzlei aus, richtete eine großartige Suite von Büroräumen ein und fand sogar eine junge Frau. Rohr lernte Celeste Wood, die Witwe von Jacob Wood, durch einen jungen Anwalt kennen, der kurz vor dessen Tod Woods Testament aufgesetzt hatte. Jacob Wood war im Alter von 51 Jahren gestorben, nachdem er fast 30 Jahre lang drei Schachteln pro Tag geraucht hatte. Zum Zeitpunkt seines Todes war er leitender Angestellter in einer Bootswerft gewesen und verdiente 40.000 im Jahr. In den Händen eines weniger ehrgeizigen Anwalts schien der Fall nicht mehr zu sein als ein toter Raucher, einer unter zahllosen anderen. Rohr dagegen hatte sich seinen Weg mit den grandiosesten Träumen gebahnt, die Prozessanwälte je gehegt hatten. Alle waren Spezialisten für Produkthaftung, alle hatten Millionen kassiert mit Brustimplantaten und Asbest. Jetzt trafen sie sich mehrmals im Jahr und überlegten, wie man die Hauptader des amerikanischen Haftungsrechts ausbeuten konnte. Kein legal hergestelltes Produkt in der Weltgeschichte hatte so viele Menschen getötet wie die Zigarette und die Taschen ihrer Hersteller waren so tief, dass das Geld darin verschimmelte. Rohr hatte die erste Million bereitgestellt und sieben andere schlossen sich an. Völlig mühelos gewann die Gruppe die Unterstützung weiterer Verbrauchergruppen und Industriewachhunde. Ein Rat von Prozessanwälten wurde gebildet, wie nicht anders zu erwarten, mit Wendell Rohr als Vorsitzendem und designiertem Hauptakteur im Gerichtssaal. Mit so viel Aufsehen, wie sie nur erregen konnte, hatte Rohrs Gruppe vier Jahre zuvor beim Bezirksgericht von Harrison County, Mississippi Klage erhoben. Fitchs Recherchen zufolge war die Sache Wood gegen Pynex die 55. ihrer Art. 36 waren aus den verschiedensten Gründen abgewiesen worden. 16 waren vor Gericht gegangen und hatten mit Urteilen zugunsten der Tabakkonzerne geendet. Zwei waren ergebnislos abgebrochen worden. Bei keinem war es zu einem Vergleich gekommen. Nie war einem Kläger in einem Zigarettenfall auch nur ein Penny Roths Theorie zufolge hatte hinter keiner der anderen 54 Klagen eine so formidable Gruppe von Anwälten gestanden. Noch nie war eine Klägerin von Anwälten vertreten worden, die über genügend Geld verfügten, um das Spielfeld zu ebnen. Wenn er den ersten gewann, brauchte er nur noch auf den großen Ansturm zu warten. In diesem Augenblick um fast 10 Uhr am Freitagabend waren in der Kanzlei von Wendell Roth mehr als 40 Leute intensiv bei der Arbeit. Das Adrenalin pumpte. Es gab nichts Aufregenderes als einen großen Prozess. Um 8 Uhr am Montagmorgen versammelte sich bereits eine große Menschenmenge in der Vorhalle des Gerichtsgebäudes von Biloxi. Eine kleine Gruppe von jungen Männern in dunklen Anzügen drängte sich in einer Ecke zusammen. Es waren Finanzanalysten von der Wall Street, Spezialisten für Tabakaktien. In einer weiteren Gruppe hielt jeder verlegen ein Stück Papier in der Hand, eine geschworenen Vorladung. Die dritte Gruppe trug finstere Minen und Uniformen und bewachte die Tür. Nicht weniger als sieben Deputies waren abgestellt worden, um am Eröffnungstag für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Genau um halb neun öffneten die Wachtposten die Tür, überprüften die Vorladung jedes einzelnen Geschworenen, ließen einen nach dem anderen durch die Detektorschleuse ein und teilten den Zuschauer mit, dass sie noch eine Weile warten müssten. Dasselbe galt galt für die Analysten und für die Reporter. Auf einem Ring aus Klappstühlen in den Gängen rund um die gepolsterten Bänke herum fanden ungefähr 300 Personen Platz im Gerichtssaal. Jenseits der Schranken würden sich bald an die 30 weitere um die Tische der Anwälte dringen. Die Vorsteherin der Gerichtskanzlei hieß Gloria Lane. Um neun hatte sie alle Geschworenen ihren Nummern entsprechend untergebracht. Möchten sie? Danke. Sie ließ sich rasch nieder und nahm sich ein paar Pommes Fritz. Ich habe die Nummer noch, sagte er. Ich wollte Macht nix. Ich bin sicher, dass sie nicht angerufen haben, weil ich rauche. Nein, eigentlich nicht. Sie tat einen langen Zug durch ihren Strohhalm und sagte, darf ich sie fragen, weshalb sie in einem Computerladen arbeiten? Sie meinen, weshalb ich mein Leben damit vergeude, für einen jämmerlichen Lohn in einem Einkaufszentrum zu arbeiten? Ich bin Student. Wo? Nirgendwo. Ich mache gerade eine Pause. Und wo haben sie zuletzt studiert? An der North Texas State und Vorurteile erkennen ließen. Geschworener Nummer 56 Niklas Easter erhielt mehr als seinen Anteil an eindringlichen Blicken. Er saß in der Mitte der fünften Reihe, angetan mit einer kakifarbenen Hose und einem Hemd mit Button-Down-Kragen, ein gut aussehender junger Mann. Der letzte Anwalt, der den Saal betrat, war natürlich Wendell Rawr. Er trug die von ihm an Eröffnungstagen bevorzugte Kleidung. Ein grau kariertes Sportjackett, eine nicht dazu passende graue Hose, eine weiße Weste, ein blaues Hemd und eine rot-gelbe Paisley-Fliege. Er sagte laut etwas zu einem anderen Anwalt der Anklage und sobald er die Aufmerksamkeit des Saales hatte, richtete er den Blick auf die potenziellen Geschworenen. Das waren seine Leute. Das war sein Fall. Einer, den er in seiner Heimatstadt eingebracht hatte, damit er eines Tages in diesem seinem Gerichtssaal stehen und seine Leute um Gerechtigkeit bitten konnte. Er nickte einigen zu, bedachte andere mit einem Augenzwinkern. Er kannte diese Leute. Schließlich um halb elf riss sein Deputé die Tür hinter dem Richtertisch auf und rief »Man erhebe sich!« 300 Menschen sprangen auf, als der Ehrenwerte Frederick Harkin erschien. Für einen Richter war recht jung, 50, ein Demokrat, der vom Gouverneur für den Rest einer nicht abgelaufenen Amtszeit berufen und dann vom Volk gewählt worden war. In sein Mikrofon sprechend lieferte er eine kurze Zusammenfassung der Sachlage. Er sagte, dass der Prozess mehrere Wochen dauern würde und dass die Geschworenen nicht isoliert würden. Es gab mehrere Rechtsgrundlagen, die eine Entlassung aus der geschworenen Pflicht vorsahen, erklärte er und fragte dann, ob jemand älter als 65 war und durch den Computer rübergerutscht war. Sechs Hände schossen hoch. Er machte einen verblüfften Eindruck und schaute Gloria Lane an, die die Achseln zuckte, als passierte das ständig. Den Sechsten stand es frei, den Saal sofort zu verlassen und fünf von ihnen taten es. Herunter auf 189. So, und haben wir jemanden hier, der blind ist? fragte der Richter. Ich meine blind im Sinne des Gesetzes. Es war eine leicht hingestellte Frage, die einiges Lächeln auslöste. Weshalb sollte eine blinde Person erscheinen, um ihrer geschworenen Pflicht nachzukommen? Langsam erhob sich in der Mitte der Menge eine Hand. Geschworener Nummer 63, ein Mr. Herman Grimes, Alter 59, Computerprogrammierer, weiß, verheiratet, keine Kinder. Was zum Teufel war das? Hatte irgendjemand gewusst, dass dieser Mann blind war? Auf beiden Seiten steckten die Jury-Experten die Köpfe zusammen. Bitte, stehen Sie auf, Sir, sagte der Richter. Herman Grimes erhob sich langsam mit den Händen in den Taschen. Er machte keinen blinden Eindruck. Und Sie sind blind im Sinne des Gesetzes? fragte Haken. Ja, Sir. Also, Mr. Grimes, damit sind Sie unseren Gesetzen entsprechen von der geschworenen Pflicht entbunden und dürfen gehen. Herman Grimes rührte sich nicht vom Fleck. Weshalb? Weshalb muss ich gehen? Weil Sie blind sind. Und nun ja, Blinde können nicht als Geschworene dienen, sagte Haken. Weshalb können Blinde nicht als Geschworene dienen? Haken griff bereits nach einem Gesetzbuch. Sie möchten als Geschworener fungieren, Mr. Grimes? fragte er in dem Versuch, der Situation einen leichten Anstrich zu geben, während er Seiten umblätterte und die Fülle der in seiner Nähe versammelten juristischen Talente ansah. Mr. Grimes wurde aggressiv. Sagen Sie mir, weshalb ein Blinder nicht Geschworener sein kann. Wenn das in den Gesetzen steht, dann sind die Gesetze diskriminierend und ich werde dagegen klagen. Wenn es nicht in den Gesetzen steht und nur üblicherweise so gehandhabt wird, dann werde ich umso schneller klagen. Im Gesetz hieß es, dass ein Blinder von der Geschworenen Pflicht entbunden werden kann. Und als der Richter das Wort kann sah, sagte er, wenn ich's mir recht überlege, Mr. Grimes, glaube ich, dass Sie einen vorzüglichen Geschworenen abgeben würden. Bitte, nehmen Sie wieder Platz. Hermann Grimes nickte, lächelte und sagte höflich, Danke, Sir. Wie bezieht man einen blinden Geschworenen in seine Überlegungen ein? Die Experten ließen sich diese Frage durch den Kopf gehen. Welche Vorurteile hatte er? Für welche Seite würde er sich entscheiden? In diesem Spiel ohne Regeln war man durchweg der Ansicht, dass Leute mit Handicaps und Behinderungen großartige Anklage Geschworene waren, weil sie besser verstanden, was leiden bedeutet. Aber es gab unzählige Ausnahmen. In der hintersten Reihe beugte sich Fitch nach rechts in dem vergeblichen Versuch Blickkontakt mit Carl Nussman aufzunehmen, dem Mann, der für das Auswählen der perfekten Jury bereits 1,2 Millionen Dollar erhalten hatte. Nussman saß inmitten seiner Kollegen, hielt einen Block in der Hand und musterte die Gesichter, als hätte er genau gewusst, dass Herman Grimes blind war. Er hatte es nicht gewusst und Fitch wusste es. Was war ihnen sonst noch entgangen? fragte sich Fitch. Er würde Nussman das Fell abziehen, sobald die Sitzung unterbrochen wurde. Richter Harkin fragte, ob noch weitere aus der Gruppe körperliche Gebrechen hatten. Und als er um zwölf für die Mittagspause unterbrach, hatte er 13 Personen aus medizinischen Gründen entlassen. Niklas Easter verließ das Gerichtsgebäude allein und wanderte sechs Blocks zu einem Burger King, wo er einen Whopper und eine Cola bestellte. Er saß in einer Nische in der Nähe des Fensters. Dieselbe Blondine, die damals in den Computerladen gekommen war, kam jetzt mit ihrem Tablett in der Hand an seiner Nische vorbei und blieb stehen, als sie ihn wieder zu erkennen schien. Niklas? sagte sie unsicherheit vortäuschend. Er sah sie an und eine peinliche Sekunde lang wusste er, dass sie sich schon einmal begegnet waren. Ihr Name fiel ihm nicht ein. Sie erinnern sich nicht an mich? sagte sie mit einem freundlichen Lächeln. Ich war vor 14 Tagen in ihrem Geschäft und suchte ein Ja! Jetzt fällt's mir wieder ein, sagte er mit einem raschen Blick auf ihre gebräunten Beine. Sie haben ein Digitalradio gekauft. Richtig. Und ich heiße Amanda. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich ihnen meine Telefonnummer gegeben. Ich nehme an, sie haben sie verloren. Möchten sie sich setzen? Danke. Sie ließ sich rasch nieder und nahm sich ein paar Pommes Fritz. Ich habe die Nummer noch, sagte er. Ich wollte macht nix. Ich bin sicher, dass sie nicht angerufen haben, weil ich rauche. Nein, eigentlich nicht. Sie tat einen langen Zug durch ihren Strohhalm und sagte, darf ich sie fragen, weshalb sie in einem Computerladen arbeiten? Sie meinen, weshalb ich mein Leben damit vergeude, für einen jämmerlichen Lohn in einem Einkaufszentrum zu arbeiten? Ich bin Student. Wo? Nirgendwo. Ich mache gerade eine Pause. Und wo haben sie zuletzt studiert? An der North Texas State. Was studieren sie? Informatik. Sie stellen eine Menge Fragen. Aber nur solche, die leicht zu beantworten sind, finden sie nicht? Der Rest der Kranken wurde rasch nach Hause geschickt und um drei Uhr nachmittags war die Zahl auf 159 geschrumpft. Richter Haken ordnete eine Unterbrechung von 15 Minuten an und als er auf seinen Stuhl zurückkehrte, verkündete er, dass sie jetzt zu einer anderen Art des Auswahlverfahrens kommen würden. Er hielt einen strengen Vortrag über staatsbürgerliche Verantwortung und warnte praktisch jedermann, ihm nicht mit einem nichtmedizinischen Härtefall zu kommen. Um halb sechs waren nicht geschafft hatten, sich genügend bedauernswert anzuhören. Der Richter wies Gloria Lane an, einen weiteren, ausführlicheren Fragebogen zu verteilen und forderte die übrig gebliebenen Geschworenen auf, ihn bis neun Uhr am nächsten Morgen auszufüllen. Er entließ sie mit strengen Ermahnungen, nicht mit Fremden über den Fall zu reden. Rankin Fitch saß in einem Büro ein Stück die Straße hinunter. Die Blondine hatte ihre kleine Unterhaltung im Burger King aufgenommen und Fitch hatte das Band zweimal abgehört. An der North Texas State gab es keinerlei Unterlagen über den Nikolas Easter. Der Fragebogen enthielt Fragen wie Rauchen sie Zigaretten? Wenn ja, wie viele Schachteln pro Tag und seit wann? Und wenn sie rauchen, wollen sie dann damit aufhören? Haben sie jemals gewohnheitsmäßig Zigaretten geraucht? Hat ein Familienangehöriger oder jemand, den sie gut kennen, unter einer auf das Rauchen zurückzuführenden Krankheit gelitten? Wenn ja, wer? Was halten sie davon, dass die Tabakpharma mit Steuergeldern subventioniert werden? Wie stehen sie zu einem Rauchverbot in allen öffentlichen Gebäuden? Welche Rechte sollten Raucher ihrer Meinung zufolge haben? Auf Seite 4 waren die Namen der 17 Anwälte aufgeführt, die offiziell als Prozessbevollmächtigte eingetragen waren und dann die von 80 weiteren, die mit den ersten 17 auf irgendeine Art zusammen arbeiteten? Kennen sie einen dieser Anwälte persönlich? Sind sie je von einem dieser Anwälte vertreten worden? Waren sie je in irgendwelche juristische Verfahren mit einem dieser Anwälte verwickelt? Niklas beantwortete alle Fragen in Block Buchstaben seiner sonst unleserlichen Schrift Er wollte ordentlich und nachdenklich wirken intelligent und vorurteilsfrei imstande mit beiden Ohren zu hören und zu fairen Entscheidungen fähig ein unparteiischer den sie haben wollten Ein Großteil genau derselben Fragen war auch bei dem Chimino Fall im vorigen Jahr in Allentown Pennsylvania gestellt worden Niklas war damals David gewesen David Lancaster Teilzeit Filmstudent mit einem echten dunklen Bart und einer falschen Hornbrille der in einem Videoverleih arbeitete Er hatte den Fragebogen kopiert bevor er ihn am zweiten Tag der geschworenen Auswahl abgeliefert hatte es war ein ähnlicher Fall gewesen aber mit einer anderen Witwe und einem anderen Tabak Konzern und obwohl an die 100 Anwälte beteiligt gewesen waren trat keiner von ihnen auch hier in Erscheinung nur Fitch war derselbe geblieben Niklas alias David hatte damals die ersten beiden Ausscheidungen überstanden war aber noch vier Reihen entfernt gewesen als man sich bereits über die Auswahl der Geschworenen geeinigt hatte einen Monat später rasierte er sich den Bart ab entledigte sich der falschen Hornbrille und verließ die Stadt der Klapptisch vibrierte leicht als er schrieb dies war sein Esszimmer der Tisch und drei nicht zusammenpassende Stühle der kleine Wohnraum rechts von ihm war mit einem klapprigen Schaukelstuhl einem auf einer Holzkiste stehenden Fernseher und einem staubigen Sofa möbliert Dollar auf einem Flohmarkt gekauft hatte er hätte es sich vermutlich leisten können ein paar bessere Möbelstücke zu mieten aber Mieten war mit Formularen verbunden und hinterließ eine Spur da draußen liefen Leute herum die praktisch seine Mülltonne durchwühlten um herauszufinden wer er war er dachte an die Blondine und fragte sich für welche Seite sie arbeitete wahrscheinlich für die Tabakkonzerne Niklas wusste aus seinem Jurastudium dass es im höchsten gerade unethisch war wenn die Blondine oder irgendein anderer Mietling direkten Kontakt mit einem potenziellen Geschworenen aufnahm er wusste außerdem dass Fitch über genügend Geld verfügte um die Blondine spurlos von hier verschwinden zu lassen nur um sie beim nächsten Prozess als Rothaarige mit einer anderen Lebensgeschichte und einem Interesse für Gartenbau wieder auftauchen zu lassen manche Dinge ließen sich einfach nicht belegen Er war mit dem Fragebogen fertig und las ihn noch ein letztes Mal durch den im Cimino-Fall hat er ganz normal geschrieben in einer vollkommen anderen Schrift nach einem Monat des Übens war er sicher dass man ihn nicht enttarnen würde damals hatte es 300 potenzielle Geschworene gegeben und jetzt waren es fast 200 und weshalb sollte jemand auf die Idee kommen dass er in beiden Gruppen sein würde Richter Haken war ein Mann mit einer Mission an diesem zweiten Tag und brauchte nicht einmal eine Stunde um die nicht medizinischen Härtefälle zu erledigen sechs weitere wurden entlassen wonach noch 142 übrig blieben endlich Showtime Wendell Raw erhob sich und trat an die Schranke um sich an sein Publikum zu wenden Willkommen sagte er dramatisch als wäre das was folgen sollte ein Ereignis das sie auf immer und ewig im Gedächtnis behalten würden er stellte sich und die Mitglieder seines Teams vor die an dem Prozess beteiligt sein würden und dann bat er die Klägerin Celeste Wood sich zu erheben während er sie dem potenziellen geschworenen präsentierte gelang es ihm zweimal das Wort Witwe einzuflechten sie war eine zierliche Frau von 55 in einem schlichten schwarzen Kleid und bedachte sie mit einem schmerzlichen kleinen Lächeln als wäre sie noch immer im Stadium des Trauerns obwohl ihr Mann seit vier Jahren tot war sie war sogar nahe daran gewesen eine neue Ehe einzugehen ein Ereignis das Wendell Raw sobald er davon erfuhr im letzten Moment verhindert hatte sie können den Mann ruhig lieben hatte er ihr erklärt aber tun sie es in aller Stille und heiraten können sie ihn erst nach dem Prozess der Sympathiefaktor man erwartet von ihnen dass sie trauern hatte er ihr erklärt Fitch wusste über die verhinderte Heirat Bescheid aber er wusste außerdem dass kaum Aussicht bestand die Sache vor die Geschworenen zu bringen nachdem Raw alle auf seiner Seite des Saals offiziell vorgestellt hatte lieferte er eine kurze Zusammenfassung des Falls einen Vortrag den die Anwälte der Verteidigung und der Richter mit immensem Interesse verfolgten sie waren offensichtlich bereit sofort zuzuschlagen falls Raw die unsichtbare Barriere zwischen Tatsachen und Schlussfolgerungen durchbrechen sollte er tat es nicht aber es machte ihm Spaß sie zu quälen dann wurden die Geschworenen wortreich gebeten offen und ehrlich zu sein und sich nicht zu scheuen ihre schüchternen kleinen Hände zu erheben wenn sie auch nur das geringste beunruhigte wie sonst könnten sie die Anwälte Gedanken und Gefühle erkunden wenn nicht sie die potenziellen Geschworenen sich zu Wort meldeten dann brachte er das heikle Thema der Reform des Haftungsrechts zur Sprache und stellte eine Reihe langatmiger Fragen über die Rechte der Opfer ungerechtfertigte Prozesse und die Kosten von Versicherungen einige seiner Fragen grenzten an Mini Schlussfolgerungen aber er umging alle Probleme es war fast Mittag und die Geschworenen hatten schon seit einiger Zeit das Interesse verloren Richter Haken unterbrach für eine Stunde und die Deputies räumten den Saal aber die Anwälte blieben es musste über ein Dutzend anhängige Anträge entschieden werden und seine Ehren war diskussionsbereit es gab kleine Sandwiches und Kaffee die Verwendung von Fragebögen erleichterte die Auswahl der Geschworenen beträchtlich während Rohr im Gerichtssaal Fragen stellte studierten anderswo Dutzende von Leuten die schriftlichen Antworten und strichen auf ihren Listen Namen durch mindestens die Hälfte der potenziellen Geschworenen rauchte oder hatte früher regelmäßig meisten derjenigen die rauchten erklärten dass sie gerne aufhören würden die Daten wurden analysiert und an den Computer eingegeben und am frühen Nachmittag des zweiten Tages wurden die Ausdrucke verteilt und überarbeitet nachdem Richter Haken um halb fünf am Dienstag vertagt hatte ließ er abermals den Gerichtssaal räumen und setzte die Verhandlung unter Protokoll fort fast drei Stunden lang wurde über die schriftlichen Antworten diskutiert und debattiert und am Ende waren 33 weitere Namen von der Liste gestrichen worden Der Mittwochvormittag gehörte Derwood Cable genannt Derr Als Seniorpartner von Whitney und Cable und White war er von Fitch sorgfältig dazu auserwählt worden vor Gericht den Hauptteil der Arbeit für Pinex zu tun Er trat an die Schranke und schaute ernst in die Gesichter der 111 Leute Er war 61 Jahre alt und seinen grauen Augen entging nichts Er verschränkte die Arme griff sich ans Kinn wie ein nachdenklicher Professor und sagte mit einer angenehmen vollen Stimme Mein Name ist Derwood Cable und ich vertrete Pinex eine alte Firma die seit 90 Jahren Zigaretten produziert Da er schämte sich deshalb nicht Er sprach zehn Minuten über Pinex und leistete hervorragende Arbeit Es gelang ihm den Konzern weicher zu zeichnen und seinen Mandanten freundlich und flauschig fast liebenswert erscheinen zu lassen Sobald er damit fertig war stürzte er sich furchtlos in das Thema der freien Entscheidung Sind wir uns alle einig dass Zigaretten potenziell gefährlich sind wenn sie missbraucht werden fragte er und sah zu wie die meisten Köpfe zustimmend nickten wer wollte das bestreiten also gut da diese Tatsache allgemein bekannt ist können wir uns also darauf einigen dass ein Mensch der raucht um die damit verbundenen Gefahren wissen sollte weiteres nicken noch keine erhobenen Hände er mustete die Gesichter insbesondere das ausdruckslose Gesicht das Niklas Easter gehörte der jetzt in Reihe 3 saß als Achter vom Gang aus er war vorgerückt auf Nummer 32 sich sein Gesicht verriet nichts als gespannte Aufmerksamkeit das ist eine sehr wichtige Frage sagte Cable langsam wobei seine Worte in der Stille wiederhalten mit einem ausgestreckten Finger zeigte er auf sie und sagte ist unter ihnen jemand der nicht glaubt dass ein Mensch der sich für das Rauchen entschieden hat die Gefahren kennen sollte er wartete beobachtete sie in der vierten Reihe hob sich langsam eine Hand Cable lächelte trat einen Schritt näher heran und sagte ich glaube sie sind mrs tutwiler bitte stehen sie auf wenn ihm wirklich viel daran gelegen hatte dass sich jemand meldete so war sein glück von kurzer Dauer mrs tutwiler war eine zierliche sechzig jährige mit einem zornigen Gesicht sie stand kerzen gerade da hob ihr kinn und sagte ich habe eine frage an sie mr cable wenn alle leute wissen dass zigaretten gefährlich sind weshalb fährt ihr mandant dann fort welche her zu stellen einige ihrer kollegen in der gruppe grinsten alle augen ruten auf der wimper zuckte sehr gute frage sagte er laut er hatte nicht die absicht sie zu beantworten sind sie der ansicht dass herstellung von zigaretten verboten werden sollte mrs tut wiler ja das bin ich allerdings zigaretten machen süchtig mr cable das wissen sie der verzog keine mine und sagte dann überaus freundlich danke meinungsäußerungen wie ihre sind überaus wichtig für den prozess der geschworenen auswahl haben sie vielen dank sie können sich widersetzen sie hätte den saal ebenso gut gleich verlassen können cable wandte sich rasch weniger heiklen themen zu er machte um zwölf schluss gerade rechtzeitig für einen schnellen lunch haken forderte die potenziellen geschworenen auf um drei uhr wieder da zu sein wies die anwälte aber an schnell zu essen und in einer dreiviertel Stunde zurück zu kehren um ein uhr als der gerichtssaal leer und abgeschlossen war und die anwälte dicht gedrängt an ihren tischen saßen erhob sich jonathan kotlek und informierte das gericht die anklage akzeptiert geschworene nummer eins niemand wirkte überrascht alle schrieben etwas auf einen computerausdruck auch seine ehren der nach einer kurzen pause fragte die verteidigung die verteidigung akzeptiert nummer eins auch überraschung nummer eins war ricky coleman eine junge frau und mutter von zwei kindern die nie geraucht hatte und als aktenverwalterin in einem krankenhaus arbeitete kotlek und seine crew hatten ihr anhand ihrer schriftlichen antworten ihrer arbeit im gesundheitswesen ihres college studiums und ihres offenkundigen interesses an allem was bisher gesagt worden war sieben von zehn möglichen punkten gegeben von der verteidigung hatte sie sechs erhalten und sie hätte sie abgelehnt wenn nicht in der ersten reihe etliche ernstlich unerwünschte gesessen hätten geschworener nummer zwei raymond c lamonet keine seite wollte ihn bei beiden hatte er 4,5 punkte er rauchte stark wollte aber unbedingt aufhören den regeln der geschworenen auswahl zufolge wurde jeder seite eine reihe von ablehnungen ich an und fragte sein dichtes grüppchen von mitarbeitern im flüsterton welcher davon ist am schlimmsten die finger deuteten einhellig auf nummer 34 eine fette niederträchtige weiße vor der ihn vom ersten tag an gegraust hatte in einem noch dichteren ein paar schritte entfernten grüppchen entschieden sich cable und seine mitarbeiter dafür 31 zu streichen 32 zu nehmen 33 anzufechten weil 33 mr herman grimes der blinde war dann 34 wilder haney zu nehmen und falls erforderlich nummer 35 zu streichen so kam es dass niklas easter als elfter geschworener in der sacher wood gegen pinex ausgewählt wurde als die sitzung um 3 uhr wieder eröffnet worden war rief richter harken die namen der zwölf außerwählten auf mit 27 war easter der zweitjüngste geschworene es gaben neun weiße drei schwarze sieben frauen fünf männer einer davon blind und drei ersatzleute um halb fünf standen die 15 auf und wiederholten ihren geschworenen alt dann hörten sie eine halbe stunde lang zu während Richter Haken ihnen den anwälten und allen anderen beteiligten eine Reihe von strengen warnungen erteilte jeder irgendwie geartete kontakt mit den geschworenen wurde harte sanktionen zur folge haben geldstrafen vielleicht ein scheitern des prozesses ausschluss aus der anwaltskammer und selbst die todesstrafe schien im bereich des möglichen zu liegen er verbot den geschworenen mit irgendjemandem über den fall zu sprechen nicht einmal mit ihren ehemännern oder ehefrauen dann entließ er sie mit einem freundlichen lächeln wünschte ihnen eine gute nacht und am nächsten morgen als niklas easter um halb neun vor dem geschworenen zimmer eintraf war schon jemand da ludel eine pummelige frau um die sechzig in einer polyester hose und alten turn schuhen und mit einer grauen pony frisur sie las an einem zerfledderten liebesroman und wartete darauf dass jemand in ihr reich eindrang sie sprang auf griff nach einem blatt papier auf dem sie gesessen hatte und sagte guten morgen kann ich ihnen helfen ihr ganzes gesicht war ein einziges lächeln ihre augen funkelten vergnügt niklas easter sagte er und ergriff ihre ausgestreckte hand sie drückte sie fest schüttelte sie kräftig und suchte in ihren unterlagen nach seinem namen ein weiteres noch breiteres lächeln dann willkommen im geschworenen zimmer ist das ihr erster prozess ja kommen sie herein sagte sie und schob ihn praktisch durch die türen das zimmer kaffee und donuts sind hier drüben niklas schwarzen kaffee in einem plastikbecher und las die liste mit anweisungen von richter harkin organisieren sie sich wählen sie einen obmann tragen sie ständig die rot weißen geschworenen buttons bringen sie sich für wartezeiten etwas zu lesen mit scheuen sie sich nicht um irgendetwas zu bitten sprechen sie nicht untereinander über den Fall bevor sie von seinen ehren dazu aufgefordert werden sprechen sie mit überhaupt niemandem über den Fall Punkt um informieren sie das gericht unverzüglich falls jemand mit ihnen oder jemanden den sie kennen hinsichtlich ihrer beteiligung an diesem prozess in irgendeiner weise kontakt aufnimmt informieren sie das gericht unverzüglich wenn sie etwas verdächtiges sehen hören oder bemerken das möglicherweise mit ihrer Tätigkeit als geschworener in diesem fall zusammenhängt seltsame anweisungen diese letzten beiden aber Niklas war über die Details eines Tabakprozesses im Osten von Texas informiert eines Prozesses der nach nur einer Woche aufflog nachdem man herausgefunden hatte dass mysteriöse Agenten in der kleinen Stadt herumschlichen und den Verwandten von einigen Geschworenen riesige Geldsummen offerierten die Agenten verschwanden bevor sie erwischt wurden und es kam nie heraus für wen sie gearbeitet hatten weil beide Seiten sich gegenseitig dass die Leute von den Tabakkonzernen dahinter steckten obwohl es keine Möglichkeit gab dies zu beweisen war Niklas sicher dass Rankin Fitch das Phantom hinter den Bestechungsversuchen gewesen war und er wusste dass sich Fitch auch bei seiner Gruppe von neuen Freunden rasch an die Arbeit machen würde die Tür wurde mit einem Tritt und einem Klopfen geöffnet und Mr. Herman Grimes erschien als erster mit seinem Gehstock vor sich her tappend seine Frau war dicht hinter ihm sie berührte ihn nicht inspizierte aber sofort das Zimmer und beschrieb es ihm leise langes Zimmer siebeneinhalb mal viereinhalb Meter Länge vor dir breite von links nach rechts langer in längs Richtung aufgestellter Tisch mit Stühlen darum herum Niklas kam ein paar Schritte näher und stellte sich vor dann sagte er mein Lieblings Onkel ist blind ich würde es als Ehre betrachten wenn ich ihnen während des Prozesses helfen durfte ich bin durchaus im Stande allein zurecht zu kommen sagte Herman mit einem Anflug von Entrüstung aber seine Frau konnte ein freundliches Lächeln nicht unterdrücken dann zwinkerte sie ihm zu und nickte ich bin Unmengen von kleinen Dingen gibt ich möchte nur behilflich sein danke sagte er nach einer kurzen Pause danke Sir sagte seine Frau und versprach ihren Mann später wieder abzuholen nachdem für die Auswahl Vermögen ausgegeben worden waren gab es jetzt die Ansichten als Dreingabe jeder hatte eine die Experten der Verteidigung beglückwünschten sich zu der prächtigen Jury die sie zustande gebracht hatten Der Cable hatte schon schlechtere Juries gesehen auch Fitch war glücklich unter den Geschworenen waren vier Raucher auf der anderen Straßenseite waren Wendell Raw und seine Kollegen besonders erfreut über die unerwartete Zugabe von Mr. Herman Grimes seine Behinderung war der Traum jedes Anklagevertreters die Verteidigung hatte aus allen nur erdenklichen Gründen Einspruch erhoben darunter dem dass er nicht imstande sein Richter Harkin hatte den Anwälten gestattet Mr. Grimes in dieser Hinsicht zu befragen und er hatte ihnen versichert er könnte alle Beweisstücke sehen sofern sie eingehend schriftlich beschrieben wurden daraufhin hatte seine Ehren verfügt dass Beschreibungen der Beweisstücke von einer Protokollantin getippt werden sollten danach sollte eine Diskette angefertigt werden die Mr. Grimes in seinem Brei Computer einlegen und abends lesen konnte das machte Mr. Grimes sehr glücklich und er hörte auf über Klagen wegen Diskriminierung zu reden die Verteidigung beruhigte sich ein wenig zumal als sie erfuhr dass Mr. Grimes viele Jahre lang geraucht hatte und es ihm nichts ausmachte sich im Umkreis von Leuten aufzuhalten die es auch weiterhin taten die große Frage war wer wird der Anführer sein Guten Morgen sagte seine Ehren um zehn Uhr als die Jury eingelassen wurde ich nehme an sie haben das geschworenen Zimmer gefunden und sich miteinander bekannt gemacht haben wir einen Obmann alle zwölf nickten gleichzeitig gut wer ist es ich euer Ehren sagte Herman Grimes von der ersten Reihe aus und einen kurzen Moment lang litt die gesamte Verteidigung unter einem kollektiven Herz Krampf dann atmeten sie wieder langsam gaben aber nicht den geringsten Hinweis darauf dass sie für den blinden Geschworenen der jetzt der Obmann war etwas anderes empfanden als nur die allergrößte Liebe und Zuneigung vielleicht hatte der alte Junge den anderen elf Geschworenen einfach nur leid getan sehr schön sagte seine Ehren erleichtert dass seine Jury imstande gewesen war diese Routine Wahl ohne erkennbare Verbitterungen zu treffen Niklas Easter saß in der vorderen Reihe als zweiter von links fast ohne den Kopf zu bewegen ließ er seine Augen über den Gerichtssaal schweifen die Anwälte um ihre Tische gescharrt wie Geier die im Begriff sind sich auf ein überfahrenes Tier zu stürzen starrten ausnahmslos völlig unverfroren die Geschworenen an aber das würden sie bestimmt bald satt haben in der zweiten Reihe hinter der Verteidigung saß Rankin Fitch das speckige Gesicht und der finstere Spitzbart waren direkt auf die Schultern des vor ihm sitzenden Mannes gerichtet er versuchte Harkins Ermahnungen zu ignorieren und tat so als wäre er an der Jury nicht im mindesten interessiert aber Niklas wusste es besser Fitch entging nichts 14 Monate zuvor hatte Niklas ihn beim Chimino Prozess im Gerichtssaal von Allentown Pennsylvania gesehen wo er so ziemlich genauso ausgesehen hatte wie jetzt dick und nichtssagend und er hatte ihn während des Glavine Prozesses auf dem Gehsteig vor dem Gerichtsgebäude von Broken Arrow Oklahoma gesehen das genügte Niklas wusste dass Fitch inzwischen wusste dass er nie an der North Texas State studiert hatte er wusste auch dass Fitch sich über ihn mehr Gedanken machte als über jeden anderen Geschworenen und das mit gutem Grund hinter Fitch saßen zwei Reihen von Anzugträgern elegant gekleidete Klone mit finsteren Gesichtern und Niklas wusste dass das die geplagten Typen von der Wall Street waren der Morgen Zeitung zufolge hatte der Markt nicht auf die Zusammensetzung der Jury reagiert Pinex stand unverändert bei 80 Dollar pro Aktie er konnte nicht anders er musste lächeln wenn er jetzt plötzlich aufspringen und rufen würde ich finde die Klägerin sollte Millionen bekommen dann würden diese Anzug Fritzen zur Tür stürzen und bis Mittag wäre Pinex um 10 Dollar gefallen auch die anderen drei Trelco Smith Greer und Conpec wurden unverändert gehandelt In der vordersten Reihe gab es kleine Grüppchen von gequälten Seelen Niklas war sich ziemlich sicher dass sie die geschworenen Experten waren jetzt da die Auswahl abgeschlossen war waren sie zur nächsten Phase über gegangen dem Beobachten ihre wichtigste Aufgabe war es sich jedes Wort jedes Zeugen anzuhören und zu prophezeien wie die Geschworenen die Aussage aufnahmen die Strategie sah so aus dass ein Zeuge wenn er einen schwachen oder sogar nachteiligen Eindruck auf die Geschworenen machte sofort aus dem Zeugenstand entfernt und nach Hause geschickt wurde dann konnte vielleicht ein anderer überzeugenderer Zeuge dazu benutzt werden den Schaden wieder zu reparieren Richter Harkin gab Wendell Raw ein Zeichen der daraufhin langsam aufstand sein kariertes Jackett zuknöpfte die Geschworenen mit seinen falschen Zähnen anlächelte und sein Eröffnungs Plädoyer begann sie würden beweisen dass Zigaretten Lungenkrebs verursachten und präziser dass der Verstorbene Mr. Jacob Wood ein prächtiger Mensch an Lungenkrebs erkrankt war nachdem er fast 30 Jahre lang Bristols geraucht hatte er versprach einige der namhaftesten Krebs Experten und Forscher im Lande zu dieser Jury sprechen zu lassen und unmissverständlich um mit Bergen von Statistiken zu beweisen dass Zigaretten in der Tat Lungenkrebs verursachen Danach und Raw konnte ein boshaftes Lächeln nicht unterdrücken als er diese Eröffnung vorbereitete würde die Anklage den geschworenen Leute präsentieren die früher einmal für die Tabakindustrie gearbeitet hatten schmutzige Wäsche würde ans Licht kommen und zwar hier in diesem Gerichtssaal Wendell Raw hielt einen Moment in und begann dann sehr ernst über Jacob Wood zu sprechen wenn er jetzt aufspringen und rufen würde ich finde die Klägerin sollte Millionen bekommen dann würden diese Anzugfritzen zur Tür stürzen und bis Mittag wäre Pynex um 10 Dollar gefallen auch die anderen drei tralco tralco smith greer und con pack wurden unverändert gehandelt in der vordersten Reihe gab es kleine grüppchen von gequälten seelen niklas war sich ziemlich sicher dass sie die geschworenen experten waren jetzt da die auswahl abgeschlossen war waren sie zur nächsten phase über gegangen dem beobachten ihre wichtigste aufgabe war es sich jedes wort jedes zeugen anzuhören und zu prophezeien wie die geschworenen die aussage aufnahmen die strategie sah so aus dass ein zeuge wenn er einen schwachen oder sogar nachteiligen eindruck auf die geschworenen machte sofort aus dem zeugenstand entfernt und nach hause geschickt wurde dann konnte vielleicht ein anderer überzeugenderer zeuge dazu benutzt werden den schaden wieder zu reparieren richter harkin gab wendel raw ein zeichen der daraufhin langsam aufstand sein kariertes jakett zuknöpfte die geschworenen mit seinen falschen zähnen anlächelte und sein eröffnungs plädoyer begann sie würden beweisen dass zigaretten lungenkrebs verursachten und präziser dass der verstorbene mr jackob wood ein prächtiger mensch an lungenkrebs erkrankt war nachdem er fast 30 jahre lang bristols geraucht hatte er versprach einige der namhaftesten krebs experten und forscher im lande zu dieser jury sprechen zu lassen und unmissverständlich und mit bergen von statistiken zu beweisen dass zigaretten in der tat lungenkrebs verursachen danach und raw konnte ein boshaftes lächeln nicht unterdrücken als er diese eröffnung vorbereitete würde die anklage den geschworenen leute präsentieren die früher einmal für die tabakindustrie gearbeitet hatten schmutzige wäsche würde ans licht kommen und zwar hier in diesem gerichtssaal wendell raw hielt einen moment in und begann dann sehr ernst über jackob wood zu sprechen den verstorbenen geliebter ehemann und vater unermüdlicher arbeiter frommer katholik kriegsveteran hatte als junge angefangen zu rauchen und war sich wie damals jeder mann der gefahren nicht bewusst gewesen einen moment lang übertrieb es raw ein bisschen mit der dramatik schien sich dessen aber durchaus bewusst zu sein dies war ein großer prozess verkündete er ein prozess mit weitreichenden konsequenzen die anklage rechnete mit einer menge geld und würde sie auch fordern nicht nur einen schadenersatz für den ökonomischen wert des lebens von jackaput und den verlust seiner liebe und zuwendung den die angehörigen erlitten hatten sondern auch ein hohes strafgeld er endete nach 50 minuten mit einem eindringlichen appell an die gerechtigkeit dankte den geschworenen für ihre aufmerksamkeit lächelte ließ ein gebiss klicken und setzte sich 15 minuten pause der wurde kabel versicherte den geschworenen kühl und selbstsicher dass pinex über seine eigenen sachverständigen verfügte forscher und wissenschaftler die eindeutig beweisen würden dass zigaretten keineswegs lungenkrebs verursachen die skepsis der geschworenen beeinkalkuliert und kabel bat sie nur um ihre geduld und unvoreingenommenheit und das in nur 30 minuten zur ersten krise kam es beim lunch die geschworenen verteilten sich langsam im zimmer und herman grimes setzte sich ans kopfende des tisches er unterhielt sich bald angeregt mit millie dupree einer freundlichen seele von 50 die einen anderen blinden kannte nicholas und nicholas fragte quer durchs zimmer hey herman wo bleibt unser essen ich bin nur der obmann erwiderte herman mit einem lächeln nicholas ging zur tür öffnete sie und rief ludel wir haben hunger sagte er sie mustete die elf anderen gesichter und sagte das essen ist unterwegs wo kommt es her fragte nicholas von aurelis daily gleich um die ecke ludel gefielen die fragen nicht hören sie wir sind hier eingesperrt wie eine herde haustiere sagte nicholas ich verstehe nicht weshalb man uns nicht so weit vertraut dass wir die straße hinunter gehen und einen anständigen lunch zu nehmen können aber der richter will es ja wohl so ich schlage vor sie hängen sich ans telefon und fragen mal nach wo unser lunch bleibt okay sagte ludel die tür wurde geschlossen und nicholas ging zur kaffeekanne hinüber waren sie nicht ein bisschen grob fragte milly dupre die anderen hörten zu vielleicht und wenn es so war werde ich mich entschuldigen aber wenn wir nicht von an an dafür sorgen dass alles richtig läuft dann vergessen sie uns einfach es ist nicht ihre schuld sagte herman es ist ihr job für uns zu sorgen wissen sie eigentlich dass sich die geschworenen bei praktisch jedem anderen prozess wie normale menschen bewegen und zum essen rausgehen dürfen was meinen sie weshalb wir diese geschworenen buttons tragen woher wissen sie das fragte milly dupre niklas zuckte die achseln als wüsste er eine menge dürfte aber vielleicht nicht darüber sprechen ich weiß einiges über das system und woher fragte herman niklas machte eine effektvolle pause dann sagte er ich habe zwei jahre jura studiert er trang langsam einen schluck kaffee während die anderen dieses interessante hintergrund detail überdachten easters status unter seinen kollegen stieg sofort dass er freundlich und hilfsbereit war höflich und intelligent hatte er bereits bewiesen aber jetzt wurde er wortlos anerkannt weil er sich mit dem gesetz auskannte um viertel vor eins war immer noch kein essen gekommen niklas brach eine unterhaltung abrupt ab und öffnete die tür wo ist die herrentoilette fragte er luder rechts gleich um die ecke sagte sie er ging gar nicht erst hinein sondern verließ das gerichtsgebäude stattdessen in aller ruhe über die hinter treppe er ging um die hausecke direkt zu mary mahoney's ein am ort berühmtes restaurant in dem die meisten juristen der stadt aßen er entdeckte den richter und ging auf seinen tisch zu harkin sah ihn kommen und seine gabel auf der eine fleischige gegrillte garnele steckte erstarrte auf halbem wege was tun sie hier ich bin wegen ihrer jury hier was ist passiert niklas beugte sich vor um kein aufsehen zu erregen wir haben hunger nicht gehen und dann ah krise na ab im vimos hands base hat bei dem unk Uhe. Auf. Schiege. Auf. 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 Niklas stand eine halbe Stunde später vor seiner Wohnung. An der Tür holte er eine kleine Tastatur hervor und gab den vierstelligen Zahlencode ein. Das winzige, rote Licht schaltete auf grün und er schloss die Tür auf. Die Überwachungskamera war in einem Lüftungsschacht direkt über dem Kühlschrank versteckt und so postiert, dass sie Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmertür im Blick hatte. Niklas ging sofort zu seinem Computer und stellte erstens fest, dass niemand versucht hatte ihn einzuschalten und zweitens, dass genau um 16.52 Uhr ein REA, rechtswidriges Eindringen in sein Apartment, stattgefunden hat. Ich kann wieder haben. Ich bin kein Problem, dass es mit einem Schlafen gab. Ich bin kein Problem, dass er auch in der Tür ist. Ich will nicht mal ab. Ich bin kein Problem, dass er nicht mehr sie hat. Nein, ich bin ein Gitarren, dass sie haben. Aber nicht viel, wenn ich mich denke,. Ich bin kein Problem, dass sie mit mir verhesitieren. Ich bin ein, das ist wegen der Tiefe von der Tiefe, Shake. so 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 hier so so Ich hab etwas... Das er nachhtab... ...verschmacht... ...gebrauch im Halbjemand... ...sicht... ...und für die Fertigkeitsch... ...n... 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 ...was war der Mann der... ...n... ...s... ...ide... ...wunder... ...und... ...satz von Stadt... ...n... ...n... ...ge... und die Zunge zurück und dann geht die Zunge zurück und dann geht die anderen Banken und dann geht's weiter und dann geht's weiter Tja Rumpa Kral Und auch zu beiden Kommen D- und Luft D- 50 Kommen Kommen Haltesicht. 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 Das ist zündesicht. Noch ab. Was ist das? Fitch beugte sich vor und flüsterte einem der Anwälte etwas zu und als die Geschworenen zurückkehrten, war er auf dem Weg nach draußen. Für einen Tag hatte er genug gesehen. Wenn die Geschworenen ausgewählt waren, er hatte es nur Nikotinhaltig und Kaugummi versucht, aber er konnte einfach nicht aufhören. Er konnte es nicht, nachdem festgestellt worden war, dass er ein Emphysem hatte. Und er konnte es auch nicht, als man ihm sagte, dass er Lungenkrebs hatte. Es war das Blödeste, das er je getan hatte. Und jetzt, im Alter von 51 Jahren, musste er deshalb sterben. Bitte, flehte er zwischen Husten an Fällen, wenn Sie rauchen, dann hören Sie damit auf. Jacob wurde melancholisch, als er über die Dinge redete, die er vermissen würde. Frau, Kinder, Enkelkinder, Freunde, Angeln vor Ship Island und so weiter. Endlich sprach der erste Zeuge seine letzten Worte und die Bildschirme wurden hell. Seine Ehren dankte den Geschworenen für einen guten ersten Tag und versprach ihnen für morgen mehr dergleichen. Dann wurde er ernst und ermahnte sie eindringlich, mit niemandem über den Fall zu sprechen, nicht einmal mit ihren Ehegatten. Außerdem, was noch wichtiger war, falls jemand versuchen sollte, mit einem Geschworenen auf irgendeine Weise Kontakt aufzunehmen, sollte dieser ihn sofort informieren. Er ritt gute zehn Minuten auf diesem Thema herum, dann entließ er sie bis neun Uhr am folgenden Morgen. Fitch hatte schon zuvor mit dem Gedanken gespielt, Esthers Wohnung zu filzen. Rosé blieb im Wagen, in der Nähe des Telefons, und behielt die Haustür im Auge, während sein Gehilfe Doyle im Gebäude verschwand. Doyle stieg eine Treppe hinauf und fand Apartment 312 am Ende eines nur schwach beleuchteten Flurs. Er rüttelte an dem locker sitzenden Türknauf, dann hielt er ihn fest und schob einen 15 cm langen Plastikstreifen in den Spalt. Das Schloss klickte, der Knauf ließ sich drehen. Er schließ die Tür vorsichtig 5 cm weit auf und wartete darauf, dass eine Alarmanlage schrillte. Nichts. Er war in Sekundenschnelle drinnen. Mit Hilfe einer kleinen Kamera mit aufgesetztem Blitzlicht fotografierte er rasch Küche, Wohnzimmer, Bad und Schlafzimmer. Er hielt sich keine 10 Minuten in der Wohnung auf, gerade lange genug, um zwei Filme zu verknipsen. Weitere 10 Minuten später war er in Fitchs Büro. Niklas stand eine halbe Stunde später vor seiner Wohnung. An der Tür holte er eine kleine Tastatur hervor und gab den vierstelligen Zahlencode ein. Das winzige, rote Licht schaltete auf grün und er schloss die Tür auf. Die Überwachungskamera war in einem Lüftungsschacht direkt über dem Kühlschrank versteckt und so postiert, dass sie Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmertür im Blick hatte. Niklas ging sofort zu seinem Computer und stellte erstens fest, dass niemand versucht hatte, ihn einzuschalten und zweitens, dass genau um 16.52 Uhr ein REA, rechtswidriges Eindringen in sein Apartment, stattgefunden hatte. Er stoppte das Überwachungsvideo und stellte es auf 16.52 Uhr. Voila! Auf dem Monitor ging die Wohnungstür auf. Ein schmaler Spalt, während sein Besucher auf das Schrillen des Alarms wartete. Dann ging die Tür auf und ein Mann kam herein. Niklas hielt das Video an und betrachtete das Gesicht auf seinem Monitor. Er hat es noch nie zuvor gesehen. Fitch saß im hinteren Teil des Überwachungswagens, als Niklas Easter am nächsten Morgen in den Sonnenschein hinaustrat. »Verdammt!« sagte er zu Doyle und einem ehemaligen FBI-Agenten namens Swanson. »Grauer Pullover, kakifarbene Hose, weiße Socken, braune Schnürschuhe.« »Wir müssen die Frau finden.« Fitch ging kurz vor neun zum Gericht. Doyle unterhielt sich mit dem Deputy und überredete ihn, ihn auf die Frau aufmerksam zu machen, falls sie noch einmal auftauchen sollte. Am Freitagmorgen hatte Niklas Gelegenheit, bei Kaffee und Croissants mit Ricky Coleman zu plaudern. Sie war 30 und hübsch, verheiratet mit zwei kleinen Kindern und arbeitete in einer Privatklinik in Gulfport. Alle zwölf Geschworenen waren anwesend und die meisten bildeten kleine Grüppchen und unterhielten sich. Herman Grimes saß allein am Tisch und spielte mit seinem Brei-Laptop. Auch Lonnie Schäver saß für sich allein am Tisch, in Computerausdrucke von seinem Supermarkt vertieft. Jerry Fernandes war mit dem Pudel auf eine schnelle Zigarette hinausgegangen. »Und wie finden Sie das geschworene Dasein, Ricky?« fragte Niklas. »Ziemlich öde. Hat gestern Abend jemand versucht, Sie zu bestechen?« »Nein.« »Sie?« »Nein. Wirklich ein Jammer. Richter Hake wird fürchterlich enttäuscht sein, wenn niemand versucht, uns zu bestechen.« »Weshalb reitet er ständig auf diesen rechtswidrigen Kontaktaufnahmen herum?« Niklas beugte sich ein wenig vor. »Ist schon mal vorgekommen.« »Mehrfach«, sagte er fast flüsternd. »Was ist schon mal vorgekommen?« »Es hat bereits mehrere derartige Prozesse in verschiedenen Staaten gegeben. Und bisher ist die Tabakindustrie noch nie verurteilt worden. Sie geben Millionen für die Verteidigung aus, weil sie es sich nicht leisten können, einen Prozess zu verlieren. Ein großer Sieg der Anklage und alle Schleusen brechen.« Er verstummte, schaute sich um und trank einen Schluck Kaffee. »Also greifen Sie zu allen möglichen schmutzigen Tricks.« »Zum Beispiel?« »Zum Beispiel, indem Sie Familienangehörigen von Geschworenen Geld anbieten.« »Zum Beispiel, indem Sie am Ort Gerüchte verbreiten, der Verstorbene, wer immer er gewesen sein mag, hätte vier Freundinnen gehabt, seine Frau geschlagen, seine Freunde bestohlen.« Sie runzelte unglaublich die Stirn, also fuhr er fort. »Das ist wahr und in Juristenkreisen allgemein bekannt. Sie haben wahrscheinlich Ihr Haus fotografiert, Ihren Wagen, Ihre Kinder, Ihren Mann, Ihren Arbeitsplatz. Möglicherweise haben Sie mit Kolleginnen von Ihnen gesprochen oder Unterhaltungen im Büro und beim Lunch belauscht. Ich habe einen Fotografen in einem Wagen von meiner Wohnung gesehen. Und Sie haben eine Frau in den Laden geschickt, in dem ich arbeite, um mich in eine Diskussion über das dort herrschende Rauchverbot zu verwickeln. Nachdem er sie neugierig gemacht hatte, hielt Niklas es für angebracht, weiteren Schmutz für später aufzusparen. Dr. Milton Frick, der Direktor des Smoke-Free Research Institute in Rochester, New York, verkündete, dass er schon vor dem Tod von Jacob Wood von Raw angeheuert worden und bei der Autopsie zugegen gewesen war, die vier Stunden nach seinem Tod an Wood vorgenommen wurde. Und er hatte bei der Autopsie ein paar Fotos gemacht. Raw ließ keinen Zweifel daran, dass die Geschworenen sie später zu sehen bekommen würden. Vorher musste er sich mit diesem außerordentlichen Sachverständigen noch eine ganze Weile über die Chemie und Pharmakologie des Rauchens unterhalten. Frick bewegte sich behutsam durch gewichtige medizinische und naturwissenschaftliche Studien, jätete die großen Worte aus und präsentierte den Geschworenen, was sie auch verstehen konnten. Als seine Ehren die Mittagspause verkündete, teilte Raw dem Gericht mit, dass Dr. Frick auch den Rest des Tages im Zeugenstand verbringen würde. Der Lunch wartete im Geschworenenzimmer. Mr. O'Reilly war selbst erschienen und entschuldigte sich für das, was am Vortag passiert war. »Das sind Pappteller und Plastikgabeln«, sagte Niklas, als sie ihre Plätze um den Tisch herum einnahmen. Er selbst setzte sich nicht. Mr. O'Reilly sah Ludell an, die sagte, »Na und? Wir haben ausdrücklich gesagt, wir wollten Porzellanteller und richtige Gabeln. Haben wir das nicht gesagt?« Seine Stimme hob sich und ein paar der Geschworenen wendeten den Blick ab. Sie wollten nur essen. Er nahm eine weiße Plastikgabel, brach sie durch und warf sie in einen Mülleimer. »Und was mich wirklich sauer macht, Ludell, ist, dass der Richter, sämtliche Anwälte und ihre Mandanten, die Zeugen, die Gerichtsdiener, die Zuschauer und alle anderen an diesem Prozess beteiligten Leute sich jetzt zu einem anständigen Lunch in einem anständigen Lokal niederlassen mit echten Tellern und echten Gläsern und Gabeln, die nicht zerbrechen. Und sie bestellen gutes Essen von einer reichhaltigen Speisekarte. Das ist es, was mich sauer macht. Und wir, die Geschworenen, die wichtigsten Leute in diesem ganzen verdammten Prozess, wir sind hier eingesperrt wie Erstklässler, die darauf warten, ihre Kekse und ihre Limonade serviert zu bekommen. »Haben Sie vor, jeden Tag beim Lunch einen Aufstand zu machen?« fragte Frank Herrera. Er war klein und dicklich, mit winzigen Händen und hatte bisher seine eigene Meinung über so ziemlich alles. »Gestern hat sich niemand beklagt«, schoss Niklas zurück. »Lasst uns essen, ich bin am Verhungern«, sagte Herrera und wickelte ein Sandwich aus. Ein paar der anderen folgten seinem Beispiel. Der Duft von gebratenem Hähnchen und Pommes frites stieg vom Tisch auf. Als Mr. O'Reilly damit fertig war, einen Karton mit Nudelsalat auszupacken, sagte er, »Ich bringe am Montag gern ein paar Teller und Gabeln mit, kein Problem.« Niklas sagte gelassen, »Danke« und setzte sich. Der Handel war leicht abzuschließen. Luther Vandermeer, Generaldirektor von Trelco, bat seinen früheren Protégé Larry Zell, jetzt Generaldirektor von Lissingfords, das Superhouse, eine wesentlich größere Kette in Georgia und in Carolinas, Hadley Brothers aufkaufte. Zu jedem geforderten Preis. Superhouse war eines von an die 20 Unternehmen von Lissingfoods. Es würde eine kleine Transaktion sein und Lissing nicht mehr als 6 Millionen kosten und es würde noch einen Müll. Und was mich wirklich sauer macht, Nudel, ist, dass der Richter, sämtliche Anwälte und ihre Mandanten, die Zeugen, die Gerichtsdiener, die Zuschauer und alle anderen an diesem Prozess beteiligten Leute sich jetzt zu einem anständigen Lunch in einem anständigen Lokal niederlassen, mit echten Tellern und echten Gläsern und Gabeln, die nicht zerbrechen. Und sie bestellen gutes Essen von einer reichhaltigen Speisekarte. Das ist es, was mich sauer macht. Und wir, die Geschworenen, die wichtigsten Leute in diesem ganzen verdammten Prozess, wir sind hier eingesperrt wie Erstklässler, die darauf warten, ihre Kekse und ihre Limonade serviert zu bekommen. »Haben Sie vor, jeden Tag beim Lunch einen Aufstand zu machen?« fragte Frank Herrera. Er war klein und dicklich mit winzigen Händen und hatte bisher seine eigene Meinung über so ziemlich alles. »Gestern hat sich niemand beklagt«, schoss Niklas zurück. »Lasst uns essen, ich bin am Verhungern«, sagte Herrera und wickelte ein Sandwich aus. Ein paar der anderen folgten seinem Beispiel. Der Duft von gebratenem Hähnchen und Pommes frites stieg vom Tisch auf. Als Mr. Aureli damit fertig war, einen Karton mit Nudelsalat auszupacken, sagte er, »Ich bringe am Montag gern ein paar Teller und Gabeln mit. Kein Problem.« Niklas sagte gelassen, »Danke« und setzte sich. Der Handel war leicht abzuschließen. Luther Vandermeer, Generaldirektor von Trelco, bat seinen früheren Protégé Larry Zell, jetzt Generaldirektor von Lissingfords, das Superhouse, eine wesentlich größere Kette in Georgia und in Carolinas, Hadley Brothers aufkaufte. Zu jedem geforderten Preis. Superhouse war eines von an die 20 Unternehmen von Lissingfords. Es würde eine kleine Transaktion sein und Lissing nicht mehr als sechs Millionen kosten und es würde natürlich Personalveränderungen bei Hadley Brothers geben. Einer der Läden befand sich in Biloxi und ihr Geschäftsführer war ein intelligenter, junger Schwarzer namens Lonnie Shaver. Und Lonnie Shaver war einer der Geschworenen in dem Prozess dort. Und um den Handel zu versüßen, hatte Vandermeer versprochen, dass Trelco in zwei Jahren Hadley Brothers unauffällig kaufen würde, falls Zell sie dann loswerden wollte. Am Freitagnachmittag saßen Fitsch und zwei Juryberater im dunklen Büro und starrten auf eine große Leinwand. Die Kamera, eine winzige Jumara XLT II, befand sich in einem abgeschabten braunen Aktenkoffer im Gerichtssaal unter dem Tisch der Verteidigung. Die Technologie war erstaunlich. Die winzige Linse fing die gesamte Breite und Tiefe der geschworenen Bank ein und schickte 15 Gesichter in Farbe die Straße hinunter in Fitschs kleinen Vorführraum, in dem den ganzen Tag über zwei Juryberater saßen und selbst das kleinste Zucken und Gähnen registrierten. Je nachdem, was auf der geschworenen Bank passierte, redete Fitsch dann mit Dörr Cable und teilte ihm mit, seine Leute im Gerichtssaal hätten dieses oder jenes aufgeschnappt. Weder Cable noch ein anderer der ortseinsässigen Verteidiger würden je etwas von dem Ganzen erfahren. Der Freitagnachmittag war nicht befriedigend für Fitsch. Während sich Roar und Dr. Frick durch ihr Skript hindurcharbeiteten, betrachteten die Geschworenen mit unverhohlenem Grauen die fürchterlichen vergrößerten Fotos der geschrumpften, geschwärzten Lungen von Jacob Wood. Roars Timing war perfekt. Als Dr. Frick um Viertel nach Fünf seine Aussage beendete, war das letzte Bild, das die Geschworenen vor sich sahen, dasjenige, über das sie die nächsten beiden Tage nachdenken würden, das der geschwärzten Lungen des Toten auf einem Weißen lag. Sie wartete nur bis Montagmorgen, eine halbe Stunde bevor die Verhandlung fortgesetzt wurde. Die Anwälte waren bereits erschienen und bildeten überall im Saal kleine konspirative Gruppen. Richter Harkin war in seinem Amtszimmer mit einer dringenden Angelegenheit in einem Kriminalfall beschäftigt. Fitsch saß in seinem Kommandobunker. Ein Mitarbeiter, ein junger Mann namens Conrad und ein Genie im Umgang mit Kommunikationsgeräten sagte, da ist ein Anruf, den Sie wahrscheinlich selbst entgegennehmen möchten. Fitsch drückte auf den Knopf und hob den Hörer ab. Ja? Spreche ich mit Mr. Fitsch? fragte sie liebenswürdig. Ja. Und wer sind Sie? Marley. Ein Name. Er schwieg eine Sekunde. Jeder Anruf wurde automatisch aufgezeichnet, er konnte ihn also später analysieren. Guten Morgen, Marley. Haben Sie auch einen Nachnamen? Ja. Geschworener Nummer 12. Fernandes wird in ungefähr 20 Minuten mit einem Exemplar von Sports Illustrated in den Gerichtssaal kommen. Es ist die Ausgabe vom 12. Oktober mit Dan Marino auf der Titelseite. Es gab ein Klicken und sie war fort. Fitsch drückte auf einen anderen Knopf, dann gab er einen zweistelligen Code ein. Das gesamte Gespräch wurde über einen Lautsprecher oberhalb der Telefone wiedergegeben. Conrad kam mit einem Ausdruck angerannt. Der Anruf kam von einem Münzfernsprecher in einem Supermarkt in Gulfport. Was für eine Überraschung, sagte Fitsch, griff nach seinem Jackett und rückte seine Krawatte zurecht. Ich muss zusehen, dass ich ins Gericht komme. Niklas wartete, bis die meisten seiner Kollegen entweder am Tisch saßen oder in seiner Nähe standen und er wartete, bis eine Art Gesprächspause eingetreten war. Dann sagte er laut, Na, ist einer von euch übers Wochenende bestochen oder belauert worden? Es gab einiges Grinsen und leichtes Lachen, aber keine Geständnisse. Weshalb hält Richter Harkin uns immer wieder diesen Vortrag? fragte Millie Dupre, offensichtlich froh, dass jemand das Eis gebrochen hatte. Andere rückten näher heran oder beugten sich vor, um zu hören, was der ehemalige Jurastudent davon hielt. Es haben schon verschiedene andere Prozesse dieser Art stattgefunden, erklärte Niklas widerstrebend. Und dabei hat es einigen faulen Zauber mit den Juries gegeben. Ich meine, darüber sollten wir nicht reden, sagte Herman. Warum nicht? Es ist harmlos. Schließlich reden wir nicht über Beweise oder Zeugenaussagen. Niklas war selbstsicher. Herman entschieden weniger. Der Richter hat gesagt, wir sollten nicht über den Prozess reden, protestierte er und wartete darauf, dass jemand ihm beipflichtete. Aber niemand tat es. Niklas hatte das Wort und er sagte, regen Sie sich nicht auf, Herman. Hier geht es nicht um Beweise oder die Dinge, über die wir irgendwann beraten müssen. Hier geht es um … Er machte eine kurze, effektvolle Pause, dann fuhr er fort. Hier geht es um Geschworenenbeeinflussung. Lonnie Shaver ließ den Computerausdruck einer Inventurliste sinken und rückte näher an den Tisch heran. Auch Ricky hörte jetzt zu. Vor ungefähr sieben Jahren hat es in Whitman County, Mississippi, einen sehr ähnlichen Prozess gegeben. Einige von euch werden sich vielleicht daran erinnern. Es war ein anderer Tabakkonzern, aber einige der Akteure waren dieselben, auf beiden Seiten. Und es hat einige ziemlich kriminelle Aktionen gegeben, sowohl vor der Auswahl der Geschworenen als auch nach Prozessbeginn. Richter Haken hat natürlich all diese Geschichten gehört und deshalb passt er bei uns genau auf. »Eine Menge Leute beobachten uns.« Millie ließ den Blick kurz um den Tisch herumwandern. »Wer?«, fragte sie. »Beide Seiten heuern diese Burschen an, die sich Juryberater nennen. Und sie kommen aus dem ganzen Land, um bei der Auswahl der perfekten Jury zu helfen. Die perfekte Jury ist natürlich nicht eine, die fair entscheidet, sondern die, die das Urteil fällt, das sie haben möchten. Sie forschen uns aus. Bevor wir gewählt werden, sie... »Wie machen Sie das?«, unterbrach ihm Mrs. Gladys Card. »Nun, sie fotografieren unsere Wohnungen, unsere Wagen, unsere Nachbarschaft, unsere Büros, unsere Kinder, sogar uns selbst. Sie überprüfen öffentliche Unterlagen, wie zum Beispiel Gerichtsakten und Steuerlisten. Manchmal reden sie sogar mit unseren Freunden, Arbeitskollegen und Nachbarn. Nachdem die Geschworenen ausgewählt worden sind, hat jede Seite während des ganzen Verfahrens eine Gruppe von Juryberatern im Gerichtssaal, die uns ständig beobachten und versuchen, unsere Reaktionen zu deuten. Sie sitzen gewöhnlich in den ersten beiden Reihen, wechseln aber häufig die Plätze. »Ich dachte, diese Leute wären Reporter,« sagte Colonel im Ruhestand Frank Herrera. »Ich habe eine großartige Idee.« »Beobachtet sie heute,« sagte Niklas. »Da ist diese eine Frau, von der ich ziemlich sicher bin, dass sie eine Juryberaterin der Verteidigung ist. Sie ist ungefähr 40, untersetzt mit dichtem, kurzem Haar. Bisher hat sie jeden Morgen in der ersten Reihe hinter Dörvert Cable gesessen. Wenn wir nachher hinausgehen, starren wir sie an, während Richter Haken uns eine Standpocke hält. Dazu braucht er ungefähr zehn Minuten. Und zwar alle zwölf starren sie unverwandt an und sehen zu, wie sie immer nervöser wird.« Sie stimmten Niklas mehr oder weniger zu. Auf dem Weg zum Gerichtssaal hatte Niklas zwei Zeitschriften in der Hand, von denen eine die Ausgabe vom 12. Oktober von Sports Illustrated war. Er ging neben Jerry Fernandes her und fragte ihn beiläufig, »Möchten Sie etwas zu lesen?« »Gern, danke!« Fitch wusste, dass Fernandes Nummer 12 die Zeitschrift haben würde, aber der Anblick versetzte ihm trotzdem einen Schlag. Seine Verblüffung verwandelte sich rasch in Erregung. Die Frau besorgte den Außendienst, während irgendjemand in der Jury für den Innendienst zuständig war. Vielleicht waren es zwei oder drei oder vier Geschworene, die mit ihr zusammenarbeiteten. Je mehr, desto besser. dachte Fitch. Diese Leute verteilten die Karten. Und Fitch war bereit, mitzuspielen. Die Juryberaterin hieß Ginger, und sie arbeitete für Karl Nussmann. Die Geschworenen lächelten den Richter an, und dann drehten alle, sogar der Blinden, an einen nur halbwegs ähnlichen Vorfall erinnern. Seine Möglichkeiten waren beschränkt, und je länger er über die Situation nachdachte, desto geringer wurden sie. Auch er wusste, dass beide Seiten über ganze Horden von Beratern, Mitarbeitern und Handlangern verfügten, die entweder im Gerichtssaal oder nicht weit davon entfernt lauerten. Er hatte genau beobachtet, was in seinem Saal vor sich ging, und dabei eine Menge unauffälligen Herumwanderns von Leuten wahrgenommen, die Erfahrung in solchen Prozessen hatten und nicht bemerkt werden wollten. Er wusste, dass der Mann den Saal jeden Moment verlassen konnte. Wenn Harkin plötzlich eine kurze Unterbrechung verkündete, würde er vermutlich sofort verschwinden. Harkin schrieb rasch eine Notiz und gab sie dann der Kanzleivorsteherin Gloria Lane, die an einem kleinen Tisch unterhalb des Richtertisches saß. Die Nachricht beschrieb den Mann, wies Gloria an, ihn sich genau, aber unauffällig anzusehen, dann durch eine Nebentür den Saal zu verlassen und den Sheriff zu holen. Er hatte auch dem Sheriff Anweisungen erteilt, die aber leider nicht mehr zur Durchführung kamen. Nachdem Doyle mehr als eine Stunde lang dem gnadenlosen Kreuzverhör von Dr. Bronski zugehört hatte, war er bereit zu verschwinden. Harkin schaute ungläubig hinterher. Als Cable eine Pause zwischen zwei Fragen machte, ergriff seine Ehren plötzlich seinen Hammer und ordnete zehn Minuten Unterbrechung an. ... warten konnten. Cable stellte eine gefährliche Frage und er kam damit durch. Dr. Frick, wenn Sie all die möglichen Ursachen in Betracht ziehen, aktives Rauchen, passives Rauchen, Luftverschmutzung und eventuell andere, die wir nicht erwähnt haben, sind Sie dann imstande, uns zu sagen, ein wie großer Teil der Lungenschädigung auf das Rauchen von Bristols zurückzuführen ist? Dr. Frick dachte einen Moment konzentriert nach, dann sagte er, der größte Teil der Schädigung. Wie viel? 60 Prozent? 80 Prozent? Ist es einem Mediziner wie Ihnen möglich, eine halbwegs genaue Prozentzahl zu nennen? Tut mir leid, aber das kann ich nicht, sagte Frick. Danke. Eine letzte Frage, Doktor. Wie viel Prozent der Raucher leiden unter Lungenkrebs? Ungefähr zehn Prozent. Keine weiteren Fragen. Roars nächster Zeuge, Dr. Robert Bronski, auch ein hochqualifizierter Mediziner, erklärte, dass Tabakrauch ein extrem komplexes Gebilde sei, mit mehr als 4000 Bestandteilen, dazu 16 bekannte Karzinogene. Roar und Bronski ritten den ganzen Vormittag auf den Karzinogenen herum. Bei jeder neuen Tabelle fühlten sich Jerry Fernandes und die anderen Raucher elender. Als sie zum Lunch die geschworenen Bank verließen, verschwanden die vier erst einmal auf ein paar Züge im Raucherloch, wie Lou Dallas nannte. Der Tisch war mit Porzellan gedeckt und der Eistee wurde in echten Gläsern ausgeschenkt. Mr. O'Reilly servierte denjenigen, die sie bestellt hatten, speziell zubereitete Sandwiches und öffnete für die anderen Behälter mit dampfendem Gemüse und Pasta. Niklas sparte nicht mit Komplimenten. Fitch saß mit zwei seiner Juryberater im Vorführraum, als Conrad von draußen rief, »Es ist Marley, Leitung 4!« »Mr. Fitch«, kam die vertraute Stimme, »wissen Sie, weshalb Sie sie angestarrt haben?« »Nein.« »Ich werde es Ihnen morgen sagen.« »Sagen Sie es mir gleich.« »Nein.« »Weil Sie den Anruf zurückverfolgen lassen. Und wenn Sie nicht damit aufhören, rufe ich nicht mehr an.« »Okay. Ich werde es lassen.« »Und das soll ich Ihnen glauben?« »Was wollen Sie?« »Später, Fitch.« Sie legte auf. Fitch ließ sich in einen großen Drehsessel fallen. »Woher hat sie gewusst, dass Sie mich angestarrt haben? Sie war heute Morgen nicht im Gerichtssaal.« Conrad erschien mit der erwarteten Meldung, dass es ein Münz-Fernsprecher gewesen war, diesmal einer in einem Einkaufszentrum eine halbe Stunde Fahrt entfernt. Der Nachmittag wurde mit Nikotin verbracht. Die letzte Stunde, wieder ein perfektes Timing von Roar, wurde damit verbracht, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass Nikotin stark süchtig macht. Der Nikotin-Gehalt kann während des Herstellungsprozesses mühelos manipuliert werden. Falls, und Bronski betonte das Wort falls, der Nikotin-Gehalt künstlich erhöht wurde, dann würden die Raucher natürlich viel schneller süchtig werden. Es war ein perfekter Abschluss des Tages. Fitch hatte keinerlei Verlangen danach, wieder angestarrt zu werden. Also verschloss er seine Tür und ging in den Vorführraum, um von hier das Geschehen im Gerichtssaal zu verfolgen. Wieder war Dr. Bronski im Zeugenstand und referierte über die im Tabakrauch enthaltenen Reizstoffe. Tabakrauch enthält eine Reihe von chemischen Verbindungen, die eine reizende Wirkung auf die Schleimhäute haben. Auf einer farbigen Tafel konnten die Geschworenen die Atemwege sehen. Das erste sichtbare Gähnen kam von Jerry Fernandes in der hinteren Reihe. Er hatte seine Montagnacht in einem der Casinos verbracht, sich ein Football-Spiel angesehen und mehr getrunken, als er vorgehabt hatte. Er rauchte zwei Schachteln pro Tag und wusste recht gut, dass es ungesund war. Trotzdem brauchte er jetzt eine Zigarette. Weiteres Gähnen folgte und um halb zwölf entließ Richter Harkin sie in eine dringend notwendige, zweistündige Mittagspause. Je weiter der Nachmittag fortschritt, desto mehr ließ Bronski nach. Er verlor sein Talent, die Dinge simpel zu halten. Es bedurfte nicht der Ansichten der gründlich ausgebildeten Juryberater, um festzustellen, dass die Geschworenen gelangweilt waren und dass Raw etwas tat, dem Prozessanwälte einfach nicht widerstehen können. Er übertrieb. Seine Ehren vertagte zeitig, schon um vier Uhr mit der Begründung, dass er zwei Stunden brauche, um über ein paar Anträge und andere Dinge zu entscheiden, für die die Geschworenen nicht benötigt würden. Er entließ sie mit denselben strengen Warnungen und Ermahnungen, die sie jetzt bereits auswendig kannten und kaum noch hörten. Sie waren glücklich, entkommen zu können. Lonnie Schäver freute sich ganz besonders über die frühe Entlassung. Er fuhr geradewegs zu seinem zehn Minuten entfernten Supermarkt und betrat ihn dann schnell durch das Lager, insgeheim hoffend, einen faulen Packer neben dem Salat schlafend vorzufinden. Drei Männer erhoben sich, als er sein Büro betrat. Lonnie, schön, Sie zu sehen, sagte Troy Hadley, Sohn von einem der Besitzer und das einzige Gesicht im Raum, das Lonnie bekannt war. Hadley stellte hastig die beiden anderen Männer vor. Sie hießen Ken und Ben. An ihre Nachnamen sollte sich Lonnie erst wesentlich später erinnern. Hadley fragte, Wie fühlt man sich so als Geschworener? Lausig. Kann ich mir vorstellen. Hören Sie, Lonnie, der Grund, weshalb wir hier sind, Ken und Ben, kommen von einer Firma, die Superhouse heißt, einer großen Kette, die von Charlotte aus operiert und mein Dad und mein Onkel haben aus einer ganzen Reihe von Gründen beschlossen, an Superhouse zu verkaufen. Die gesamte Kette. Mit anderen Worten, was wird aus Ihnen? Ich kann Ihnen versichern, Lonnie, dass ich all die richtigen Dinge über Sie gesagt habe. Die ganze Wahrheit. Und ich habe vorgeschlagen, dass man Sie hier belässt, in der gleichen Position, aber das geht mich nichts mehr an. Ich gehe eine Weile hinaus, damit Sie drei die Sache bereden können. Ken? Wie ein Blitz war Troy aus dem Zimmer. Wir sehen für Sie eine Zukunft in unserer Firma, begann Ken. Wir möchten, dass Sie sobald wie möglich nach Charlotte kommen und ein paar Tage mit uns verbringen. Wir schicken Ihnen eines unserer Flugzeuge und fliegen Sie nach Charlotte, zeigen Ihnen die Zentrale und machen Sie mit unseren Bossen bekannt. Geht es dieses Wochenende? Nachdem der Prozess bisher mit beeindruckender Zielstrebigkeit abgelaufen war, fuhr er sich am Mittwochmorgen fest. Die Verteidigung stellte den Antrag, die Aussage von Dr. Hilo Kilwin, einem angeblichen Experten aus Montreal, auf dem Gebiet der Statistiken über Lungenkrebs, nicht zuzulassen. Der Antrag löste eine kleine Schlacht aus. Raw tobte vor der leeren, geschworenen Bank herum, während er erklärte, dass dieser neueste Antrag der Verteidigung der einundsiebzigste war, den die Tabakleute gestellt hatten, um Zeugenaussagen zu verhindern. Es gab Anträge, die Aussage über andere durch das Rauchen verursachte Krankheiten auszuschließen, Anträge, Aussagen über Werbung auszuschließen, Anträge, Teile des Autopsieberichts nicht zuzulassen, Anträge, Beweise für die süchtig machende Wirkung auszuschließen, Anträge. Im geschworenen Zimmer erörterte Niklas Easter den Fall leise mit Lauren Duke, einer massigen, immer gut aufgelegten Schwarzen, die als Sekretärin auf der Kiesler Air Force Base arbeitete. Sie war 35, ohne Ehemann, aber mit zwei Kindern und mit einem guten Job bei einer Bundesbehörde, den sie nicht im Mindesten vermisste. Er erzählte ihr tolle Geschichten über die Missetaten der Tabakkonzerne während früherer Prozesse und er gestand ihr, dass er sich im Verlauf seines zweijährigen Jurastudiums eingehend mit den Klagen gegen die Tabakindustrie beschäftigt hatte. Um halb elf betraten sie endlich den Saal. Die erste Person, die Niklas sah, war der Mann, der in seiner Wohnung eingedrungen war. Er saß in der dritten Reihe auf der linken Seite. Ungeachtet seiner Tücke und Verschlagenheit beging Fitch gelegentlich eine große Dummheit. Niklas brauchte nur eine Minute, um die Sachlage zu durchdenken. Richter Harkin musste unbedingt erfahren, dass einer der Gauner, die ihm so viel Sorgen bereiteten, jetzt im Gerichtssaal saß. Harkin musste das Gesicht sehen, damit er es später auf Video wiedererkennen würde. Der erste Zeuge war Dr. Bronski, jetzt an seinem dritten Tag, aber dem ersten im Kreuzverhör durch die Verteidigung. Durr begann langsam und höflich, wie in Ehrfurcht vor diesem hervorragenden Experten und stellte ein paar Fragen, die die meisten der Geschworenen hätten beantworten können. Niklas schrieb ein paar Worte, faltete den Zettel zusammen und bat Deputy Willis, den Zettel dem Richter auszuhändigen. Richter Harkin entfaltete langsam den Zettel und las der Mann in der dritten Reihe von vorn, linke Seite, am Mittelgang, weißes Hemd, blaugrüne Krawatte ist mir gestern gefolgt. Es war das zweite Mal, dass ich ihn gesehen habe. Können wir herausfinden, wer er ist? Niklas Easter. Das war eine neue Herausforderung für Frederick Harkin. Im Moment konnte er sich nicht einmal an einen nur halbwegs ähnlichen Vorfall erinnern. Seine Möglichkeiten waren beschränkt und je länger er über die Situation nachdachte, desto geringer wurden sie. Auch er wusste, dass beide Seiten über ganze Horden von Beratern, Mitarbeitern und Handlangern verfügten, die entweder im Gerichtssaal oder nicht weit davon entfernt lauerten. Er hatte genau beobachtet, was in seinem Saal vor sich ging und dabei eine Menge unauffälligen Herumwanderns von Leuten wahrgenommen, die Erfahrungen in solchen Prozessen hatten und nicht bemerkt werden wollten. Er wusste, dass der Mann den Saal jeden Moment verlassen konnte. Wenn Harkin plötzlich eine kurze Unterbrechung verkündete, würde er vermutlich sofort verschwinden. Harkin schrieb rasch eine Notiz und gab sie dann der Kanzleivorsteherin Gloria Lane, die an einem kleinen Tisch unterhalb des Richtertisches saß. Die Nachricht beschrieb den Mann, wies Gloria an, ihn sich genau, aber unauffällig anzusehen, dann durch eine Nebentür den Saal zu verlassen und den Sheriff zu holen. Er hatte auch dem Sheriff Anweisungen erteilt, die aber leider nicht mehr zur Durchführung kamen. Nachdem Doyle mehr als eine Stunde lang dem gnadenlosen Kreuzverhör von Dr. Bronski zugehört hatte, war er bereit zu verschwinden. Harkin schaute ungläubig hinterher. Als Cable eine Pause zwischen zwei Fragen machte, ergriff seine Ehren plötzlich seinen Hammer und ordnete zehn Minuten Unterbrechung an. Willis gab die Nachricht an Lou Dell weiter, die ihren Kopf durch die einen spaltbreit geöffnete Tür steckte und sagte, »Mr. Easter, würden Sie bitte einen Moment herauskommen?« Niklas folgte Willis durch ein Labyrinth aus engen Korridoren, bis sie vor der Nebentür zu Harkins Amtszimmer angelangt waren. Der Richter war allein, ohne Robe, mit einem Becher Kaffee in der Hand. Er entließ Willis und schloss die Tür. »Bitte, nehmen Sie Platz, Mr. Easter«, sagte er und deutete auf einen Stuhl. »Kaffee?« »Nein, danke.« Harkin ließ sich auf seinen Stuhl sinken und lehnte sich auf den Ellenbogen vor. »Und nun erzählen Sie mir, wo Sie diesen Mann gesehen haben.« Niklas wollte das Video für einen wichtigeren Moment aufsparen. Er hatte sich die nächste Geschichte bereits sorgfältig ausgedacht. »Gestern, nach der Vertagung, ich war auf dem Heimweg zu meiner Wohnung und habe mir bei Mikes an der Ecke ein Eis geholt. Als ich drinnen im Laden war, habe ich einen Blick auf den Gehsteig geworfen und habe ich gesehen, wie dieser Mann hereinschaute. Er hat mich nicht bemerkt, aber mir wurde klar, dass ich ihn schon einmal gesehen hatte. Ich vermutete, dass der Mann mir folgen würde, also passte ich genau auf und machte ein paar Umwege und dabei habe ich festgestellt, dass er mich tatsächlich beschattete. Und Sie hatten ihn davor schon einmal gesehen. »Ja, Sir, ich arbeite in einem Computerladen im Einkaufszentrum und eines Abends ging dieser Mann, derselbe Mann, da bin ich ganz sicher, vorbei und schaute herein. Später machte ich eine Pause und der tauchte am anderen Ende des Einkaufszentrums auf, wo ich gerade eine Cola trank.« Der Richter entspannte sich ein wenig und strich sich übers Haar. »Bitte, seien Sie ehrlich, Mr. Easter, hat sonst noch einer Ihrer Kollegen irgendetwas dergleichen erwähnt? »Nein, Sir. Werden Sie mich informieren, wenn Sie es tun?« »Natürlich. Es ist nichts Unrechtes an dieser kleinen Unterhaltung, die wir hier führen, und wenn Sie in Ihrem Zimmer irgendetwas erfahren, muss ich es wissen. Wie setze ich mich mit Ihnen in Verbindung? Schicken Sie mir durch Ludell eine Nachricht. Schreiben Sie nur, wir müssten miteinander reden, aber ohne Angabe von Gründen, weil sie sie bestimmt lesen wird. Abgemacht? Am gleichen Morgen erschien auf der Titelseite des Wall Street Journal ein Bericht über den Prozess. Er stellte keine Vermutungen darüber an, wer gewinnen oder verlieren würde, sondern lieferte nur eine faire Zusammenfassung. Auf diese Story hin fielen die Peinex-Aktien bei Börsenbeginn um einen Dollar und man war der Ansicht, dass sie dem kurzen Sturm gut getrotzt hatten. »Guten Morgen, Fitsch«, sagte Marley honigsüß. Es war 25 Minuten nach sieben am Freitagmorgen. »Guten Morgen, Marley«, erwiderte Fitsch mit einer glücklichen Stimme und so verbindlich, wie er nur konnte. »Wie geht es Ihnen?« »Prächtig.« »Prächtig.« »Nummer zwei, Easter wird ein hellblaues Jeanshemd tragen, eine ausgeblichene Jeanshose, weiße Socken, alte Turnschuhe, Nikes. Und er wird ein Exemplar von Rolling Stone bei sich haben. Oktoberausgabe mit Meatloaf auf dem Umschlag. »Haben Sie das?« »Ja.« »Wann können wir uns zusammensetzen und miteinander reden?« »Wenn ich soweit bin. Ich habe noch einen Tipp für Sie. Sie werden begeistert sein. Wenn die Geschworenen heute hereinkommen, werden Sie sich nicht hinsetzen. Raten Sie mal, was Sie tun werden.« Fitschs Gehirn erstarrte. Er konnte die Lippen nicht bewegen. Er wusste, dass sie keine intelligente Vermutung von ihm erwartete. »Keine Ahnung,« sagte er. »Sie werden das treue Gelöbnis ablegen.« Ihr nächster Anruf galt der Kanzlei von Wendell Raw, der seiner Sekretärin zufolge sehr beschäftigt und unerreichbar war. Marley hatte dafür vollstes Verständnis, erklärte aber, sie hätte eine wichtige Nachricht für Mr. Raw. Die Nachricht würde in ungefähr fünf Minuten per Fax eingehen, also würde die Sekretärin bitte so freundlich sein, sie Mr. Raw auszuhändigen, bevor er sich auf den Weg zum Gericht machte. Die Sekretärin erklärte sich widerstrebend dazu bereit und fünf Minuten später fand sie in der Empfangslade des Faxgeräts ein Blatt Papier. Es enthielt keine Übermittlungsnummer und auch sonst keinerlei Hinweis darauf, von wo oder von wem das Fax kam. »Geschworener Nummer zwei, Easter, wird heute ein blaues Jeanshemd tragen, eine ausgeblichene Jeanshose, weiße Socken, alte Nikes. Er liest gern Rolling Stone und er wird sich als sehr patriotisch erweisen. M.M.« Raw las die Nachricht, verhörte die Sekretärin und rief dann seine Kollegen zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. »Hey, Herman, ich habe eine Idee«, sagte Niklas, während sie im geschworenen Zimmer warteten. Inzwischen hatte Herman die elf Stimmen seinem Gedächtnis einverleibt. »Ja, Niklas?« Niklas hob die Stimme, um die Aufmerksamkeit aller auf sich zu ziehen. »Als Kind bin ich auf eine kleine Privatschule gegangen. Und dort haben wir jeden Tag mit dem Treuegelöbnis begonnen. Und jedes Mal, wenn ich am frühen Morgen eine Fahne sehe, überkommt mich das Verlangen, das Gelöbnis abzulegen.« Die meisten der Geschworenen hörten zu. Der Pudel war auf eine Zigarette hinausgegangen. »Und im Gerichtssaal steht diese wunderschöne Fahne hinter dem Richter und alles, was wir tun, ist, dass wir sie anschauen.« »Mir ist sie nicht aufgefallen«, sagte Herman. »Sie wollen das treue Gelöbnis da draußen ablegen, vor all den Leuten im Saal?« fragte Herrera, der Colonel im Ruhestand. »Ja. Was spricht dagegen, dass wir das einmal in der Woche tun?« »Dagegen ist nichts einzuwenden«, sagte Jerry Fernandes, der insgeheim auf das Ereignis präpariert worden war. »Aber was ist mit dem Richter?« fragte Mrs. Gladys Card. »Was könnte er dagegen haben? Weshalb sollte überhaupt irgendjemand etwas dagegen haben, wenn wir einen Augenblick stehen bleiben und unsere Fahne ehren?« »Das soll doch nicht etwa ein Spielchen sein, oder?« fragte der Colonel. Niklas war plötzlich verletzt. Er schaute mit umflorten Augen über den Tisch und sagte, »Mein Vater ist in Vietnam gefallen. Er hat einen Orden bekommen. Die Fahne bedeutet mir sehr viel.« Und damit war die Sache abgemacht. Richter Harkin begrüßte sie mit einem freundlichen Freitagslächeln, als sie einer nach dem anderen durch die Tür hereinkam. Er war darauf vorbereitet, durch seine Standardroutine über unerlaubte Kontakte zu hetzen und dann mit der Zeugenvernehmung weiterzumachen. Er brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, dass sie sich nicht wie üblich hinsetzten. Sie blieben stehen. Bis alle zwölf ihre Plätze erreicht hatten, dann schauten sie zur Wand links von ihm hinter dem Zeugenstand und legten die Hand aufs Herz, programmiert, dass in der unteren rechten Ecke Zeit und Datum vom Samstag standen. »Weshalb haben Sie?« »Vor fünf Jahren, als ich in Mobile wohnte, bin ich beraubt und zusammengeschlagen worden. Seither bin ich sehr vorsichtig geworden.« Niklas holte die Kassette aus dem Rekorder und gab sie dem Richter. »Die können Sie behalten. Ich habe eine Kopie.« »Hallo, Fitch.« »Ich bin's, Marley«, sagte die Stimme, nach der er sich so gesehnt hatte. »Ich weiß nicht, wie der Mann heißt, den Sie vorigen Donnerstag in Esters Wohnung geschickt haben, um 16.52 Uhr, um präzise zu sein.« Fitch rang nach Luft. »Wie dem auch sei, später haben Sie diesen Gangster in den Gerichtssaal geschickt, vorige Mittwoch.« »Ziemlich dämlich, weil Ister den Mann wiedererkannt und den Richter informiert hat und der hat ihn sich auch ganz genau angesehen.« »Hören Sie noch zu, Fitch?« Er hörte zu, atmete aber nicht. »Ja«, fauchte er. »Und jetzt weiß der Richter auch, dass dieser Mann in Esters Wohnung eingebrochen ist und er hat einen Haftbefehl ausgestellt. Also sehen Sie zu, dass Sie ihn aus der Stadt schaffen. Sonst könnte es unangenehm für Sie werden. Vielleicht würden Sie sogar selbst verhaftet. Das ist im Moment alles.« Fitch rasten mindestens 100 Fragen durch den Kopf, aber er wusste, dass er schnell reagieren musste. Drei Minuten später war Doyle auf dem Highway in Richtung Osten unterwegs. Zwei Stunden später flog er nach Chicago. »Woher wusste sie das alles?« Um halb vier am Montag brach Richter Harkin Dr. Kilwins Aussage ab und schickte ihn für den Rest des Tages nach Hause. Er schickte die Geschworenen in ihr Zimmer zurück und ließ den Gerichtssaal von allen Zuschauern räumen. Richter Harkin räusperte sich und wendete sich dann der Horde der ihn eingehend musternden Anwälte zu. »Meine Herren, ich habe erfahren, dass einige meiner Geschworenen, wenn nicht sogar alle, das Gefühl haben, beobachtet und beschattert zu werden. Ich habe eindeutige Beweise dafür, dass zumindest einer der Geschworenen das Opfer eines Einbruchs geworden ist.« Er ließ das einsickern und das tat es sichtlich. Die Anwälte waren fassungslos. »Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann den Prozess für gescheitert erklären oder ich kann die Geschworenen isolieren und einschließen. Ich neige dazu, das Letzterer zu tun, so unerfreulich das auch ist. »Mr. Rohr?« Rohr erhob sich nur langsam und einen Augenblick lang wusste er nicht, was er sagen sollte. »Äh, also, Richter, wir möchten natürlich nicht, dass der Prozess für gescheitert erklärt wird. Ich meine, ich bin sicher, dass wir nichts Unrechtes getan haben.« Er warf einen Blick zum Tisch der Verteidigung hinüber. »Jemand ist bei einem Geschworenen eingebrochen?« »Genau das habe ich gesagt. Den Beweis werde ich Ihnen gleich zeigen.« »Mr. Cable?« »Das ist ziemlich schockierend, Euer Ehren.« »Das ist es in der Tat. Bringen Sie die geschworene Nummer 4 herein, Stella Julik«, wies seine Ehren Willis an. Stella war steif vor Angst und bereits blass, als sie den Gerichtssaal betrat. »Bitte nehmen Sie im Zeugenstand Platz, Mrs. Julik. Es wird nicht lange dauern.« Der Richter lächelte ermutigend und deutete auf den Stuhl im Zeugenstand. »Und jetzt, Mrs. Julik, möchte ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Waren Sie übers Wochenende Miami?« »Ja, Sir«, erwiderte sie langsam. »Ist, während Sie dort waren, irgendetwas Ungewöhnliches passiert?« Ihre Augen fingen an zu schwimmen und die arme Frau war nahe daran, die Beherrschung zu verlieren. Richter Harkin sagte, »Keine Sorge, Mrs. Julik. Sie haben nichts Unrechtes getan. Erzählen Sie uns nur, was passiert ist.« »Wir sind Freitagabend im Hotel angekommen und als wir ungefähr zwei oder drei Stunden dort waren, hat das Telefon geläutet und es war irgendeine Frau dran, die uns sagte, wir würden von diesen Männern von den Tabakkonzernen beschattet. Sie sagte, sie wären uns von Biloxi ausgefolgt und sie wüssten unsere Flugnummern und überhaupt alles. »Haben Sie jemanden gesehen, der Ihnen gefolgt ist?« »Also, offengestanden, ich habe das Hotelzimmer nicht mehr verlassen.« »Es hat mich so geängstigt.« Stella begriff plötzlich, dass dies ihr Ausweg war, genau der richtige Moment einen so mitgenommenen Eindruck zu machen, dass sie nicht fortfahren konnte. Ohne große Anstrengung begannen die Tränen zu fließen. »Sonst noch etwas, Mrs. Julik?« »Nein«, sagte sie schluchzend. »Es ist so furchtbar, ich kann nicht.« Alles Weitere ging in jammervollem Schluchzen unter. Seine Ehren sah die Anwälte an. »Ich werde Mrs. Julik entlassen und sie durch Stellvertreter Nummer 1 ersetzen.« Ihre Entlassung war ein Schlag für die Verteidigung. Sie war während der Auswahl hoch eingeschätzt worden. Sie rauchte seit 24 Jahren und hatte noch nie versucht, damit aufzuhören. Ihr Ersatz war ein völlig unberechenbarer Mann. »Holen Sie den geschworenen Nummer 2.« »Niklas Easter«, sagte Harkin zu Willis. Während Easter herbeigeschafft wurde, rollte Gloria Lane einen Tisch mit einem Fernseher und einem Videogerät in den Saal. Die Anwälte begannen, auf ihren Stiften zu kauen. Insbesondere die der Verteidigung. Was, so fragte sich Dörbert Cable, hat Fitch nun wieder angestellt. Easter nahm im Zeugenstand Platz und schlug die Beine übereinander. Wenn er ängstlich oder nervös war, ließ er es sich jedenfalls nicht anmerken. Der Richter fragte ihn nach dem mysteriösen Mann, der ihm gefolgt war, und Easter nannte die exakten Zeiten und Orte, an denen er den Mann gesehen hatte. Und er berichtete detailliert, was vorigen Mittwoch passiert war, als er den Mann im Gerichtssaal entdeckt hatte. Dann beschrieb er die Sicherheitsvorkehrungen, die er in seiner Wohnung getroffen hatte, und spielte das Band ab. Fitch konnte den verdammten Bildschirm durch die versteckte Kamera nicht sehen. Aber er hörte jedes Wort, das Easter sagte. Von seinem Nacken her begann sich ein heftiger Kopfschmerz auszubreiten. Die elf Geschworenen und die drei Stellvertreter waren in den Gerichtssaal zurückgerufen worden. Stellas Lehrerplatz in der ersten Reihe wurde von Philip Savelle eingenommen. Einem 48 Jahre alten Sonderling, aus dem keine Seite schlau geworden war. Er bezeichnete sich als selbstständigen Baumchirurgen, war ledig, Agnostiker und Nichtraucher. Richter Haken entschuldigte sich für das, was er zu tun im Begriff stand. Die Isolierung einer Jury war eine seltene, radikale Maßnahme. Aber in diesem Fall blieb ihm keine andere Wahl. Es hatte gesetzwidrige Kontakte gegeben. Er hatte keinen Grund zu der Annahme, dass sie aufhören würden, ungeachtet seiner Warnungen. Es gefiel ihm ganz und gar nicht, und er bedauerte die Unannehmlichkeiten, die das Ganze mit sich bringen würde, aber seine Aufgabe war es nun einmal, einen fairen Prozess zu garantieren. Die 14 Geschworenen sollten jetzt nach Hause gehen, packen, ihre Angelegenheiten ordnen und sich morgen früh zurückmelden, bereit, die nächsten beiden Wochen in einem Motel zu verbringen. Wegen Jerrys Vorliebe für Bier, Glücksspiel und ganz allgemein jede Form von Trubel, schlug Niklas vor, dass sie sich am Montagabend in einem Casino treffen sollten, um die letzten paar Stunden Freiheit zu feiern. Jerry hielt das für einen großartigen Vorschlag. Als die beiden das Gerichtsgebäude verließen, spielten sie mit der Idee, ein paar ihrer Kollegen dazu einzuladen. Herman kam nicht in Frage. Lonnie Shaver verschwand eiligst. Savelle war neu und unbekannt und offensichtlich besser, aus der Ferne zu genießen. Damit blieb nur noch Herrera, der Colonel, und nachdem war ihnen nicht zumute. Jerry lud Sylvia Taylor Tatum, den Pudel, ein. Die beiden waren so etwas wie Freunde geworden. Als Niklas um acht eintraf, war der Pudel bereits da, hielt einen Tisch in der überfüllten Bar frei, trank Bier vom Fass und lächelte freundlich, was sie innerhalb des Gerichtsgebäudes niemals tat. Ihr langes, lockiges Haar hatte sie im Nacken zusammengerafft. Sie trug hautenge, ausgeblichene Jeans, einen flauschigen Pullover und rote Cowboy-Stiefel. Sylvia hatte die dunklen, traurigen, welterfahrenen Augen einer vom Leben geschlagenen Frau und Niklas war entschlossen, so schnell und so tief wie möglich zu graben, bevor Fernandes eintraf. Sie hatte das erste Mal mit 19 geheiratet und aus dieser Ehe waren Zwillinge hervorgegangen. Zwei Jungen, die jetzt 20 waren. Einer arbeitete auf einer Ölplattform vor der Küste, der andere ging noch aufs College. Ehemann Nummer zwei war ein älterer Mann gewesen und glücklicherweise bekamen sie keine Kinder. Die Ehe dauerte sieben Jahre, dann tauschte er sie gegen ein neueres Modell ein. Jerry erschien ziemlich abgehetzt und warf nervöse Blicke hinter sich, bevor er sich für sein Zu-Spät-Kommen entschuldigte. Er kippte sein erstes Bier in Sekundenschnelle hinunter und erklärte dann, er hätte das Gefühl, verfolgt zu werden. Der Pudel lachte ihn aus und meinte, dass inzwischen jeder Angehörige der Jury ständig nach hinten schaute, überzeugt, dass ihre Beschatter nicht weit entfernt sein konnten. Mit der Jury hat das nichts zu tun, sagte Jerry. Ich glaube, es ist meine Frau. Ihre Frau? fragte Niklas. Ja, ich glaube, sie hat einen Privatdetektiv auf mich angesetzt. Dann sollten sie sich darauf freuen, dass wir isoliert werden, sagte Niklas. Oh, das tue ich, sagte Jerry und zwinkerte dem Pudel zu. Lonnie Schäfer erledigte am Montagabend im Büro ein Wochenpensum. Nach vielen Versuchen erreichte er George Ticker zu Hause in Charlotte und informierte ihn, dass die Jury für den Rest des Prozesses isoliert werden sollte. Ticker tat richtig mitfühlend und gab im Laufe des Gesprächs noch einmal seine ernsten Bedenken über den Ausgang des Prozesses Ausdruck. Unsere Leute in New York sind der Ansicht, dass ein Urteil zugunsten der Anklage geradezu Schockwellen im gesamten Einzelhandel auslösen könnte, vor allem in unserer Branche. Und Gott allein weiß, wie hoch die Versicherungsprämien dann steigen werden. Ich werde tun, was ich kann, versprach Lonnie. Niklas traf am Dienstagmorgen als Erster ein, mit zwei Sporttaschen, vollgestopft mit Kleidung und Toilettenartikeln. Ludell, Willis und ein neuer Deputy warteten auf dem Flur, um die Taschen entgegenzunehmen und zu durchsuchen. Niemand durchsucht diese Taschen, verkündete Niklas und betrat das leere Geschworenenzimmer. Anordnung vom Richter, sagte Ludell, die ihm hinterherging. Es ist mir egal, was der Richter angeordnet hat. Niemand durchsucht meine Taschen. Er stellte sie in einer Ecke ab, ging zur Kaffeekanne und sagte zu Willis und Ludell, die an der Tür standen, und jetzt verschwindet. Das hier ist das Geschworenenzimmer. Sie wichen zurück und Ludell machte die Tür zu. Eine Minute verging, bevor auf dem Flur Worte zu hören waren. Niklas öffnete die Tür und sah Millie Dupre mit schweißnasser Stirn, die mit zwei riesigen Samsonite-Koffern vor Ludell und Willis stand. Sie bilden sich ein, sie würden unser Gepäck durchsuchen, aber das werden sie nicht tun, erklärte Niklas. Wir stellen es erst mal hier ab. Er ergriff den ihm am nächsten stehenden Koffer und deponierte ihn bei den anderen Taschen im Geschworenenzimmer. Richterliche Anordnung, hörten sie Ludell murmeln. Wir sind keine Terroristen, fuhr Niklas sie an. Was denkt er denn, was wir vorhaben? Waffen oder Drogen oder sonst was einschmuggeln? Millie dankte Niklas dafür, dass er ihre Privatsphäre geschützt hatte. In den Koffern waren Dinge, die, nun ja, sie wollte einfach nicht, dass Männer wie Willis oder sonst jemand sie anfassten oder betasteten. Verschwindet, brüllte Niklas, auf Ludell und Willis zeigend, die sich schleunigst wieder auf den Flur zurückzogen. Viertel vor neun waren alle zwölf Geschworenen eingetroffen und im Zimmer türmte sich das Gepäck, das Niklas aufgestapelt hatte. Er hatte es geschafft, die Jury so aufzupeitschen, dass sie inzwischen alle aufs Äußerste gereizt waren. Um neun klopfte Ludell, um zu sagen, der Richter erwartet sie. Der Richter kann sich zum Teufel scheren, rief Niklas durch die verschlossene Tür. Probleme mit den Geschworenen. Das war aufregend genug, um die Leute am Dienstagmorgen wieder in den Gerichtssaal zurückzulocken. Es hatte sich schnell herumgesprochen, dass eine Geschworene entlassen und in die Wohnung eines anderen Geschworenen eingebrochen worden war und nun war der Richter wütend und hatte die Einschließung der gesamten Jury angeordnet. Als Ludell ihre Nachricht überbracht hatte, zog Haken sein Mikrofon dichter heran und sagte, »Meine Herren, wir haben ein kleines Problem mit den Geschworenen. Ich bitte Mr. Rohr und Mr. Cable, mich zu begleiten.« Die Tür war wieder abgeschlossen. Der Richter klopfte höflich. »Wer ist da?« kam eine Männerstimme von drinnen. »Richter Haken!« sagte er laut. Niklas schloss die Tür auf und öffnete sie. Haken, in einem grauen Anzug, ohne Robe, betrat mit Rohr und Cable im Schlepptau das Zimmer. »Wo liegt das Problem?« fragte er. »Wir finden es nicht fair, dass die Deputies unser Gepäck durchsuchen sollen. Und weshalb nicht? Das liegt doch auf der Hand. Das sind unsere persönlichen Dinge. Wir sind keine Terroristen oder Drogenschmuggler und Sie sind kein Zollbeamter.« Easters Ton war gebieterisch und die Tatsache, dass er einem Richter gegenüber so kühne Worte gebrauchte, machte die Geschworenen sehr stolz. Er war einer von ihnen, fraglos ihr Anführer, ungeachtet dessen, was Herman dachte, und er hatte ihnen mehr als einmal erklärt, dass Sie, nicht der Richter, nicht die Anwälte, nicht die Parteien, sondern Sie, die Geschworenen, die wichtigsten Leute in diesem Prozess waren. »Das ist Routine, bei jeder Isolierung einer Jury«, sagte seine Ehren. »Aber schwarz auf weiß steht das nirgends, richtig? Ich wette sogar, es ist lediglich eine Sache des Ermessens von Seiten des vorsitzenden Richters. Richtig? Es gibt einige gute Gründe dafür. Nicht gut genug. Wir kommen nicht heraus, euer Ehren, solange Sie uns nicht zugesagt haben, dass unser Gepäck in Ruhe gelassen wird.« Easter hatte mit verbissener Miene gesprochen und dem Richter und den Anwälten war klar, dass er es ernst meinte. Harkin machte den Fehler, über die Schulter hinweg einen Blick auf Raw zu werfen, der es nicht abwarten konnte, ein paar Gedanken zu äußern. »Also, Richter, was ist denn schon dabei?« platzte er heraus. »Diese Leute schleppen doch keinen Plastiksprengstoff mit sich herum.« »Das reicht«, sagte Harkin, aber Raw hatte es geschafft, bei denen er an würde. Für Wendell Raw und das Team der Anklage hatte das Wochenende keine Ruhepause mit sich gebracht. Der Prozess allein stellte schon genug Anforderungen, aber die Ablenkung durch das Fax von MM am Freitag hatte jeden Anschein von Ordnung vernichtet. Sie hatten seinen Ursprung zu einer Raststätte in der Nähe von Hattesburg zurückverfolgt und nachdem er ein bisschen Geld bekommen hatte, hatte ein Angestellter die vage Beschreibung einer jungen Frau geliefert. Ende 20, vielleicht Anfang 30, mit dunklem Haar und einem Halb von einer dunklen Sonnenbrille verdeckten Gesicht. Sie war schlank, das war sicher. Aber schließlich war es an einem Freitagmorgen vor neun gewesen, eine Zeit, wo es immer besonders hektisch zuging. Alle Hauptanwälte der Anklage, eine Gruppe mit insgesamt 150 Jahren Prozesserfahrung, waren sich einig darin, dass das etwas völlig Neues war. Keiner von ihnen konnte sich an einen einzigen Prozess erinnern, bei dem eine außenstehende Person den beteiligten Anwälten Hinweise darauf geliefert hatte, was die Geschworenen tun würden. Sie waren sich auch einig in der Überzeugung, dass sie, MM, sich wieder melden würde. Geld für ein Urteil. Sie brachten jedoch nicht den Mut auf, eine Strategie zu planen, wie sie reagieren würden, wenn sie verhandeln wollte. Später vielleicht, aber jetzt noch nicht. Fitch dagegen dachte an kaum etwas anderes. Er hatte das Wochenende damit verbracht, sich die Geschworenen abermals anzusehen, sich mit Anwälten zu treffen und die Ansichten seiner Jury-Experten anzuhören und hatte geraume Zeit mit Martin Jenkel von Pinex am Telefon verbracht. Er war zufrieden mit der Show, die Ken und Ben in Charlotte abgezogen hatten. Fitch schlief am Samstag vier und am Sonntag fünf Stunden ungefähr sein Durchschnitt, aber er schlief nicht gut. Er träumte von Marley und davon, was sie ihm vielleicht einbringen würde. Das hier konnte möglicherweise sein bisher leichtester Sieg werden. Dr. Kilwin zufolge bringen Zigaretten jährlich 400.000 Amerikaner zu Tode und er hatte vier große Tabellen, um es zu beweisen. Es ist das tödlichste Produkt auf dem Markt. Kein anderes ist auch nur annähernd damit vergleichbar. Ausgenommen Waffen. Und die sind natürlich nicht dazu gedacht, auf Menschen gerichtet und abgefeuert zu werden. Zigaretten aber sind dazu gedacht, angezündet und geraucht zu werden. Das ist ihre bestimmungsgemäße Verwendung. Sie sind genau dann tödlich, wenn man sie so benutzt, wie sie gedacht sind. Niklas entschuldigte sich vor dem Lunch und ging rasch durch die schmalen Korridore in das Amtszimmer, in dem der Richter ganz allein vor seinem Sandwich sitzend auf ihn wartete. Wissen die anderen, dass sie hier sind? fragte Haken. Nein, aber ich muss mich beeilen. Dreierlei. Stella Julik Nummer 4 vordere Reihe war am Wochenende Miami und wurde dort von unbekannten Personen beschattet, die vermutlich für die Tabakindustrie arbeiten. Sie hat versucht, es einer anderen Geschworenen zuzuflüstern. Fragen Sie mich nicht, woher sie wusste, dass dir jemand folgte. Ich habe nicht alles gehört, aber die arme Frau ist völlig mit den Nerven fertig. Weiter. Zweitens, Frank Herrera, Nummer 7. Wir haben neulich schon über ihn gesprochen. Also, seine Ansicht steht fest. Ich fürchte, er versucht, andere zu beeinflussen. Herrera ist auf jeden Fall Gift. Okay. Und drittens? Niklas holte eine Videokassette hervor und deutete mit einem Kopfnicken auf einen Videorekorder. Darf ich? Niklas drückte auf den Einschaltknopf und legte die Kassette ein. Sie erinnern sich an den Mann, den ich vorige Woche im Gericht gesehen habe, den, der mir gefolgt ist? Also, hier ist er. Wann hat, fragte Haken langsam, immer noch fassungslos, Samstag nach Mittag. Ich habe eine Acht-Stunden-Schicht gearbeitet und dieser Kerl ist eingebrochen, während ich im Laden war. Nicht ganz wahr, aber Richter Haken wurde den Unterschied nie erfahren. Niklas hatte das Video so umprogrammiert, dass in der unteren rechten Ecke Zeit und Datum vom Samstag standen. Weshalb haben Sie? Vor fünf Jahren, als ich in Mobile wohnte, bin ich beraubt und zusammengeschlagen worden. Seither bin ich sehr vorsichtig geworden. Niklas holte die Kassette aus dem Rekorder und gab sie dem Richter. Die können Sie behalten. Ich habe eine Kopie. Hallo, Fitch. Ich bin's, Marley, sagte die Stimme, nach der er sich so gesehnt hatte. Ich weiß nicht, wie der Mann heißt, den Sie vorigen Donnerstag in Esters Wohnung geschickt haben, um 16.52 Uhr, um präzise zu sein. Fitch rang nach Luft. Wie dem auch sei, später haben Sie diesen Gangster in den Gerichtssaal geschickt, vorigen Mittwoch. Ziemlich dämlich, weil Ester den Mann wiedererkannt und den Richter informiert hat und der hat ihn sich auch ganz genau angesehen. Hören Sie noch zu, Fitch? Er hörte zu, atmete aber nicht. Ja, fauchte er. Und jetzt weiß der Richter auch, dass dieser Mann in Esters Wohnung eingebrochen ist und er hat einen Haftbefehl ausgestellt. Also sehen Sie zu, dass Sie ihn aus der Stadt schaffen, sonst könnte es unangenehm für Sie werden. Vielleicht würden Sie sogar selbst verhaftet. Das ist im Moment alles. Fitch rasten mindestens hundert Fragen durch den Kopf, aber er wusste, dass er schnell reagieren musste. Drei Minuten später war Doyle auf dem Highway in Richtung Osten unterwegs. Zwei Stunden später flog er nach Chicago. Woher wusste sie das alles? Um halb vier am Montag brach Richter Harkin Dr. Kilvins Aussage ab und schickte ihn für den Rest des Tages nach Hause. Er schickte die Geschworenen in ihr Zimmer zurück und ließ den Gerichtssaal von allen Zuschauern räumen. Richter Harkin räusperte sich und wendete sich dann der Horde der ihnen eingehend musternden Anwälte zu. Meine Herren, ich habe erfahren, dass einige meiner Geschworenen, wenn nicht sogar alle, das Gefühl haben, beobachtet und beschattet zu werden. Ich habe eindeutige Beweise dafür, dass zumindest einer der Geschworenen das Opfer eines Einbruchs geworden ist. Er ließ das einsickern und das tat es sichtlich. Die Anwälte waren fassungslos. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann den Prozess für gescheitert erklären oder ich kann die Geschworenen isolieren und einschließen. Ich neige dazu, das Letzterer zu tun, so unerfreulich das auch ist. Mr. Rohr? Rohr erhob sich nur langsam und einen Augenblick lang wusste er nicht, was er sagen sollte. Er warf einen Blick zum Tisch der Verteidigung hinüber. Jemand ist bei einem Geschworenen eingebrochen? Genau das habe ich gesagt. Den Beweis werde ich Ihnen gleich zeigen. Mr. Cable? Das ist ziemlich schockierend, euer Ehren. Das ist es in der Tat. Bringen Sie die geschworene Nummer vier herein, Stella Julik, wies seine Ehren Willis an. Stella war steif vor Angst und bereits blass, als sie den Gerichtssaal betrat. Bitte nehmen Sie im Zeugenstand Platz, Mrs. Julik. Es wird nicht lange dauern. Der Richter lächelte ermutigend und deutete auf den Stuhl im Zeugenstand. Und jetzt, Mrs. Julik, möchte ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Waren Sie übers Wochenende Miami? Ja, Sir, erwiderte sie langsam. Ist, während Sie dort waren, irgendetwas Ungewöhnliches passiert? Ihre Augen fingen an zu schwimmen und die arme Frau war nahe daran, die Beherrschung zu verlieren. Richter Harkin sagte, keine Sorge, Mrs. Julik, Sie haben nichts Unrechtes getan. Erzählen Sie uns nur, was passiert ist. Wir sind Freitagabend im Hotel angekommen und als wir ungefähr zwei oder drei Stunden dort waren, hat das Telefon geläutet und es war irgendeine Frau dran, die uns sagte, wir würden von diesen Männern von den Tabakkonzernen beschattet. Sie sagte, sie wären uns von Biloxi ausgefolgt und sie wüssten unsere Flugnummern und überhaupt alles. Haben Sie jemanden gesehen, der Ihnen gefolgt ist? Also offengestanden, ich habe das Hotelzimmer nicht mehr verlassen. Es hat mich so geängstigt. Stella begriff plötzlich, dass dies ihr Ausweg war, genau der richtige Moment, einen so mitgenommenen Eindruck zu machen, dass sie nicht fortfahren konnte. Ohne große Anstrengung begannen die Tränen zu fließen. Sonst noch etwas, Mrs. Julik? Nein, sagte sie schluchzend. Es ist so furchtbar, ich kann nicht. Alles Weitere ging in jammervollem Schluchzen unter. Seine Ehren sah die Anwälte an. Ich werde Mrs. Julik entlassen und sie durch Stellvertreter Nummer eins ersetzen. Ihre Entlassung war ein Schlag für die Verteidigung. Sie war während der Auswahl hoch eingeschätzt worden. Sie rauchte seit 24 Jahren und hatte noch nie versucht, damit aufzuhören. Ihr Ersatz war ein völlig unberechenbarer Mann. Holen Sie den geschworenen Nummer zwei, Niklas Easter, sagte Harkin zu Willis. Während Easter herbeigeschafft wurde, rollte Gloria Lane einen Tisch mit einem Fernseher und einem Videogerät in den Saal. Die Anwälte begannen, auf ihren Stiften zu kauen, insbesondere die der Verteidigung. Was, so fragte sich Dörbert Cable, hat Fitch nun wieder angestellt? Easter nahm im Zeugenstand Platz und schlug die Beine übereinander. Wenn er ängstlich oder nervös war, ließ er es sich jedenfalls nicht anmerken. Der Richter fragte ihn nach dem mysteriösen Mann, der ihm gefolgt war, und Easter nannte die exakten Zeiten und Orte, an denen er den Mann gesehen hatte. Und er berichtete detailliert, was vorigen Mittwoch passiert war, als er den Mann im Gerichtssaal entdeckt hatte. Dann beschrieb er die Sicherheitsvorkehrungen, die er in seiner Wohnung getroffen hatte und spielte das Band ab. Fitch konnte den verdammten Bildschirm durch die versteckte Kamera nicht sehen, aber er hörte jedes Wort, das Easter sagte. Von seinem Nacken her begann sich ein heftiger Kopfschmerz auszubreiten. Die elf Geschworenen und die drei Stellvertreter waren in den Gerichtssaal zurückgerufen worden. Stellas leerer Platz in der ersten Reihe wurde von Philipp Savelle eingenommen, einem 48 Jahre alten Sonderling, aus dem keine Seite schlau geworden war. Er bezeichnete sich als selbstständigen Baumchirurgen, war ledig, Agnostiker und Nichtraucher. Richter Haken entschuldigte sich für das, was er zu tun im Begriff stand. Die Isolierung einer Jury war eine seltene, radikale Maßnahme. Aber in diesem Fall blieb ihm keine andere Wahl. Es hatte gesetzwidrige Kontakte gegeben. Er hatte keinen Grund zu der Annahme, dass sie aufhören würden, ungeachtet seiner Warnungen. Es gefiel ihm ganz und gar nicht und er bedauerte die Unannehmlichkeiten, die das Ganze mit sich bringen würde, aber seine Aufgabe war es nun einmal, einen fairen Prozess zu garantieren. Die 14 Geschworenen sollten jetzt nach Hause gehen, packen, ihre Angelegenheiten ordnen und sich morgen früh zurückmelden, bereit, die nächsten beiden Wochen in einem Motel zu verbringen. Wegen Jerrys Vorliebe für Bier, Glücksspiel und ganz allgemein jede Form von Trubel schlug Niklas vor, dass sie sich am Montagabend in einem Casino treffen sollten, um die letzten paar Stunden Freiheit zu feiern. Jerry hielt das für einen großartigen Vorschlag. Als die beiden das Gerichtsgebäude verließen, spielten sie mit der Idee, ein paar ihrer Kollegen dazu einzuladen. Herman kam nicht in Frage. Lonnie Schaver verschwand eiligst. Saville war neu und unbekannt und offensichtlich besser aus der Ferne zu genießen. Damit blieb nur noch Herrera, der Colonel, und nachdem war ihnen nicht zumute. Jerry lud Sylvia Taylor Tatum den Pudel ein. Die beiden waren so etwas wie Freunde geworden. Als Niklas um acht eintraf, war der Pudel bereits da, hielt einen Tisch in der überfüllten Bar frei, trank Bier vom Fass und lächelte freundlich, was sie innerhalb des Gerichtsgebäudes niemals tat. Ihr langes, lockiges Haar hatte sie im Nacken zusammengerafft. Sie trug hautenge, ausgeblichene Jeans, einen flauschigen Pullover und rote Cowboy-Stiefel. Sylvia hatte die dunklen, traurigen, welterfahrenen Augen einer vom Leben geschlagenen Frau. Niklas war entschlossen, so schnell und so tief wie möglich zu graben, bevor Fernandes eintraf. Sie hatte das erste Mal mit 19 geheiratet. Und aus dieser Ehe waren Zwillinge hervorgegangen. Zwei Jungen, die jetzt zwanzig waren. Einer arbeitete auf einer Ölplattform vor der Küste, der andere ging noch aufs College. Ehemann Nummer zwei war ein älterer Mann gewesen und glücklicherweise bekamen sie keine Kinder. Die Ehe dauerte sieben Jahre, dann tauschte er sie gegen ein neueres Modell ein. Jerry erschien ziemlich abgehetzt und warf nervöse Blicke hinter sich, bevor er sich für sein Zuspätkommen entschuldigte. Er kippte sein erstes Bier in Sekundenschnelle hinunter und erklärte dann, er hätte das Gefühl verfolgt zu werden. Der Pudel lachte ihn aus und meinte, dass inzwischen jeder Angehörige der Jury ständig nach hinten schaute, überzeugt, dass ihre Beschatter nicht weit entfernt sein konnten. Mit der Jury hat das nichts zu tun, sagte Jerry. Ich glaube, es ist meine Frau. Ihre Frau? fragte Niklas. Ja, ich glaube, sie hat einen Privatdetektiv auf mich angesetzt. Dann sollten sie sich darauf freuen, dass wir isoliert werden, sagte Niklas. Oh, das tue ich, sagte Jerry und zwinkerte dem Pudel zu. Lonnie Shaver erledigte am Montagabend im Büro ein Wochenpensum. Nach vielen Versuchen erreichte er George Ticker zu Hause in Charlotte und informierte ihn, dass die Jury für den Rest des Prozesses isoliert werden sollte. Ticker tat richtig mitfühlend und gab im Laufe des Gesprächs noch einmal seine ernsten Bedenken über den Ausgang des Prozesses Ausdruck. Unsere Leute in New York sind der Ansicht, dass ein Urteil zugunsten der Anklage geradezu Schockwellen im gesamten Einzelhandel auslösen könnte, vor allem in unserer Branche. Und Gott allein weiß, wie hoch die Versicherungsprämien dann steigen werden. Ich werde tun, was ich kann, versprach Lonnie. Niklas traf am Dienstagmorgen als Erster ein, mit zwei Sporttaschen, vollgestopft mit Kleidung und Toilettenartikeln. Ludell, Willis und ein neuer Deputy warteten auf dem Flur, um die Taschen entgegenzunehmen und zu durchsuchen. Niemand durchsucht diese Taschen, verkündete Niklas und betrat das leere Geschworenenzimmer. Anordnung vom Richter, sagte Ludell, die ihm hinterherging. Es ist mir egal, was der Richter angeordnet hat. Niemand durchsucht meine Taschen. Er stellte sie in einer Ecke ab, ging zur Kaffeekanne und sagte zu Willis und Ludell, die an der Tür standen, und jetzt verschwindet. Das hier ist das Geschworenenzimmer. Sie wichen zurück und Ludell machte die Tür zu. Eine Minute verging, bevor auf dem Flur Worte zu hören waren. Niklas öffnete die Tür und sah Millie Dupre mit schweißnasser Stirn, die mit zwei riesigen Samsonite-Koffern vor Ludell und Willis stand. Sie bilden sich ein, sie würden unser Gepäck durchsuchen, aber das werden sie nicht tun, erklärte Niklas. Wir stellen es erstmal hier ab. Er ergriff den ihm am nächsten stehenden Koffer und deponierte ihn bei den anderen Taschen im geschworenen Zimmer. Richterliche Anordnung, hörten sie Ludell murmeln. Wir sind keine Terroristen, fuhr Niklas sie an. Was denkt er denn, was wir vorhaben? Waffen oder Drogen oder sonst was einschmuggeln? Millie dankte Niklas dafür, dass er ihre Privatsphäre geschützt hatte. In den Koffern waren Dinge, die, nun ja, sie wollte einfach nicht, dass Männer wie Willis oder sonst jemand sie anfassten oder betasteten. Verschwindet, brüllte Niklas, auf Ludell und Willis zeigend, die sich schleunigst wieder auf den Flur zurückzogen. Viertel vor neun waren alle zwölf Geschworenen eingetroffen und im Zimmer türmte sich das Gepäck, das Niklas aufgestapelt hatte. Er hatte es geschafft, die Jury so aufzupeitschen, dass sie inzwischen alle aufs Äußerste gereizt waren. Um neun klopfte Ludell, um zu sagen, der Richter erwartet sie. Der Richter kann sich zum Teufel scheren, rief Niklas durch die verschlossene Tür. Probleme mit den Geschworenen. Das war aufregend genug, um die Leute am Dienstagmorgen wieder in den Gerichtssaal zurückzulocken. Es hatte sich schnell herumgesprochen, dass eine Geschworene entlassen und in die Wohnung eines anderen Geschworenen eingebrochen worden war und nun war der Richter wütend und hatte die Einschließung der gesamten Jury angeordnet. Als Ludell ihre Nachricht überbracht hatte, zog Haken sein Mikrofon dichter heran und sagte, Meine Herren, wir haben ein kleines Problem mit den Geschworenen. Ich bitte Mr. Rohr und Mr. Cable, mich zu begleiten. Die Tür war wieder abgeschlossen. Der Richter klopfte höflich. Wer ist da? kam eine Männerstimme von drinnen. Richter Haken, sagte er laut. Niklas schloss die Tür auf und öffnete sie. Haken, in einem grauen Anzug, ohne Robe, betrat mit Rohr und Cable im Schlepptau das Zimmer. Wo liegt das Problem? fragte er. Wir finden es nicht fair, dass die Deputies unser Gepäck durchsuchen sollen. Und weshalb nicht? Das liegt doch auf der Hand. Das sind unsere persönlichen Dinge. Wir sind keine Terroristen oder Drogenschmuggler und sie sind kein Zollbeamter. Easters Ton war gebieterisch und die Tatsache, dass er einem Richter gegenüber so kühne Worte gebrauchte, machte die Geschworenen sehr stolz. Er war einer von ihnen, fraglos ihr Anführer, ungeachtet dessen, was Herman dachte, und er hatte ihnen mehr als einmal erklärt, dass sie, nicht der Richter, nicht die Anwälte, nicht die Parteien, sondern sie, die Geschworenen, die wichtigsten Leute in diesem Prozess waren. Das ist Routine, bei jeder Isolierung einer Jury, sagte seine Ehren. Aber schwarz auf weiß steht das nirgends, richtig? Ich wette sogar, es ist lediglich eine Sache des Ermessens von Seiten des vorsitzenden Richters, richtig? Es gibt einige gute Gründe dafür, nicht gut genug. Wir kommen nicht heraus, euer Ehren, solange sie uns nicht zugesagt haben, dass unser Gepäck in Ruhe gelassen wird. Easter hatte mit verbissener Miene gesprochen und dem Richter und den Anwälten war klar, dass er es ernst meinte. Haken machte den Fehler, über die Schulter hinweg einen Blick auf Rohr zu werfen, der es nicht abwarten konnte, ein paar Gedanken zu äußern. Also Richter, was ist denn schon dabei? Platzte er heraus. Diese Leute schleppen doch keinen Plastiksprengstoff mit sich herum. Das reicht, sagte Haken, aber Rohr hatte es geschafft, bei den Geschworenen einen kleinen Pluspunkt einzuhalten. Danach hat er jung gearbeitet, bis zu dem Tag, an dem er gekündigt hatte. Er hatte sich eingehend mit der Tabakpflanze beschäftigt, um mit tausend Methoden ihren Anbau effizienter zu gestalten. Er hielt sich für einen Experten auf diesem Gebiet, hatte aber nicht vor, als Experte auszusagen und Ansichten vorzutragen, nur Tatsachen. 1969 hatte er eine dreijährige Untersuchung über die Möglichkeit des Anbaus einer experimentellen Tabaksorte abgeschlossen, die als Raleigh 4 bezeichnet wurde. Sie enthielt nur ein Drittel des Nikotins von normalem Tabak. Crickler gelangte, gestützt auf zahlreiche Untersuchungen, zu dem Schluss, dass Raleigh 4 ebenso effizient angebaut und kultiviert werden konnte, wie alle anderen Tabaksorten, die UTEP damals verwendete. Es war eine grandiose Arbeit gewesen, auf die er sehr stolz war, und er war zutiefst enttäuscht, als seine Untersuchung von den Leuten weiter oben in der Firma zunächst einmal ignoriert wurde. Er kämpfte sich durch die festgefahrene Bürokratie der höheren Etagen mit niederschmetternden Resultaten. Niemand schien sich für diese neue Tabaksorte mit wesentlich weniger Nikotin zu interessieren. Danach fuhr er, dass es ein großer Irrtum war. Seine Bosse interessierten sich sehr für den Nikotingehalt. Im Sommer 1971 bekam er eine interne Aktennotiz zu Gesicht, in der das obere Management angewiesen wurde, unauffällig alles Menschenmögliche zu tun, um Craiglers Arbeit an Raleigh 4 zu diskreditieren. Seine eigenen Leute stießen ihm lautlos das Messer in den Rücken. Er bewahrte Ruhe, verriet niemandem, dass er die Aktennotiz kannte und machte sich heimlich daran, die Gründe für die Verschwörung gegen ihn zu ermitteln. An diesem Punkt seiner Aussage legte die Anklage zwei Dokumente als Beweisstücke vor. Die umfangreiche von Craigler 1969 abgeschlossene Untersuchung und die Aktennotiz von 1971. Das Ergebnis fiel überdeutlich aus und es bestätigte etwas, das er bereits geeigwöhnt hatte. UTEP konnte es sich nicht leisten, Tabak mit entschieden weniger Nikotin anzubauen, weil Nikotin Profit bedeutete. Die Industrie wusste bereits seit Ende der 30er Jahre, dass Nikotin süchtig macht. Woher wissen Sie, dass die Industrie das wusste? fragte Raw ganz gezielt. Mit Ausnahme der Anwälte der Verteidigung, die ihr Bestes taten, einen gelangweilten und uninteressierten Eindruck zu erwecken, hörte der ganze Saal mit gespannter Aufmerksamkeit zu. Das ist in der Industrie allgemein bekannt, entgegnete Craigler. Ende der 30er Jahre wurde eine geheime, von der Tabakindustrie bezahlte Untersuchung angestellt und ihr Ergebnis war der eindeutige Beweis, dass Nikotin in Zigaretten süchtig macht. Haben Sie den Bericht gesehen? Nein. Wie nicht anders zu erwarten, wurde er zurückgehalten. Sie unterrichtete die Kleinen in der Sonntagsschule und er sang im Korps. Offensichtlich hatten die Colmans keine schlechten Angewohnheiten. Aus den medizinischen Unterlagen, die sie sich von ihrem Gynäkologen beschafft hatten, ging nichts Bemerkenswertes hervor. Fitch hatte medizinische Unterlagen von sieben der zwölf Geschworenen, aber bisher keine, die das Urteil beeinflussen konnten. Aber am Dienstag um die Lunchzeit bekam er eine Chance. Sein Rechercheur in Montgomery, Alabama, hatte herausgefunden, dass Ricky Coleman, als sie noch Ricky Weld hieß, dort ein kleines College besucht hatte. Während dieser Zeit hatte sie eine Abtreibung vornehmen lassen. Fitch war bereit, eine Tonne Geld darauf zu wetten, dass die Abtreibung ein dunkles Geheimnis war, das Ricky so gut wie vergessen hatte und von dem ihr Mann bestimmt nichts wusste. Die Unterlagen waren per Fax eingetroffen. Im Motel Siesta Inn in Pass Christian, eine halbe Stunde westlich an der Küste entlang gelegen, wurden Betten inspiziert, Fernseher wurden eingeschaltet, vergeblich. Keine Programme, keine Nachrichten während der Isolierung. Nur Filme von der Sendestation des Motels. Zwei Wochen hier würden ihnen vorkommen wie ein Jahr. Fitchs Leute verfolgten den Boots natürlich. Er verließ das Gerichtsgebäude mit einer Polizei-Eskorte, Polizisten auf Motorrädern davor und dahinter. Es war leicht, sich an die Polizisten anzuhängen. Auch zwei für Raw arbeitende Detektive fuhren hinterher. Niklas hatte Savelle auf der einen und Colonel Herrera auf der anderen Seite. Die Zimmer der Männer lagen nebeneinander, die der Frauen befanden sich auf der anderen Seite des Flurs, als genügte eine strikte Trennung, um unerlaubte Techtel-Mächtel zu verhindern. Fünf Minuten nach dem aufschließen der Tür schien das Zimmer immer enger zu werden und zehn Minuten später klopfte Willis laut an und erkundigte sich, ob alles in Ordnung wäre. Einfach wundervoll, sagte Niklas, ohne die Tür zu öffnen. Aus einem Zimmer am Ende des Flurs waren die Betten herausgeschafft worden. Stattdessen war es mit zwei runden Tischen, Telefonen, bequemen Sesseln, einem Fernseher mit großem Bildschirm und einer mit allen erdenklichen alkoholfreien Getränken ausgestatteten Bar möbliert worden. Jemand nannte es das Partyzimmer und der Name blieb kleben. Jedes Telefongespräch musste von einem ihrer Bewacher genehmigt werden. Eingehende Anrufe waren nicht erlaubt. Für Notfälle stand die Rezeption zur Verfügung. In Zimmer 40, dem Partyzimmer genau gegenüber, waren die Betten durch einen provisorischen Esstisch ersetzt worden. Kein Geschworener durfte den Flügel ohne vorherige Genehmigung von Richter Harkin oder einer an Ort und Stelle erteilten Erlaubnis von Ludell oder einem der Deputies verlassen. Es gab keine Sperrstunde, weil es keinen Ort gab, wo man hätte hingehen können. Aber im Partyzimmer war um zehn Uhr Schluss. Abendessen gab es von sechs bis sieben, Frühstück von sechs bis halb neun. »Ich bin bereit für meinen ehelichen Besuch«, verkündete Jerry Fernandes beim Frühstück am nächsten Morgen. »Also«, sagte Mrs. Gladys Cart und verdrehte die Augen zur Decke. Jerry lächelte sie an, als wäre sie das Objekt seiner Begierde. Niklas erschien um die Mitte der Frühstückszeit, grüßte die anderen leise und trug eine finstere Miene zur Schau. »Ich verstehe nicht, warum wir keine Telefone haben dürfen«, waren die ersten Worte aus seinem Munde und die angenehme Morgenstimmung war plötzlich getrübt. Er ließ sich Jerry gegenüber nieder, der nach einem kurzen Blick in sein Gesicht sofort ins selbe Horn stieß. »Weshalb können wir hier kein kaltes Bier bekommen?«, fragte Jerry. »Wenn ich zu Hause bin, trinke ich jeden Abend ein kaltes Bier, vielleicht auch zwei. Wer hat das Recht, uns vorzuschreiben, was wir hier trinken dürfen?« »Richter Harkin«, sagte Milly Dupre, eine Frau, die Alkohol verabscheute. »Der kann mich.« »Und was ist mit Fernsehen?«, fragte Niklas. »Weshalb dürfen wir nicht Fernsehen? Ich habe Fern gesehen, seit der Prozess begonnen hat, und ich kann mich an keine besonderen Aufregungen erinnern. Plötzlich hatten alle am Tisch irgendetwas zu beanstanden, und binnen zehn Minuten nach Islas Ankunft waren die Geschworenen nah am revoltieren.« Am Mittwochmorgen rief Milly Fitch dreimal an. Zuerst informierte sie ihn, dass die Geschworenen wieder rebellierten, und Richter Harkin persönlich im Siesta-In erschienen war und die Wogen geglättet hatte. Dann sagte sie, dass Easter ein dunkles Jeanshemd tragen würde und rote Socken, und sie bestellte ihn um sieben in die Dachgartenbar im St. Regis Hotel in New Orleans. »Nehmen Sie einen Tisch, von dem aus Sie ins French Quarter hinuntersehen können. Ich komme später dazu. Alles klar?« »Ja.« »Und kommen Sie allein, Fitch. Wenn Sie Ihre Freunde zu dem Treffen mitbringen, ist die Sache geplatzt.« »Alles klar?« »Sie haben mein Wort.« »Warum beruhigt mich das nur so gar nicht, Fitch?« Niklas hatte eine Beschwerdeliste aufgestellt. Richter Harkin wurde an diesem Morgen aus allen Richtungen bombardiert. Er war allein auf weiter Flur und praktisch hilflos. Es ließ sich alles machen. Bier war kein Problem. Zeitungen konnten an der Rezeption zensiert werden. Gegen eingehende Telefongespräche war nichts einzuwenden. Und auch nicht gegen Fernsehen, aber nur, wenn sie versprachen, sich nicht die lokalen Nachrichten anzuschauen. Kirchenbesuche konnten arrangiert werden. Die Zusammenkunft dauerte eine Stunde. Harkin forderte eine feste Zusage, dass es von nun an keine Streiks mehr geben würde. Aber die wollte ihm Easter nicht geben. Peinex eröffnete mit einem Minus von zwei Punkten auf die Nachricht von einem zweiten Streik hin. Der Kurs sank noch um einen weiteren halben Dollar, bevor er sich fing und im Vormittagsgeschäft langsam wieder stieg. Teer in Zigaretten kann Krebs auslösen. Zumindest bei Nagetieren im Laboratorium. Dr. James Yooker aus Palo Alto arbeitete seit 15 Jahren mit Mäusen und Ratten. Er erklärte der Jury in allen Einzelheiten, wie er und sein Team Kondensate von Tabakrauch direkt auf die Haut von weißen Mäusen gerieben hatten. Die Fotos waren groß und in Farbe. Sogar ein Amateur ohne jede Erfahrung brauchte sich nur Millie Dupreys Gesicht anzusehen, um festzustellen, dass ihr die Mäuse ungeheuer leid taten und Yooker ihr zuwider war, weil er sie umbrachte. Auch Sylvia Taylor Tatum und Angel Wees waren der Abscheu deutlich anzusehen. Mrs. Gladys Card und Philipp Savelle gaben subtilere Anzeichen der Missblickung von sich. Kaninchen und Beagles konnten so kuschelige Haustiere sein. Sämtliche verfügbaren Juryberater waren während Yookers Aussage im Gerichtssaal. Raw und Genossen entschieden sich während der Mittagspause, auf die weitere Vernehmung von James Yooker zu verzichten. Ein paar Minuten vor sieben setzte sich Fitch an den Tisch mit einer hübschen Aussicht auf das French Quarter. Seine Leute, alle gut gekleidet, saßen an einem weiteren Tisch. Joe Boy würde die Fotos machen. Um halb acht erschien sie aus dem Nirgendwo. Niemand hatte sie in der Nähe des Foyers gesehen. Später vermutete er, dass sie dasselbe getan hatte wie er. Sie hatte sich unter einem anderen Namen ein Zimmer im Hotel genommen und schlicht die Treppe benutzt. Sie trug eine lange Hose und eine Jacke und sie war sehr hübsch. Kurzes dunkles Haar, braune Augen, entschlossenes Kinn, ausgeprägte Wangenknochen, sehr wenig Make-up, aber sie brauchte auch nicht viel. Er schätzte ihr Alter auf 28 bis 32. Sie setzte sich ihm direkt gegenüber, mit dem Rücken zu den anderen Tischen. »Ich freue mich, Sie kennenzulernen«, sagte er leise. »Ja, ich auch«, erwiderte sie und stützte sich auf die Ellenbogen. Der Kellner erschien prompt und fragte beflissen, ob sie etwas zu trinken haben wollte. Nein, das wollte sie nicht. Der Kellner war mit Bargeld bestochen worden, alles an sich zu nehmen, was sie mit den Fingern berührte. Gläser, Besteck, Aschenbecher und so weiter. Er sollte keine Chance dazu bekommen. »Haben Sie Hunger?«, fragte Fitch und trank einen Schluck Mineralwasser. »Nein.« »Ich habe es eilig.« »Weshalb?« »Je länger ich hier sitze, desto mehr Fotos können Ihre Gauner machen.« »Ich bin allein gekommen.« »Natürlich sind Sie das.« »Wir haben Ihnen die roten Socken gefallen.« Auf der anderen Seite des Daches begann eine Jazzband zu spielen, aber sie ignorierte sie. Ihre Augen waren unverwandt auf Fitch gerichtet. Fitch legte den Kopf in den Nacken und schnaubte. Es fiel ihm immer noch schwer zu glauben, dass er mit der Freundin eines seiner Geschworenen plauderte. Er hatte schon früher indirekten Kontakt mit Geschworenen gehabt, mehrere Male, aber so engen noch nie.« »Wo kommt er her?«, fragte Fitch. »Was spielt das für eine Rolle?« »Er ist nun einmal da.« »Wann hat er sich den Namen Niklas Easter zugelegt?« »Spielt das eine Rolle?« »Spielt das eine Rolle?« »Es ist sein legaler Name.« »Er ist der Ohrne hat nach Besses mit dem Rauchen angefangen.« Fitch knifft die Augen zusammen und nagte den Kopf eine Spur nach links. Hatte er richtig gehört?« »Mit dem Rauchen angefangen?« »Ja.« »Ich gebe auf.« »Easter.« »Überrascht?« »Ich rufe sie morgen an.« Sie war so schnell wieder verschwunden, wie sie gekommen war. Eine Stunde lang suchten sie Straßen, Garagen, Hotelfoyers und Bars nach ihr ab, aber sie konnten sie nicht entdecken. Fitch war in seinem Zimmer im St. Regis, als der Anruf von Jubas kam, der an den Flughafen beordert worden war. Sie wartete auf eine Maschine, die in anderthalb Stunden starten und um 22.50 Uhr in Mobile landen sollte. »Nicht folgen«, befahl Fitch, dann rief er zwei seiner Leute in Biloxi an, die zum Flughafen von Mobile rasten. Marley lebte in einem gemieteten Apartment an der Black Bay von Biloxi. Als sie 20 Minuten von ihrer Wohnung entfernt war, wählte sie auf ihrem Handy die Nummer 911 und informierte die Polizei von Biloxi, dass sie von zwei Gangstern in einem Fort Taurus verfolgt wurde, und zwar schon, seit sie Mobile verlassen hatte. Die Männer hatten offensichtlich finstere Absichten und sie fürchte um ihr Leben. Auf Anweisung des Diensthabenden fuhr sie auf eine Tankstelle, die die ganze Nacht geöffnet hatte. Während sie ihren Tank füllte, setzte sich ein Streifenwagen hinter den Taurus. Die beiden Typen wurden herausgeholt und dann zu der Tankstelle gebracht und der Frau gegenübergestellt, auf die sie es abgesehen hatten. Marley spielte das verängstigte Opfer hervorragend. Je mehr sie weinte, desto wütender wurden die Polizisten. Fitchs Kumpane wurden ins Gefängnis verfrachtet. Wendell Rohr hatte den Eindruck, dass die Geschworenen es leid waren, sich anzuhören, wie Wissenschaftler ihre Ergebnisse vor ihnen ausbreiteten und ihnen anhand von Tabellen und Grafiken lange Vorträge hielten. Am Donnerstagmorgen verkündete er, dass die Anklage als nächsten Zeugen Lawrence Kregler aufzurufen wünschte. Lawrence Kregler war Ende 60, braungebrannt und fit, gut gekleidet und behende. Er war der erste Zeuge ohne Doktortitel. Er hatte an der North Carolina State Ingenieurwesen studiert und 30 Jahre für Pynex gearbeitet, bevor er die Firma vor 13 Jahren mitten in einem Prozess verlassen hatte. Er hatte Pynex verklagt. Der Konzern hatte mit einer Gegenklage reagiert. Sie hatten einen außergerichtlichen Vergleich geschlossen mit Bedingungen, die nicht offenbart werden durften. Kurz nach seiner Einstellung hatte ihn die Firma, die damals Union Tobacco oder einfach UTEP hieß, nach Kuba geschickt, damit er sich dort mit dem Tabakanbau vertraut machte. Danach hatte er in der Produktion gearbeitet, bis zu dem Tag, an dem er gekündigt hatte. Er hatte sich eingehend mit der Tabakpflanze beschäftigt, um mit tausend Methoden ihren Anbau effizienter zu gestalten. Er hielt sich für ihren Experten auf diesem Gebiet, hatte aber nicht vor, als Experte auszusagen und Ansichten vorzutragen, nur Tatsachen. 1969 hatte er eine dreijährige Untersuchung über die Möglichkeit des Anbaus einer experimentellen Tabaksorte abgeschlossen, die als Raleigh 4 bezeichnet wurde. Sie enthielt nur ein Drittel des Nikotins von normalem Tabak. Crickler gelangte, gestützt auf zahlreiche Untersuchungen zu dem Schluss, dass Raleigh 4 ebenso effizient angebaut und kultiviert werden konnte wie alle anderen Tabaksorten, die UTEP damals verwendete. Es war eine grandiose Arbeit gewesen, auf die er sehr stolz war, und er war zutiefst enttäuscht, als seine Untersuchung von den Leuten weiter oben in der Firma zunächst einmal ignoriert wurde. Er kämpfte sich durch die festgefahrene Bürokratie der höheren Etagen mit niederschmetternden Resultaten. Niemand schien sich für diese neue Tabaksorte mit wesentlich weniger Nikotin zu interessieren. Danach fuhr er, dass es ein großer Irrtum war. Seine Bosse interessierten sich sehr für den Nikotingehalt. Im Sommer 1971 bekam er eine interne Aktennotiz zu Gesicht, in der das obere Management angewiesen wurde, unauffällig alles Menschenmögliche zu tun, um Cricklers Arbeit an Raleigh 4 zu diskreditieren. Seine eigenen Leute stießen ihm lautlos das Messer in den Rücken. Er bewahrte Ruhe, verriet niemandem, dass er die Aktennotiz kannte und machte sich heimlich daran, die Gründe für die Verschwörung gegen ihn zu ermitteln. An diesem Punkt seiner Aussage legte die Anklage zwei Dokumente als Beweisstücke vor. Die umfangreiche von Crickler 1969 abgeschlossene Untersuchung und die Aktennotiz von 1971. Das Ergebnis fiel überdeutlich aus und es bestätigte etwas, das er bereits geeigwöhnt hatte. UTEP konnte es sich nicht leisten, Tabak mit entschieden weniger Nikotin anzubauen, weil Nikotin Profit bedeutete. Die Industrie wusste bereits seit Ende der 30er Jahre, dass Nikotin süchtig macht. Woher wissen Sie, dass die Industrie das wusste? fragte Raw ganz gezielt. Mit Ausnahme der Anwälte der Verteidigung, die ihr Bestes taten, einen gelangweilten und uninteressierten Eindruck zu erwecken, hörte der ganze Saal mit gespannter Aufmerksamkeit zu. Das ist in der Industrie allgemein bekannt, entgegnete Crickler. Ende der 30er Jahre wurde eine geheime, von der Tabakindustrie bezahlte Untersuchung angestellt und ihr Ergebnis war der eindeutige Beweis, dass Nikotin in Zigaretten süchtig macht. Haben Sie den Bericht gesehen? Nein, wie nicht anders zu erwarten, wurde er zurückgehalten. Crickler schwieg einen Moment und schaute zum Tisch der Verteidigung. Aber ich habe eine Aktnotiz gesehen. Einspruch, rief Cable und sprang auf. Dieser Zeuge kann nichts darüber aussagen, was er in einem schriftlichen Dokument gesehen hat oder auch nicht. Dafür gibt es zahlreiche Gründe, die ausführlich in dem Schriftsatz niedergelegt sind, den wir zu diesem Punkt eingereicht haben. Der Schriftsatz umfasste 80 Seiten und war schon seit einem Monat Gegenstand von Debatten. Richter Harkin hat er bereits schriftlich über ihn entschieden. Ihr Einspruch ist protokolliert, Mr. Cable. Mr. Crickler, Sie dürfen fortfahren. Im Winter 1973 habe ich eine einseitige Aktennotiz gesehen, die die Ergebnisse der Nikotinstudie aus den 30er Jahren zusammenfasste. Die Aktennotiz war viele Male kopiert worden, sehr alt und leicht abgeändert worden. Der Bericht bewies schlüssig und ohne jeden Zweifel, dass Nikotin süchtig macht. Soweit ich mich erinnere, war das der Kern der ersten beiden Absätze. Mehr Nikotin bedeutete mehr Raucher und damit größeren Absatz und höheren Profit. Bis auf die übliche Kaffeepause von einer Viertelstunde um halb elf sagte Crickler während der ganzen drei Stunden der Vormittagssitzung aus. Es war eine perfekte Darbietung des ehemaligen Mitarbeiters, der schmutzige Geheimnisse ausplaudert. Die Geschworenen ignorierten sogar ihren üblichen Mittagshunger. Die Reporter, die Juryberater und die Wachhunde von der Wall Street waren ungewöhnlich hingebungsvoll bei der Sache. Fitch verfolgte die Aussage in dem Vorführraum neben seinem Büro. Er gehörte zu den wenigen noch lebenden Personen, die die Aktnotiz tatsächlich gesehen hatten. Einer von Fitchs ersten Aufträgen vor neun Jahren, als er von den großen vier angeheuert worden war, hatte darin bestanden, alle Kopien der Aktnotiz aufzuspüren und zu vernichten. Er arbeitete noch immer daran. Bisher hatten weder Cable noch ein anderer, der von Fitch für die Verteidigung angeheuerten Anwälte das Blatt gesehen. Um die Zitierfähigkeit vor Gericht war ein kleiner Krieg geführt worden. Der beste Beweis ist das Dokument selbst. Aber wie in jedem Bereich der Rechtsprechung gibt es auch hier Ausnahmen und Ausnahmen von den Ausnahmen. Und Raw und Genossen hatten meisterhafte Arbeit geleistet. Cables Kreuzverhör am Nachmittag würde brutal werden. Aber der Schaden war angerichtet. Fitch ließ den Lunch ausfallen und schloss sich in seinem Büro ein. Im geschworenen Zimmer herrschte beim Lunch eine erstaunlich andere Stimmung als gewöhnlich. An die Stelle des normalen Geplauders über Football und Kochrezepte war fast vollständiges Schweigen getreten. Kriegler mit seinen sensationellen Insider-Informationen hatte sie wachgerüttelt. Sie aßen weniger und musterten sich umso mehr. Die meisten hätten sich am liebsten mit jemandem, den sie mochten, in ein anderes Zimmer verzogen und über das gesprochen, was sie gerade gehört hatten. Hatten sie richtig gehört? Hatte jedermann verstanden, was dieser Mann gerade gesagt hatte? Dass sie absichtlich den Nikotingehalt hochhielten, damit die Leute süchtig wurden? Die Raucher, seit Stellas Abgang nur noch drei, und Easter, der jetzt ein halber Raucher war, weil er seine Zeit gern mit Jerry, dem Pudel und Angel Wees verbrachte, aßen schnell und entschuldigten sich dann. Sie saßen alle auf Klappstühlen und rauchten am offenen Fenster. Mit dem zusätzlichen Nikotin fühlten sich die Zigaretten etwas schwerer an. Aber als Niklas das sagte, lachte niemand. Cable begrüßte Kriegler, als wären die beiden alte Freunde. Kriegler lächelte und sagte mit einem Übermaß an Zuversicht, »Guten Tag, Mr. Cable«. Der Zeuge musste unglaubwürdig gemacht werden. Cable begann, indem er Kriegler fragte, ob er auf seinem früheren Arbeitgeber wütend wäre. »Ja«, entgegnete er. »Hassen Sie die Firma?« »Die Firma ist ein großes Ganzes. Wie kann man ein Ding hassen?« »Hassen Sie den Krieg?« »Ich war nie Soldat.« »Hassen Sie Kindesmisshandlungen?« »So was ist widerwärtig, aber zum Glück habe ich nie etwas mit Ihnen zu tun gehabt.« »Hassen Sie Gewalttätigkeit?« »Natürlich ist Gewalt etwas Schreckliches, aber auch in dieser Beziehung habe ich Glück gehabt.« »Sie hassen also überhaupt nichts?« »Doch.« »Brokkoli.« Ein leises Lachen kam aus allen Bereichen des Gerichtssaals und Cable wusste, dass er auf dem richtigen Weg war. »Sie hassen Pinex nicht?« »Nein.« »Hassen Sie irgendeinen der Leute, die dort arbeiten?« »Nein, ich kann einige davon nicht leiden.« »Hassen Sie jemanden, der gleichzeitig mit Ihnen dort gearbeitet hat?« »Nein, ich hatte ein paar Feinde, aber ich kann mich nicht erinnern, jemanden gehasst zu haben.« »Was ist mit den Leuten, gegen die Ihre Klage gerichtet war?« »Auch Sie waren Feinde, aber sie taten nur ihre Jobs.« Cable hatte gehofft, einen kleinen Punktgewinn zu erzielen, indem er die Möglichkeit aufzeigte, dass Crickler auf Rache oder Vergeltung auswar. Vielleicht wurde das Wort »hassen«, wenn er es oft genug aussprach, bei einigen der Geschworenen irgendwie hängenbleiben. Der schmutzige Geheimnisse ausplaudert. Die Geschworenen ignorierten sogar ihren üblichen Mittagshunger. Die Reporter, die Juryberater und die Wachhunde von der Wall Street waren ungewöhnlich hingebungsvoll bei der Sache. Fitch verfolgte die Aussage in dem Vorführraum neben seinem Büro. Er gehörte zu den wenigen noch lebenden Personen, die die Aktnotiz tatsächlich gesehen hatten. Einer von Fitchs ersten Aufträgen vor neun Jahren, als er von den großen vier angeheuert worden war, hatte darin bestanden, alle Kopien der Aktnotiz aufzuspüren und zu vernichten. Er arbeitete noch immer daran. Bisher hatten weder Cable noch ein anderer der von Fitch für die Verteidigung angeheuerten Anwälte das Blatt gesehen. Um die Zitierfähigkeit vor Gericht war ein kleiner Krieg geführt worden. Der beste Beweis ist das Dokument selbst. Aber wie in jedem Bereich der Rechtsprechung gibt es auch hier Ausnahmen und Ausnahmen von den Ausnahmen. Und Raw und Genossen hatten meisterhafte Arbeit geleistet. Cables Kreuzverhör am Nachmittag würde brutal werden. Aber der Schaden war angerichtet. Fitch ließ den Lunch ausfallen und schloss sich in seinem Büro ein. Im geschworenen Zimmer herrschte beim Lunch eine erstaunlich andere Stimmung als gewöhnlich. An die Stelle des Neues gewartet, aber auch in dieser Beziehung habe ich Glück gehabt. Sie hassen also überhaupt nichts. Doch. Brokkoli. Ein leises Lachen kam aus allen Bereichen des Gerichtssaals und Cable wusste, dass er auf dem richtigen Weg war. Sie hassen Pinex nicht. Nein. Hassen Sie irgendeinen der Leute, die dort arbeiten? Nein. Ich kann einige davon nicht leiden. Hassen Sie jemanden, der gleichzeitig mit Ihnen dort gearbeitet hat? Nein. Ich hatte ein paar Feinde, aber ich kann mich nicht erinnern, jemanden gehasst zu haben. Was ist mit den Leuten, gegen die Ihre Klage gerichtet war? Auch sie waren Feinde, aber sie taten nur ihre Jobs. Cable hatte gehofft, einen kleinen Punktgewinn zu erzielen, indem er die Möglichkeit aufzeigte, dass Crickler auf Rache oder Vergeltung aus war. Vielleicht wurde das Wort hassen, wenn er es oft genug aussprach, bei einigen der Geschworenen irgendwie hängenbleiben. Außerstande Cricklers verheerende Aussage zu erschüttern, versuchte die Verteidigung stattdessen, die Geschworene mit Kleinkram einzunebeln. Wenn ein Zeuge nicht widerlegt werden kann, dann setze ihm mit belanglosen Details zu. Diese Taktik wurde den Geschworenen hinterher, während der Kaffeepause von Niklas Easter erklärt. Aufgrund der hektischen Anrufe aus Biloxi sank der Kurs der Peinix-Aktie bis Börsenschluss am Donnerstag auf 75,5. Ein Minus von fast 4 Dollar bei lebhaftem Handel. Crickler wurde von Ross Sicherheitsleuten rasch aus der Stadt eskortiert und eine Stunde nach dem Ende seiner Aussage saß er bereits in einer Privatmaschine. Es gab gute Gründe anzunehmen, dass einige der Tabakleute ihn kaltstellen könnten. Millie Dupres Mann Hoppy war ein nicht sonderlich erfolgreicher Immobilienmakler in Biloxi. Er gehörte eindeutig nicht zu der aggressiven Sorte, hatte nur wenige Kunden und wenige Verbindungen. Aber die paar Geschäfte, die ihm über den Weg liefen, betrieb er mit Fleiß und Sorgfalt. Das Casino-Fieber hatte ein neues Rudel von Maklern an die Küste gebracht, Leute, die sich nicht scheuten, große Kredite aufzunehmen und entsprechend zu planen. Das hatte dazu geführt, dass Hoppy und die anderen kleinen Makler, die auf Nummer sicher gingen, noch stärker auf Märkte abgedrängt wurden, die sie nur allzu gut kannten. Reizende kleine Ersthäuser für Jung verheiratete. Aber Hoppy bezahlte seine Rechnungen und schaffte es irgendwie, seine Familie durchzubringen. Seine Frau Millie und ihre fünf Kinder. Kurz vor sechs, am Donnerstag, betrat ein gut gekleideter junger Geschäftsmann mit einem schwarzglänzenden Aktenkoffer das Büro und fragte nach Mr. Dupres. Der junge Mann präsentierte eine Visitenkarte, die ihn als Todd Ringwald von der KLX Property Group in Las Vegas, Nevada auswies. Die Karte beeindruckte Hoppy. Schon allein, dass ein Mann bei ihm auftauchte, der so gut angezogen war und eine so weite Reise hinter sich hatte, konnte bedeuten, dass große Dinge auf ihn warteten. Mr. Ringwald erzählte zunächst einiges über die Firma. KLX besaß zwar keine Casinos und hat auch nicht die Absicht, welche zu erwerben, aber es hätte sich für eine sehr lukrative Spezialität entschieden, die damit im Zusammenhang stand. KLX machte das Anschlussgeschäft, wenn irgendwo ein Casino hochgezogen wurde. Hoppy nickte heftig, als wäre ihm diese Art von Unternehmen bestens vertraut. Wenn Casinos gebaut werden, kommt es in der Regel auf dem umliegenden Grundstücksmarkt zu tiefgreifenden Veränderungen. KLX erschien unauffällig auf der Bildfläche und Ringwald betonte, wie überaus diskret die Gesellschaft vorging, immer einen Schritt hinter den Casinos und Einkaufszentren, teure Eigentumswohnungen, Apartmenthäuser und die Randbebauungen plante. Casinos zahlen gut, beschäftigen viele Leute, in der heimischen Wirtschaft ändert sich eine Menge und, nun ja, da ist einfach massenhaft Geld vorhanden, von dem KLX seinen Teil abhaben will. »Brilliant«, äußerte Hoppy, »unfähig, sich zu beherrschen.« Ringwald holte eine zusammengefaltete Flurkarte aus seinem Aktenkoffer und zeigte auf ein großes, rot markiertes Gelände. »MGM Grand kommt hierher«. Ringwald klappte das Deckblatt zurück und enthüllte die Darstellung eines großen Bauprojekts. Es war mit Stillwater Bay bezeichnet. Eigentumswohnungen, Bürogebäude, große Villen, kleinere Wohnhäuser, Spielplätze, Kirchen, ein zentraler Platz, ein Einkaufszentrum, eine Fußgängerzone, ein Yachthafen. Es war Utopia. »Wow«, sagte Hoppy. Auf seinem Schreibtisch lag ein unvorstellbares Vermögen. »Das sind nur die Entwürfe. Ich kann Ihnen mehr zeigen, wenn Sie uns in unserer Zentrale besuchen würden.« »In Vegas?« »Ja. Wenn wir uns darüber einigen, dass Sie uns hier vertreten, würden wir Sie gern für ein paar Tage dorthin fliegen, damit Sie unsere Leute und das ganze Projekt von der planerischen Seite her kennenlernen.« Hoppys Knie zitterten und erholte Tiefluft. »Ganz ruhig«, befahl er sich selbst. »Ja, und an welche Art von Vertretung haben Sie gedacht?« »Zunächst brauchen wir einen Makler, der sich um den Landderwerb kümmert. Es ist teuer, um die 10.000 pro Morgen.« 10.000 pro Morgen für 500 Morgen machte fünf Millionen Dollar und sechs Prozent davon waren 300.000 Dollar Kortage für Hoppy. Nach all diesen kleinen Häusern und Eigentumswohnungen und Büros ein brandneues 30-Millionen-Dollar-Projekt, in dem überall Schilder mit der Aufschrift »Dupre Reality« hingen. Hoppy gelangte zu dem Schluss, dass er in fünf Jahren Millionär sein konnte. »Das Problem ist, das Grundstück liegt im sechsten Bezirk von Hancock County«, sagte Ringwald langsam. »Und der sechste Bezirk untersteht einem Aufsichtsbeamten namens Jimmy Hull Moak«, unterbrach ihn Hoppy äußerst betrübt. »Sie kennen ihn?« »Jeder kennt Jimmy Hull. Er ist seit 30 Jahren im Amt. Der gerissenste Gauner an der ganzen Küste.« Ringwald setzte eine verwirrte Miene auf, als hätten er und seine Gesellschaft keine Ahnung, wie sie vorgehen sollten. »Es wäre unklug, das Land zu kaufen, solange wir nicht eine gewisse Garantie von Mr. Moak und den Einheimischen hier haben. Wie Sie wissen, muss das Projekt eine Unmenge von Gesetzeshürden nehmen. Flächenentwicklungsplan, Baugenehmigungen, Umweltverträglichkeit und so weiter«, sagte Hoppy, als führte er diesen Krieg jeden Tag. »Wir haben gehört, dass Mr. Moak das alles kontrolliert, mit eiserner Faust.« Eine weitere Pause. »Vielleicht sollten wir eine Zusammenkunft Mr. Moak arrangieren«, sagte Ringwald. »Das finde ich nicht. Jimmy Hull mag es unter dem Tisch. Große Säcke davon, in unmarkierten Scheinen.« Ringwald nickte mit ernster Miene, als wäre das zwar Pech, aber nicht ganz unerwartet. »Was tun Sie normalerweise unter solchen Umständen?«, fragte Hoppy. »Normalerweise finden wir einen Weg zur Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden. Wir haben Mittel und Wege.« »Haben Sie je Bestechungskelder in harter Münze gezahlt?« »Dazu möchte ich mich lieber nicht äußern. Aber darauf wird es hinauslaufen.« »Willkommen in Mississippi«, sagte Hoppy. »25 Jahre lang hatte Hoppy sein Geschäft ehrlich betrieben, und er hatte auch jetzt nicht die Absicht, alles aufs Spiel zu setzen. Er hatte Frau und Kinder, einen guten Ruf und war ein anerkanntes Mitglied der Gesellschaft. Und wer genau war überhaupt dieser Fremde? Er, Hoppy, würde auf jeden Fall ans Telefon gehen und KLX Property und Mr. Ringwald überprüfen, sobald er sein Büro verlassen hatte.« Also, ich meine, unser erster Schritt sollte darin bestehen, dass wir uns mit Mr. Moak in Verbindung setzen und herausfinden, ob er in einem Geschäft interessiert ist. »Wir erwarten nicht von Ihnen, dass Sie sich schmutzig machen.« Ringwald schwieg abermals und suchte nach den richtigen Worten. Hoppy hing an seinen Lippen. »Sagen wir mal so. Wir haben Mittel und Wege, Mr. Moak zukommen zu lassen, was er haben will. Sie werden nicht einmal wissen, wie und wann es passiert.« Hoppy setzte sich gerade hin. Ihm war ein Stein vom Herzen gefallen. Vielleicht gab es ja einen Mittelweg. Ringwald und seine Gesellschaft machten solche Sachen andauernd. Bevor er nach Hause fuhr, wählte Hoppy die auf Ringwalds Visitenkarte angegebene Nummer. Eine geschäftsmäßige Empfangsdame meldete sich. »KLX Property, guten Abend.« Hoppy lächelte, dann bat er sie, ihn mit Todd Ringwald zu verbinden. Das Gespräch wurde zu Mr. Ringwalds Büro durchgestellt, wo Hoppy mit Madeleine sprach, einer Assistentin, die ihm mitteilte, Mr. Ringwald sei zurzeit nicht in der Stadt und werde erst am nächsten Montag zurückerwartet. Hoppy legte schnell auf. Na also, KLX existierte tatsächlich. Hoppy Dupre schlief wenig. Der Handel mit Jimmy Hull Moak machte ihm große Sorgen. Er hatte noch nie etwas mit Schmiergeld zu tun gehabt. Bestimmt würde Moak genau wissen, wie er den Handel abschließen musste, ohne erwischt zu werden. Wendell Raw erhob sich und rief den nächsten Zeugen auf. Dr. Roger Bunch. Er beobachtete die Geschworenen, ob sie auf diesen Namen reagierten. Es war Freitag. Die Geschworenen würden auf nichts reagieren. Bunch war ein Jahrzehnt zuvor berühmt geworden, als er oberster Amtsarzt der Vereinigten Staaten und ein erbarmungsloser Kritiker der Tabakindustrie gewesen war. In den sechs Jahren seiner Amtszeit hatte er drei voneinander unabhängige Untersuchungen in Auftrag gegeben und jede von ihnen hatte eindeutig bewiesen, dass Zigaretten süchtig machen. Die Tabakkonzerne geben Milliarden für die Irreführung der Öffentlichkeit aus. Sie geben Untersuchungen in Auftrag, die angeblich beweisen, dass Rauchen praktisch harmlos ist. Sie geben jährlich zwei Milliarden allein für Werbung aus und dann behaupten sie, die Leute treffen ganz bewusst die Entscheidung, ob sie rauchen wollen oder nicht. Das ist einfach nicht wahr. Weil er früher oberster Amtsarzt gewesen war, wurde Dr. Bunch gestattet, seine Ansichten über ein breites Spektrum von Themen zu äußern. Im Verlauf des Vormittags war er zeitweise außerstande, seinen Abscheu vor den Tabakkonzernen zu verhehlen und wenn die Bitterkeit die Oberhand gewann, litt seine Glaubwürdigkeit. Aber er fesselte die Geschworenen. Niemand gähnte oder starrte ins Leere. Todd Ringwald war der Ansicht gewesen, dass das Treffen in Hoppys Büro stattfinden sollte, auf heimischem Boden sozusagen, wo Jimmy, Hal Moak vielleicht weniger auf der Hut war. Er hatte Glück. Sie verabredeten sich zum Lunch, ein schnelles Sandwich in Hoppys Büro. Hoppy gab eine kurze zehnminütige Zusammenfassung des Bauvorhabens und stellte fest, dass er dabei ruhiger wurde. Hunderttausend, bar auf der Hand und das Projekt geht durch. Das garantiere ich, sagte Moak. Ein Penny weniger und ich mache ihm mit einem Telefonanruf den Garaus. Ich muss telefonieren, sagte Hoppy. Er ging ins Vorzimmer und rief Ringwald an, dann kehrte Hoppy in seinem Büro zurück. Der Handel steht. Mein Klient wird zahlen. Am Freitagnachmittag ignorierte Fitch den Prozess. Vier Tage zuvor hatte er Nussman den Auftrag erteilt, sämtliche geschworenen Unterlagen vom Chimino-Prozess vor einem Jahr an Allentown, Pennsylvania herbeizuschaffen. Die Chimino-Jury hatte sich vier Wochen lang Zeugenaussagen angehört und dann ein weiteres Urteil zugunsten der Tabakkonzerne gesprochen. Für den Prozess in Allentown waren 300 potenzielle Geschworene vorgeladen worden. Einer von ihnen war ein junger Mann namens David Lancaster gewesen. Die Akte über Lancaster war dünn. Er arbeitete in einem Videogeschäft und behauptete, Student zu sein. Er lebte in einer Wohnung über einem schlechtgehenden koreanischen Lokal und bewegte sich offenbar nur per Fahrrad fort. Auf seiner geschworenen Karte stand, dass er am 8. Mai 1967 in Philadelphia geboren war, aber das war zur Zeit des Prozesses nicht überprüft worden. Es hatte keinen Grund zu der Annahme gegeben, dass er log. Jetzt hatten Nussmans Leute festgestellt, dass das Geburtsdatum tatsächlich frei erfunden war. Er hatte sich fünf Monate vor Prozessbeginn in die Wählerlisten eintragen lassen. Das einzige Foto des jungen Mannes war aus der Ferne aufgenommen, während er mit seinem Fahrrad zur Arbeit fuhr. Er trug eine Mütze, eine dunkle Sonnenbrille, hatte lange Haare und einen dichten Bart. Eine von Nussmans Mitarbeiterinnen unterhielt sich mit Lancaster, während sie ein paar Videos auslieh und meldete, dass er ausgeblichene Jeans, Birkenstocks, Wollsocken und ein Flanellhemd trug. Das Haar war zu einem Pferdeschwanz zusammengerafft, der in seinem Kragen steckte. Er war höflich, aber nicht gesprächig. Lancaster überstand die ersten beiden Wahldurchgänge und saß nur noch vier Reihen entfernt, als die Jury zusammengestellt war. Seine Akte wurde daraufhin sofort geschlossen. Und jetzt war sie wieder offen. In den letzten 24 Stunden hatten sie herausgefunden, dass David Lancaster einen Monat nach dem Ende des Prozesses aus Allentown verschwunden war. Sein koreanischer Hauswirt wusste nichts. Sein Chef in dem Videogeschäft sagte, er wäre eines Tages nicht zur Arbeit erschienen und hätte nie wieder von sich hören lassen. Am Mittwochabend war sich Fitch fast sicher, dass David Lancaster Niklas Easter war. Die Vorschriften für die ehelichen Besuche waren simpel. Am Freitagabend zwischen 19 und 21 Uhr konnte jeder der Geschworenen, Ehepartner, Lebensgefährten oder wen auch immer in seinem Zimmer empfangen. Der erste, der Punkt 7 erschien, war Derek Maples, der gut aussehende Freund von Angel Weese. Ludell notierte seinen Namen, deutete den Korridor hinunter und sagte, Zimmer 55. Er wurde bis 9 Uhr nicht mehr gesehen. Da kam er heraus, um Luft zu schnappen. Niklas hatte am Freitagabend keinen Besucher und auch Jerry Fernandes nicht. Seine Frau war schon Monate zuvor in ein getrenntes Schlafzimmer gezogen. Außerdem nahmen Jerry und der Pudel jede Nacht eheliche Rechte wahr. Colonel Herreras Frau war verreist, Lonnie Shavers Frau konnte keinen Babysitter finden. Also sahen sich die vier Männer im Partyzimmer einen Film mit John Wayne an und beklagten den traurigen Zustand ihres Liebeslebens. Der alte blinde Herman hatte seine Frau bei sich, aber sie waren allein. Philip Savelle hatte einen Gast, aber Ludell weigerte sich, den anderen Männern Geschlecht, Rasse, Alter oder sonst etwas zu verraten. Es war eine sehr hübsche junge Frau, die offenbar aus Indien oder Pakistan stammte. Mrs. Gladys Card sah gemeinsam mit Mr. Nelson Card in ihrem Zimmer fern. Lauren Duke, die geschieden war, hatte Besuch von ihren beiden Töchtern. Ricky Coleman hatte ehelichen Verkehr mit ihrem Mann Ria. Die restlichen eineinviertel Stunden unterhielten sie sich über ihre Kinder. Und Hoppy Dupre brachte seiner Frau ein paar Blumen und einer Schachtel Pralinen mit, von denen sie die meisten aß, während er so aufgeregt, wie sie nur selten erlebt hatte, im Zimmer herumrannte. Den Kindern ging es gut und das Geschäft lief auf Hochtouren. Es war sogar noch nie besser gelaufen. Er hatte ein Geheimnis, ein großes, wunderbares Geheimnis über ein Geschäft, an dem er beteiligt war, aber davon dürfte er ihr vorläufig nichts erzählen. Vielleicht am Montag. Er blieb eine Stunde und eilte dann in seinem Büro zurück, um zu arbeiten. Marlies Wagen war ein Lexus, von einer Firma im Biloxi für drei Jahre zu 600 im Monat geliest. Als Leasingpartner fungierte die Rochelle Group, eine brandneue Firma, über die Fitch nichts hatte herausfinden können. Ein fast ein halbes Kilo schwerer Sender war mithilfe eines Magneten unter dem Kotflügel des linken Hinterrads angebracht worden. Ihr großes neues Apartment war von derselben Firma angemietet worden. Es kostete fast 2000 Dollar im Monat. Marley hatte beträchtliche Kosten, aber Fitch und seine Leute konnten keine Spur eines Jobs entdecken. Sie rief am späten Freitagabend das Colonial Hotel in Biloxi an. »Hi, Fitch, tut mir leid, dass ich Sie so spät noch störe.« Ihr tat überhaupt nichts leid. Das »I« in »hi« klang ganz bewusst dumpf, was bei Marley öfter vorkam. Es war ein Versuch, ein bisschen nach Südstaaten zu klingen. Die Aufzeichnungen aller acht Anrufe waren ebenso wie die Aufzeichnung ihrer Unterhaltung in New Orleans von Stimm- und Dialektexperten in New York analysiert worden. Marley stammte aus dem Mittleren Westen, wahrscheinlich von irgendwo im Umkreis von 100 Meilen von Kansas City. »Wie geht es Ihrem Freund?« »Er ist einsam. Heute war Eheabend. Wissen Sie das?« »Ich habe es gehört. Haben sich alle ehelich betätigt.« »Leider nicht.« »Es ist wirklich traurig. Die Männer haben sich John-Wayne-Filme angesehen, während die Frauen strickten.« »Niemand hat Sex gehabt?« »Nur sehr wenige.« »Angel Wees, aber sie ist bis über beide Ohren verliebt.« Ricky Coleman. Millie Dupreys Mann war da, ist aber nicht lange geblieben. Die Cards waren zusammen. »Raten Sie mal, welche beiden Geschworenen miteinander schlafen.« »Woher soll ich das wissen?« »Raten Sie.« Fitch lächelte sein Spiegelbild an und bewunderte sein großartiges Aussehen. »Jerry Fernandes und sonst jemand.« »Gut geraten.« Jerry liegt in Scheidung und Sylvia ist auch einsam. Ihre Zimmer liegen genau gegenüber und sonst kann man im Siesta Inn kaum etwas tun. »Ist die Liebe nicht etwas Großartiges?« »Ich muss Ihnen sagen, Fitch, dass Crickler für die Anklage viel bewirkt hat.« »Die Geschworenen haben ihm zugehört. Meinen Sie das? Sie haben sich kein Wort entgehen lassen. Sie haben ihm zugehört und ihm geglaubt.« »Er hat sie umgedreht, Fitch.« »Haben Sie keine besseren Neuigkeiten?« »Raw macht sich Sorgen.« Sein Rückgrat versteifte sich. »Warum macht Raw sich Sorgen?« fragte er. »Er sollte nicht überrascht sein, dass sie mit Raw sprach. Also weshalb zum Teufel war es so ein Schock, das zu hören?« Er kam sich betrogen vor. »Ihretwegen. Er weiß, dass sie Tag und Nacht unterwegs sind, um an die Geschworenen heranzukommen. Ich habe mit ihm gesprochen. Er ist liebenswürdiger als Sie, Fitch. Man kann sich gut mit ihm unterhalten. Außerdem zeichnet er meine Anrufe nicht auf und schickt keine krummen Typen los, die meinem Wagen folgen. Nichts dergleichen.« »Er weiß offenbar, wie man eine Frau bezaubert.« »Ja. Aber da, wo es zählt, ist er schwach. Mit ihren Ressourcen kann er nicht konkurrieren.« »Wie viel von meinen Ressourcen wollen Sie haben?« »Später, Fitch. Ich muss jetzt Schluss machen. Auf der anderen Straßenseite steht ein verdächtig aussehender Wagen, muss sich um einen ihrer Clowns handeln.« Sie legte auf. Hoppy Dupre öffnete die Haustür und sah zwei ernst dreinschauende junge Männer vor sich, die sofort in ihre Taschen griffen und goldene, auf schwarzes Leder montierte Erkennungsmarken zückten. Aus dem Redeschwall konnte Hoppy zweimal FBI heraushören und wäre fast in Ohnmacht gefallen. »Können wir reinkommen? Wir möchten Ihnen ein paar Fragen stellen.« »Sagen, Fitch Crickler für die Anklage viel bewirkt hat.« »Die Geschworenen haben ihm zugehört, meinen Sie das?« »Sie haben sich kein Wort entgehen lassen. Sie haben ihm zugehört und ihm geglaubt.« »Er hat sie umgedreht, Fitch.« »Haben Sie keine besseren Neuigkeiten?« »Raw macht sich Sorgen.« Sein Rückgrat versteifte sich. »Warum macht Raw sich Sorgen?«, fragte er. Er sollte nicht überrascht sein, dass sie mit Raw sprach. Also weshalb zum Teufel war es so ein Schock, das zu hören?« Er kam sich betrogen vor. »Ihretwegen.« »Er weiß, dass Sie Tag und Nacht unterwegs sind, um an die Geschworenen heranzukommen.« »Ich habe mit ihm gesprochen.« »Er ist liebenswürdiger als Sie, Fitch.« »Man kann sich gut mit ihm unterhalten. Außerdem zeichnet er meine Anrufe nicht auf und schickt keine krummen Typen los, die meinem Wagen folgen. Nichts dergleichen.« »Er weiß offenbar, wie man eine Frau bezaubert.« »Ja.« »Aber da, wo es zählt, ist er schwach. Mit Ihren Ressourcen kann er nicht konkurrieren.« »Wie viel von meinen Ressourcen wollen Sie haben?« »Später, Fitch.« »Ich muss jetzt Schluss machen. Auf der anderen Straßenseite steht ein verdächtig aussehender Wagen. Muss sich um einen ihrer Clowns handeln.« Sie legte auf. Hoppy Dupre öffnete die Haustür und sah zwei ernst dreinschauende junge Männer vor sich, die sofort in ihre Taschen griffen und goldene, auf schwarzes Leder montierte Erkennungsmarken entzückten. Aus dem Redeschwall konnte Hoppy zweimal FBI heraushören und wäre fast in Ohnmacht gefallen. »Können wir reinkommen? Wir möchten Ihnen ein paar Fragen stellen. Wir haben Mr. Moog in den letzten Monaten observiert und vor zwei Wochen hat er sich zu einem Arrangement bereit erklärt, wo er nachher mit uns zusammenarbeitet und dafür mit einer leichteren Strafe davonkommt.« Ein Agent holte einen kleinen Rekorder hervor und drückte auf Play. Hoppy hielt den Atem an und ballte die Fäuste. Dann war da seine Stimme, während Moog hin und wieder ein Wort einwarf. »Er hatte eine Wanze bei sich!« rief Hoppy atemlos und völlig am Boden zerstört. »Kommplott zur Bestechung eines Regierungsbeamten.« Hull hatte keine Wanze bei sich getragen und arbeitete nicht mit dem FBI zusammen. Er hatte nur das getan, was er am besten konnte. Versucht, Schmiergeld zu kassieren. Das Mikrofon war die Kappe eines blauen Wegwerfkugelschreibers. Ringwald hat es am Freitagmorgen dort deponiert. Vom Schreibtisch aus wurden die Worte an einen unauffälligen Transporter weitergeleitet und auf Band aufgezeichnet und dann in Fitchs Büro gebracht. Ringwald und die Agenten waren allesamt ehemalige Polizisten, die jetzt als private Agenten für eine internationale Sicherheitsfirma arbeiteten. Fitch arbeitete oft mit dieser Firma zusammen. Der Hoppy-Coup würde den Fond 80.000 Dollar kosten. Peanuts. »Wir wissen, dass Sie kein Gauner sind, Mr. Dupre. Lassen Sie uns 24 Stunden stillschweigend bewahren. Sie erzählen es keiner Menschenseele. Wir erzählen es keiner Menschenseele. Vielleicht gibt es einen Ausweg für Sie.« Der gescharterte Bus verließ das Siesta Inn um 10 Uhr mit allen 14 Geschworenen. Sie kauften auf den Straßenmärkten ein, schlenderten mit den Touristen über den Jackson Square, stierten in billigen Spelunken an der Bourbon Street auf nackte Körper, erstanden T-Shirts und andere Souvenirs. Einige verschwanden in Bars und sahen sich Footballspieler an. Um vier trafen sie sich am Fluss und bestiegen einen Schaufelraddampfer zu einer Rundfahrt. Um sechs aßen sie in einem Pizzarestaurant an der Kennel Street zu Abend. Um zehn waren sie in ihren Zimmern in Pest Christian eingeschlossen, müde und dem Einschlafen nah. Beschäftigte Geschworene sind glückliche Geschworene. Nachdem der Hoppy-Coup in die Wege geleitet war und reibungslos ablief, beschloss Fitch am Samstagabend die nächste Attacke auf die Jury. Am frühen Sonntagmorgen knackten zwei seiner Leute das Schloss an der Tür zu Esters Wohnung. Sie rissen die versteckte Kamera heraus, entfernten die Festplatte aus dem Computer und steckten zwei stapeltes Ketten ein. Dann setzten sie die Möbel mit Brennspiritus in Brand. Passt auf, dass ihr niemanden umbringt, hatte Fitch sie gewarnt. Sie vergewisserten sich, dass jede Wohnung in der Nähe leer war und zerrten Leute heraus, fragten, ob alle draußen wären, deuteten auf die Ausgänge. Als Sirenen geheult zu hören war, verschwanden sie in der Menge. Niemand kam ums Leben. Niemand wurde verletzt. Vier Wohnungen waren vollständig ausgebrannt, elf schwer beschädigt, fast 30 Familien bis nach den Aufräumen und Renovierungsarbeiten obdachlos. Esters Festplatte erwies sich als unlesbar. Er hatte so viele Passworte, Geheimcodes, Eindringensperren und Virenschutzbarrieren verwendet, dass Fitchs Computerexperten nichts mit ihr anfangen konnten. Auf einer älteren Diskette aber war eine sechsseitige Aufstellung über die Tabakindustrie. Das zweite Dokument war eine zweiseitige Zusammenfassung eines Dokumentarfilms über Prozesse wegen Brustimplantationen. Fitch und Conrad lasen jede Seite genau. Der Text war klar und sachlich, offensichtlich an Eide geschrieben. Er schrieb wie ein unvoreingenommener Reporter. Es ließ sich unmöglich sagen, ob Easter Rauchern Sympathie entgegenbrachte oder ob er sich nur für Produkthaftungsprozesse interessierte. Dokument Nummer 15 war ein zweiseitiger Brief an seiner Mutter, eine Mrs. Pamela Blanchard in Gardiner, Texas. Er trug das Datum 20. April 95 und begann, Liebe Mom, ich lebe jetzt in Biloxi, Mississippi an der Golfküste. Dann erklärte er, wie sehr er Salzwasser und Strände liebte und dass er nie wieder in einer Gegend mit Farmland leben könnte. Die Unterschrift lautete einfach Jeff. Alles Liebe, Jeff. Nirgendwo in dem Brief tauchte ein Nachname auf. Ein Vater wurde nicht erwähnt, ebenso wenig eine Freundin und schon gar nicht jemand namens Marley. Eine Stunde nach der ersten Lektüre des Briefes saßen Dante und Joe Boy in einem Privatchat. Fitch hatte sie beauftragt, nach Gardiner zu fliegen und sämtliche Privatdetektive in der Stadt anzuheuern. Eine weitere Diskette enthielt den Teil eines Dokuments, der Wählerliste von Harrison County. Sie druckten mit A beginnend und bis K fortlaufend mehr als 16.000 Namen und Adressen aus. Zwischendrin machte Fitch eine Reihe von Stichproben. Auch er hatte eine vollständige Liste aller im County eingetragenen Wähler. Die Liste war nicht geheim. Sie konnte für 35 Dollar von Gloria Lane erstanden werden. In Wahljahren machten die meisten politischen Kandidaten von dieser Möglichkeit Gebrauch. Aber zweierlei war merkwürdig an Easters Liste. Zum einen befand sie sich auf einer Computerdiskette, was bedeutete, dass es ihm irgendwie gelungen war, in Gloria Lanes Computer einzudringen und die Information zu stehlen. Und wenn es Easter gelungen war, in den Computer der Gerichtskanzlei einzudringen, dann war er sicher auch in der Lage gewesen, ihn so zu manipulieren, dass sein eigener Name auf der Liste der potenziellen Geschworenen im Fall Wood stand. Je mehr Fitch darüber nachdachte, desto plausibler erschien es ihm. Um genau 9 Uhr erschienen in einem FBI-Wagen die Agenten Napier und Nitschman mit einem dritten Mann, einem älteren, der gleichfalls einen strengen dunklen Anzug und eine ebenso strenge Miene zur Schau trug, als wäre er erschienen, um den armen Hoppy persönlich auszupeitschen. Nitschman stellte ihn als George Cristiano vor, aus Washington, vom Justizministerium. Cristiano hielt nichts von vielen Worten. Ich will es kurz machen. Wir möchten Ihnen einen Handel vorschlagen, einen etwas bizarren Handel, einer, den wir noch nie versucht haben. Hat nichts mit Gesetz und Gerechtigkeit zu tun. Es ist ein politischer Handel. Die Tabakkonzerne stecken Millionen in die Wahlkampagnen, weil sie Angst haben vor der Federal Food and Drug Administration und das Satthaben von der Regierung gegängelt zu werden. Wenn Pinex diesen Prozess verliert, kommt es zu einer Prozesslawine, wie sie dieses Land noch nie erlebt hat. Die Konzerne werden Milliarden verlieren und wir in Washington werden Millionen verlieren. Werden Sie uns helfen, Hoppy? Sie reden mit Ihrer Frau und sorgen dafür, dass sie versteht, wie sinnlos und gefährlich dieser Fall ist. Sie müssen ihr die Sache klar machen. Es ist ungeheuer wichtig. Wichtig für uns im Justizministerium, für das ganze Land und natürlich für Sie, weil Sie da nicht fünf Jahre ins Gefängnis müssen. Können Sie uns helfen, dabei zu Wort von einer Protokollantin aufnehmen zu lassen? Aber Haken wollte nur ein paar Minuten geplauder. Er konnte diesem jungen Mann vertrauen. Alles bestens, sagte Niklas. Nichts Ungewöhnliches? Nichts, was mir aufgefallen wäre. Wird der Fall erörtert? Nein. Im Gegenteil. Wenn wir zusammen sind, versuchen wir, dieses Thema zu vermeiden. Gut. Lassen Sie es mich wissen, wenn es irgendein Problem gibt. Und behalten Sie diese Unterhaltung für sich. Natürlich, sagte Niklas. Sie gaben sich die Hand. Dann ging er. Im Gerichtssaal stand Raw auf und rief Leon Robilio als nächsten Zeugen auf. Robilio hatte ihre volle Aufmerksamkeit, als er ihnen mitteilte, dass er zwei Jahrzehnte als Lobbyist für die Tabakindustrie gearbeitet hatte und davor im Tobacco Focus Council. Aber jetzt stand er als leidenschaftlicher Antiraucheraktivist auf der anderen Seite des Zauns. Er hatte nahezu 40 Jahre lang stark geraucht, was ihn fast umgebracht hatte. Nachdem sein Kehlkopf entfernt worden war, hatte er noch zwei Jahre weiter geraucht. Erst nach einem beinahe tödlichen Herzinfarkt hatte er damit aufgehört. Er trug ein weißes Leinentuch, aussah, als er fallen. Nichts. Und zu seinem Entsetzen auch kein Computer. Ist jemand verletzt worden? fragte Niklas leise. Nein. Richter Harkin wurde von Philip Savelle in einem knapp formulierten, kaum leserlichen Schreiben darauf hingewiesen, dass sich das Wort ehelich der Definition im Webster zufolge nur auf Mann und Frau bezog und er dagegen Einspruch erhob. Er hatte keine Frau und hielt nichts von der Institution der Ehe. 20 Minuten später traf ein Fax von seinen Ehren ein, indem er das Wort ehelich in persönlich änderte und die ganze Sache zu persönlichen Besuchen erklärte. Da Sonntag war, gab er noch eine Stunde zu, von sechs bis zehn, anstatt nur bis neun Uhr. Hoppy traf als erster ein, wieder mit Pralinen und einem kleinen Blumenstrauß. Sie küßten sich flüchtig auf die Wange, dachten überhaupt nicht an irgendetwas Ehrliches, sondern saßen einfach nebeneinander auf dem Bett. Hoppy brachte das Gespräch behutsam auf den Prozess und versuchte, eine Weile beim Thema zu bleiben. Das macht einfach keinen Sinn, weißt du, dass Leute wegen so etwas klagen. Ich meine, es ist einfach albern. Jeder weiß, dass Zigaretten süchtig machen und gefährlich sind. Also weshalb rauchen die Leute dann, sagte er. Mr. Cristiano hatte gemeint, das wäre am besten, wenn er versuchte, Millie mit Argumenten zu überzeugen, anstatt ihr mit der Wahrheit Angst einzujagen. Niklas verließ sein Zimmer ungefähr in der Mitte des Sonntagabendspiels. Auf dem Korridor waren weder Geschworene noch Bewacher zu sehen. Er glitt leise durch die gläserne Doppeltür, huschte um die Ecke und eilte dann die Treppe in den ersten Stock hinauf. Marley wartete in einem Zimmer, das sie bar bezahlt und unter dem Namen Elsa Broom, einem ihrer vielen Decknamen, gemietet hatte. Sie gingen sofort miteinander ins Bett, mit einem Minimum an Worten und Präliminarien. Beide waren sich einig, dass acht Nächte ohne einander nicht nur ein Rekord für sie waren, sondern auch ungesund. Marley hatte Niklas kennengelernt, als beide noch andere Namen trugen. Die Stätte der Begegnung war eine Bar in Lawrence, Kansas gewesen, wo sie als Kellnerin arbeitete und er lange Abende mit Kommilitonen von der Juristischen Fakultät verbrachte. Als sie sich in Lawrence niederließ, hatte sie zwei akademische Grade und da sie keine Lust hatte, irgendeine Karriere zu starten, dachte sie an ein Jurastudium, diesem großen amerikanischen Babysitter für ziellose College-Absolventen. Diesem Besuch bei Niklas war sie in einem Mietwagen erschienen, einem von vielen, die sie in den letzten Monaten benutzt hatte. Niklas hatte plötzlich genug von dem Zimmer, einer genauen Replik von dem, in das er eingesperrt war. Sie unternahmen einen langen Ausflug an der Küste entlang. Sie fuhr, er trank Bier. Sie wanderten eine Pier oberhalb des Strandes entlang und küßten sich, während unter ihnen das Wasser leise plätscherte. Über den Prozess sprachen sie kaum. Um halb elf stieg Marley zwei Blocks von Raw's Kanzlei entfernt aus dem Mietwagen aus. Sie eilte den Gehsteig entlang. Ihr Wagen stand allein da. Joe Boy sah sie einsteigen und funkte Conrad an. Als sie abgefahren waren, kehrte Niklas in den Mietwagen ins Motel zurück. Raw steckte mitten in einer hitzigen Sitzung der täglichen Zusammenkunft der acht Prozessanwälte, von denen jeder eine Million beigesteuert hatte. Das Thema an diesem Sonntagabend war die Anzahl der noch aufzurufenden Zeugen und wie üblich gab es acht verschiedene Meinungen darüber, wie sie weiter vorgehen sollten. Die Diskussion dauerte bis zum späten Abend. Der erste Tagesordnungspunkt am Montagmorgen war ein Gespräch zwischen Richter Harkin und Niklas über den Brand und ob es ihm auch gut ginge. Sie trafen sich allein im Amtszimmer des Richters und Niklas versicherte ihm, er fühle sich durchaus wohl und habe genügend Sachen im Motel, die gewaschen werden konnten. Der Brand wurde rasch abgetan und da sie unter sich waren, fragte Harkin, und wie geht es dem Rest unserer Freunde? Ein derartiges Gespräch unter vier Augen mit einem Geschworenen verstieß nicht gegen die Vorschriften, lag aber eindeutig in der Grauzone prozessualer Verfahrensweisen. Das bessere Vorgehen wäre gewesen, die Anwälte dabei zu haben und jedes Wort von einer Protokollantin aufnehmen zu lassen. Aber Harkin wollte nur ein paar Minuten geplauder. Er konnte diesem jungen Mann vertrauen. Alles bestens, sagte Niklas. Nichts Ungewöhnliches? Nichts, was mir aufgefallen wäre. Wird der Fall erörtert? Nein. Im Gegenteil, wenn wir zusammen sind, versuchen wir, dieses Thema zu vermeiden. Gut. Lassen Sie es mich wissen, wenn es irgendein Problem gibt. Und behalten Sie diese Unterhaltung für sich. Natürlich, sagte Niklas. Sie gaben sich die Hand. Dann ging er. Im Gerichtssaal stand Raw auf und rief Leon Robilio als nächsten Zeugen auf. Robilio hatte ihre volle Aufmerksamkeit, als er ihnen mitteilte, dass er zwei Jahrzehnte als Lobbyist für die Tabakindustrie gearbeitet hatte und davor im Tobacco Focus Council. Aber jetzt stand er als leidenschaftlicher Antiraucheraktivist auf der anderen Seite des Zauns. Er hatte nahezu 40 Jahre lang stark geraucht, was ihn fast umgebracht hatte. Nachdem sein Kehlkopf entfernt worden war, hatte er noch zwei Jahre weiter geraucht. Erst nach einem beinahe tödlichen Herzinfarkt hatte er damit aufgehört. Sie unternahmen einen langen Ausflug an der Küste entlang. Sie fuhr, er trank Bier. Sie wanderten eine Pier oberhalb des Strandes entlang und küßten sich, während unter ihnen das Wasser leise plätscherte. Über den Prozess sprachen sie kaum. Um halb elf stieg Marley zwei Blocks von Raw's Kanzlei entfernt aus dem Mietwagen aus. Sie eilte den Gehsteig entlang. Ihr Wagen stand allein da. Joe Boy sah sie einsteigen und funkte Conrad an. Als sie abgefahren waren, kehrte Niklas in den Mietwagen ins Motel zurück. Raw steckte mitten in einer hitzigen Sitzung der täglichen Zusammenkunft der acht Prozessanwälte, von denen jeder eine Million beigesteuert hatte. Das Thema an diesem Sonntagabend war die Anzahl der noch aufzurufenden Zeugen und wie üblich gab es acht verschiedene Meinungen darüber, wie sie weiter vorgehen sollten. Die Diskussion dauerte bis zum späten Abend. Der erste Tagesordnungspunkt am Montagmorgen war ein Gespräch zwischen Richter Harkin und Niklas über den Brand und ob es ihm auch gut ginge. Sie trafen sich allein im Amtszimmer des Richters und Niklas versicherte ihm, er fühle sich durchaus wohl und habe genügend Sachen im Motel, die gewaschen werden konnten. Der Brand wurde rasch abgetan und da sie unter sich waren, fragte Harkin, und wie geht es dem Rest unserer Freunde? Ein derartiges Gespräch unter vier Augen mit einem Geschworenen verstieß nicht gegen die Vorschriften, lag aber eindeutig in der Grauzone prozessualer Verfahrensweisen. Das bessere Vorgehen wäre gewesen, die Anwälte dabei zu haben und jedes Wort von einer Protokollantin aufnehmen zu lassen. Aber Harkin wollte nur ein paar Minuten geplauder. Er konnte diesem jungen Mann vertrauen. Alles bestens, sagte Niklas. Nichts Ungewöhnliches? Nichts, was mir aufgefallen wäre. Wird der Fall erörtert? Nein. Im Gegenteil, wenn wir zusammen sind, versuchen wir, dieses Thema zu vermeiden. Gut. Lassen Sie es mich wissen, wenn es irgendein Problem gibt. Und behalten Sie diese Unterhaltung für sich. Natürlich, sagte Niklas. Sie gaben sich die Hand. Dann ging er. Im Gerichtssaal stand Raw auf und rief Leon Robilio als nächsten Zeugen auf. Robilio hatte ihre volle Aufmerksamkeit, als er ihnen mitteilte, dass er zwei Jahrzehnte als Lobbyist für die Tabakindustrie gearbeitet hatte und davor im Tobacco-Focus-Council. Aber jetzt stand er als leidenschaftlicher Antiraucheraktivist auf der anderen Seite des Zauns. Er hatte nahezu 40 Jahre lang stark geraucht, was ihn fast umgebracht hatte. Nachdem sein Kehlkopf entfernt worden war, hatte er noch zwei Jahre weiter geraucht. Erst nach einem beinahe tödlichen Herzinfarkt hatte er damit aufgehört. Er trug ein weißes Leinentuch über seinem Loch im Hals. Als er schwor, die Wahrheit zu sagen, tat er es, indem er im Bleistift dünnes Mikrofon an seinen Hals hielt. Er sprach deutlich, aber flach und monoton. Er sagte anderthalb Stunden lang aus. Erstens, dass im Council bekannt war, dass sämtliche Tabakkonzerne den Nikotingehalt auf hohem Niveau hielten, damit die Leute süchtig wurden, und zweitens, dass die Werbung der Industrie ausdrücklich auf Teenager ausgerichtet sei. Raw legte Robilio einen Karton mit dicken Berichten zur Identifizierung vor. Die Untersuchungen wurden als Beweismaterial zugelassen, als hätten die geschworenen Zeit, sich durch Zehntausende von Seiten hindurch zu wühlen, bevor sie ihr Urteil fällten. Nach einer zwanzigminütigen Kaffeepause trat Cable ans Rednerpult und fiel über Robilio her. Sein Ton war schneidend, fast niederträchtig. Er erzielte sofort einen Treffer mit der Enthüllung, dass Robilio für seine Aussage bezahlt wurde und dass er sich selbst an die Anwälte der Klägerin gewandt hatte. Außerdem wurde er noch bei zwei weiteren Tabakfällen honoriert. Ja, ich werde für mein Hiersein bezahlt, Mr. Cable, genau wie Sie, sagte Robilio, wie alle Experten reagierend. Aber dass er Geld nahm, sorgte unvermeidlich für leichte Zweifel an seinem Charakter. Cable brachte ihn zu dem Eingeständnis, dass er erst mit dem Rauchen angefangen hatte, als er fast 25 gewesen war. Verheiratet, zwei Kinder, also keineswegs einen von den gerissenen Werbeleuten aus der Madison Avenue verführter Teenager. Robilio hatte ein aufbrausendes Temperament, was er während einer zweitägigen Marathonvernehmung fünf Monate zuvor allen Anwälten gegenüber bewiesen hatte. Cable war entschlossen, diese Tatsache auszunutzen. Seine Fragen waren scharf, schnell und auf Provokation angelegt. Mr. Robilio, sind Ihnen die Bemühungen der Tabakindustrie bekannt, das Rauchen bei Teenagern einzuschränken? 40 Millionen Dollar im vorigen Jahr an Smoke-Free-Kids. Fällt sich an wie etwas, das sie sich nicht entgehen lassen würden? Macht einen guten Eindruck, stimmt's? Ist Ihnen bekannt, dass die Industrie nachweislich Gesetze unterstützt, die die Aufstellung von Zigarettenautomaten an Stellen verbietet, an denen Jugendliche zusammenkommen? Ich glaube, ich habe davon gehört. Auch eine hübsche Masche. Ist Ihnen bekannt, dass die Industrie im vorigen Jahr dem Staat Kalifornien 10 Millionen Dollar für ein landesweites Kindergartenprogramm gezahlt hat, das den Zweck hat, Minderjährige vor dem Rauchen zu warnen? Nein. Was ist mit dem Rauchen von Volljährigen? Haben Sie den Kleinen gesagt, es wäre okay, wenn Sie nach dem 18. Geburtstag mit dem Rauchen anfingen? Vermutlich haben Sie das getan. Cable hatte eine Liste und schien sich damit begnügen zu wollen, seine Fragen abzufeuern und die Antworten zu ignorieren. Ist Ihnen bekannt, dass die Industrie ein Gesetz in Texas unterstützt, das das Rauchen in allen Fastfood-Lokalen verbietet, die von Teenagern frequentiert werden? Ja. Und wissen Sie, weshalb sie derartige Dinge tut? Ich werde es Ihnen sagen, um Leute wie Sie anheuern zu können, damit Sie Geschworene wie diesen hier davon erzählen können. Das ist der einzige Grund. Es hört sich vor Gericht gut an. Richter Haken beugte sich vor. Mr. Robilio, das kann ich nicht durchgehen lassen. Sagen Sie so etwas nicht wieder. Ich will, dass es aus dem Protokoll gestrichen wird. Es tut mir leid, euer Ehren. Ich entschuldige mich auch bei Ihnen, Mr. Cable. Sie tun nur Ihren Job. Es ist Ihr Mandant, den ich nicht ausstehen kann. Cable war aus dem Konzept geraten. Er brachte ein lahmes »Weshalb« heraus und wünschte sich sofort, er hätte den Mund gehalten. »Weil diese Tabakleute so verlogen sind. Sie sind klug, intelligent, gebildet, skrupellos, und Sie schauen Ihnen ins Gesicht und behaupten allen Ernstes, dass Zigaretten nicht süchtig machen. Und Sie wissen, dass das eine Lüge ist.« »Keiner weiteren Fragen«, sagte Cable bereits auf dem Rückweg zu seinem Tisch. Gardner war eine Stadt mit 18.000 Einwohnern in der Nähe von Labock. Pamela Blanchard lebte im alten Teil des Ortes, zwei Blocks von der Main Street entfernt, in einem um die Jahrhundertwende gebauten und hübsch renovierten Haus. Auf dem Rasen standen leuchtend rote und goldene Ahornbäume, Kinder auf Fahrrädern und Skateboards bevölkerten die Straße. Um 10 Uhr am Montagmorgen wusste Fitch das Folgende. Sie war mit dem Präsidenten der örtlichen Bank verheiratet, einem Mann, dessen erste Frau vor zehn Jahren gestorben war. Er war nicht der Vater von Niklas Easter oder Jeff oder wie immer er auch heißen mochte. Pamelas Mann stammte aus der Stadt, sie nicht. Möglicherweise war sie aus Laback zugezogen, vielleicht auch aus Amarillo. Sie hatten vor acht Jahren in Mexiko geheiratet und die Lokalzeitung hatte kaum etwas darüber berichtet. Die beste Quelle am Ort war ein Privatdetektiv mit Namen Rafe, der 20 Jahre lang Polizist gewesen war. Nach Erhalt eines beachtlichen Honorars in Bar arbeitete Rafe zusammen mit Dante und Joe Boy die Sonntagnacht durch. Rafe sprach mit jedem Polizisten an Gardner und fand schließlich einen, der sich mit einer Dame unterhalten konnte, die den Blanchards gegenüber wohnte. Bingo. Pamela hatte zwei Söhne aus einer früheren Ehe. Sie sprach nicht viel über sie, aber einer war in Alaska und der andere war Anwalt oder studierte Jura, etwas dergleichen. Da keiner der Söhne an Gardner aufgewachsen war, wurde die Spur rasch kalt. Niemand kannte sie. Rafe konnte nicht einmal jemanden finden, der Pamelas Söhne je gesehen hatte. Dann rief Rafe einen Anwalt an, einen schmierigen Scheidungsspezialisten, der sich häufig Rafe's primitiver Überwachungsmethode bediente und der Anwalt kannte eine Sekretärin in Mr. Blanchards Bank. Es stellte sich heraus, dass Pamela aus Austin stammte. Sie hatte dort für einen Bankenverein gearbeitet und auf diese Weise Mr. Blanchard kennengelernt. Fitch rief am späten Montagvormittag einen Bekannten in Austin an. Nur Minuten später saß ein Dutzend Rechercheure über Telefonbüchern. Pamela Carr war leitende Sekretärin der Texas Bankers Association in Austin gewesen. Ein Telefonanruf führte zum nächsten und auf einmal hatten die Söhne Namen. Jeff und Alex. Alex war zwei Jahre älter als Jeff, hatte die Highschool in Austin besucht und war dann nach Oregon gezogen. Jeff hatte gleichfalls die Highschool in Austin abgeschlossen und dann in Rice das College besucht. Der Vater der Jungen hatte seine Familie verlassen, als die Kinder noch ganz klein waren. Dante, gerade aus einem Privatjet ausgestiegen, begleitete einen Rechercheur zu der Highschool, wo ihn gestattet wurde, in den alten Jahrbüchern der Bibliothek zu blättern. Jeff Carrs Abschlussfoto von 1985 war in Farbe. Blauer Smoking, große blaue Fliege, kurzes Haar, ein ernstes Gesicht, dasselbe Gesicht, das Dante stundenlange Biloxi betrachtet hatte. Er rief sofort Fitch an. Drei Anrufe in Rice ergaben, dass Jeff Carr sein Studium dort mit einem Examen in Psychologie abgeschlossen hatte. Ein Anrufer machte einem Professor für politische Wissenschaften ausfindig. Er sagte, der junge Mann wäre nach Kansas gegangen, um Jura zu studieren. Für einen normalerweise so gesprächigen Menschen hielt sich Niklas beim Lunch sehr zurück. Die anderen waren in ähnlicher Stimmung. Leon Robilius' Stimme ging ihnen nicht aus dem Kopf. Lauren Duke gab es auf, in ihrem Hühnersalat herumzustochern. Sie schaute über den Tisch zu Jerry Fernandes und sagte, darf ich Sie etwas fragen? Ihre Stimme durchbrach ein deprimiertes Schweigen. Natürlich, sagte er. Wie alt waren Sie, als Sie mit dem Rauchen anfingen? 14. Und weshalb haben Sie angefangen? Der Marlboro-Mann. Jeder Junge, den ich kannte, rauchte Marlboro. Wir waren Landkinder, liebten Pferde und Rodeos. Der Marlboro-Mann war zu cool, als dass man ihm hätte widerstehen können. Wie Herman Grimes stimmen würde, ließ sich unmöglich vorhersagen. Aber Fitch zählte nicht auf ihn. Und auf Philip Savelle auch nicht. Was Mrs. Gladys Court anging, hatte Fitch ein gutes Gefühl. Sie war alt und konservativ und würde wahrscheinlich empört sein, wenn Raw sie um 20 Millionen oder eine ähnliche Summe bat. Also hatte Fitch vier in der Tasche, mit Mrs. Gladys Court als möglicher Fünfter. Bei Herman Grimes konnte man nur eine Münze werfen und bei Savelle annehmen, dass jemand, der so im Einklang mit der Natur lebte, die Tabakkonzerne verabscheuen musste. Damit blieben Easter und seine Fünferbande. Beide Seiten brauchten neun Stimmen für ein Urteil. Jede geringere Stimmenzahl würde ein Unentschieden bedeuten und Harkin zwingen, den Prozess für gescheitert zu erklären. Gescheiterte Prozesse müssen wieder aufgerollt werden. Etwas, das Fitch in diesem Fall nicht wollte. Fitchs Traum war ein einstimmiges, mit zwölf Stimmen gefälltes Urteil zugunsten von Pynex, das die Tabakprozesse für ein Jahrzehnt abkühlen, einfrieren lassen würde. Die Stimmung in Ross' Kanzlei war am Montagabend wesentlich lockerer. Sie glaubten, Herman Grimes auf ihrer Seite zu haben, und sie hatten ein gutes Gefühl, was Millie Dupre und den seltsamen Philipp Savelle anging. Herrera machte ihnen Sorgen. Alle drei Schwarzen, Lonnie, Angel und Lauren, waren verlässlich an Bord. Schließlich ging es um die Sache einer kleinen Person gegen einen großen, mächtigen Konzern. Bestimmt würden die Schwarzen mitmachen. Das taten sie immer. Easter war die Schlüsselfigur, weil er der Anführer war. Alle wussten das. Ricky würde sich ihm anschließen. Jerry war sein Kumpel. Sylvia Taylor-Tatum war passiv und würde der Mehrheit folgen. Und Mrs. Gladys Card gleichfalls. Zurück in Lawrence, Kansas, fand Small eine Frau, die zusammen mit Claire Clement bei Mulligans gejobbt hatte. Sie ist Rebecca und arbeitete jetzt in leitender Stellung in einer Bank. Er stellte sich ungeschickt vor und sie war sofort argwöhnisch. Er bekam keinerlei Auskünfte. Nachdem Small die Bank verlassen hatte, schloss Rebecca die Tür hinter sich und wählte die Nummer einer Wohnung in St. Louis. Die Tonbandstimme am anderen Ende gehörte ihrer Freundin Claire. Sie telefonierten jeden Monat mindestens einmal miteinander, obwohl sie sich seit einem Jahr nicht mehr gesehen hatten. Claire hatte sie gewarnt, dass möglicherweise Leute auftauchen und neugierige Fragen stellen würden. Nach dem Pfeifton hinterließ Rebecca eine kurze Nachricht über Smalls Besuch. Die Nachricht ließ Marley das Blut in den Adern gefrieren. Sie rief Rebecca an und schaffte es, sich völlig normal anzuhören, obwohl ihr Mund trocken war und ihr Herz hämmerte. Ja, der Mann, der Small hieß, hatte sich ausdrücklich nach Claire Clement erkundigt. Und er hatte Jeff Carr erwähnt. Weder sie noch Niklas hatten geglaubt, dass man ihn je bis nach Lawrence würde nachspüren können. Nun war es doch geschehen und die Fragen prasselten wie harter Regen auf sie ein. Wer hatte sie gefunden? Welche Seite? Fitch oder Rawr? Höchstwahrscheinlich Fitch, einfach weil er mehr Geld hatte und gerissener war. Sie musste mit Niklas sprechen, aber der befand sich im Moment auf einem Boot irgendwo auf dem Golf, angelte Makrelen und zog seine Mitgeschworenen auf seine Seite. »Hi, Fitch, Sie haben wieder einen verloren«, sagte Marley ins Telefon. »Was habe ich verloren?«, fragte er und biss sich auf die Zunge, um zu verhindern, dass er sie Claire nannte. Einen weiteren Geschworenen. Lauren Duke war von Robilio fasziniert und jetzt führt sie die Parade derer an, die der Klage stattgeben wollen. Aber sie hat unsere Argumente noch nicht gehört. Stimmt. Sie haben jetzt vier Raucher. Wees, Fernandes, Taylor Tatum und Easter. Raten Sie mal, wer von denen als über 18-Jähriger mit dem Rauchen angefangen hat. Das weiß ich nicht. Keiner. Sie haben alle als halbe Kinder angefangen. Herman und Herrera haben früher geraucht. Mit 14 und 17. Das ist die Hälfte Ihrer Jury, Fitch. Und was soll ich dagegen unternehmen? Wir treffen uns und reden miteinander. Sie kennen Cresselas, das kleine Fischrestaurant mit Tischen im Freien am Ende der Pier von Biloxi? In fünf Minuten. Und lassen Sie Ihre Leute zu Hause. Während Fisch seinen massigen Körper auf einem schmalen Stuhl deponierte, holte Marley aus ihrer großen Handtasche ein dünnes, schwarzes Etwas, das einem kleinen Diktiergerät ähnelte. Sie drückte auf einen Knopf und legte es so auf den Tisch, dass es auf Fischs umfänglichen Bauch zielte. Entschuldigen Sie, Fisch. Ich will nur feststellen, ob Sie Zeit hatten, hier oder dort eine Wanze zu verstecken. Conrad hatte ein kleines Körpermikrofon und einen in der Nähe preikenden Technikwagen vorgeschlagen, aber Fisch war so in Eile gewesen, dass er Nein gesagt hatte. Sie schaute auf die kleine Digitalanzeige am Ende des Abtast-Sensors. Außerdem hat er sich verliebt. Fisch wollte unbedingt wissen, ob es eine Freundin gegeben hatte. Wer war die Frau? fragte Small. Claire. Und wie weiter? Daran kann ich mich im Augenblick nicht erinnern. Sie haben sie gekannt. Ich wusste, wer sie war. Claire arbeitete in einem Lokal in der Innenstadt namens Mulligans. Könnten Sie sie beschreiben? Weshalb? Ich dachte, es geht hier um Jeff. Ich bin gebeten worden, eine Beschreibung seiner Freundin während des Studiums zu liefern. Mehr weiß ich auch nicht. Holst der Kuckuck, dachte Redliff. Er würde die Leute doch nie wiedersehen. Mittelgroß, ungefähr 1,65, schlank, dunkles Haar, braune Augen, hübsches Mädchen mit allem, was dazugehört. Small dankte ihm. Dann rief er einen Freund an, der den Mann kannte, dem Mulligans 15 Jahre lang gehört hatte. Ihr Name war Claire Clement. Fisch rieb sich befriedigt die dicklichen Hände, als die Nachricht einging. Er liebte die Jagd. Marley war jetzt Claire, eine Frau mit einer Vergangenheit, die sich alle Mühe gegeben hatte, sie zu verschleiern. Am Montagnachmittag kehrten die Zahlen mit voller Gewalt zurück. Der sie verkündete war Dr. Art Callison, ein emeritierter Professor der Wirtschaftswissenschaften, ein Mann, dessen Job es war, das Leben von Jacob Wood zu betrachten und es mit einer exakten Dollarsumme zu bewerten. Als Jacob Wood mit 51 Jahren starb, betrug sein Gehalt 40.000 Dollar im Jahr, zuzüglich eines von seinem Arbeitgeber gegründeten Rentenfonds und anderer Vergünstigungen. Callison hielt den Geschworenen einen raschen, freundlichen Vortrag über den gegenwärtigen Wert. Seine neue Zahl belief sich auf 835.000 Dollar. Er leistete hervorragende Arbeit, die Geschworenen zu überzeugen, dass diese Zahl nur das entgangene Gehalt betraf. Sein Job hatte nichts zu tun mit den Leiden und den Qualen, die Mr. Wood vor seinem Tod ertragen musste, nichts mit dem Verlust, den seine Angehörigen erlitten hatten. Im Grunde spielte die Summe keine Rolle. Entgangenes Gehalt war lediglich der Ausgangspunkt. Raw würde die Schmerzen und das Leiden dazu addieren, den Verlust der Lebensfreude, den Verlust seiner Kollegen. Danach würde Raw aufs große Geld abzielen. Er würde den Geschworenen darlegen, über wie viel Geld Pynex verfügte und sie auffordern, einen gewaltigen Batzen davon als Strafe zu verhängen. Raws letzte Zeugin war die Witwe Wood. Drei Wochen lang hatte Cillest Wood stumm am Tisch gesessen, immer in schwarz gekleidet. Sie und Raw hielten sich streng an ihr Drehbuch. Sie war 55, genauso alt, wie ihr Mann ohne den Lungenkrebs jetzt gewesen wäre. Sie arbeitete in einer Bibliothek und hatte drei Kinder großgezogen. Sie sprach von ihrem Leben mit Jacob, wie glücklich sie gewesen waren, die frühen Jahre, die Kinder, dann die Enkel, ihre Träume von einem Leben nach der Pensionierung. Ein paar Stolpersteine hatte es schon gegeben auf ihrem Weg, aber nichts Ernstes. Nicht, bis er krank wurde. Er hatte das Rauchen aufgeben wollen, hatte es mehrmals versucht, aber ohne viel Erfolg. Die Sucht war einfach zu mächtig gewesen. Cillest Wood wirkte sympathisch, ohne sich dazu besonders anstrengen zu müssen. Ihre Stimme geriet nie ins Schwanken. Rawr hatte, zu Recht, angenommen, dass falsche Tränen bei den Geschworenen nicht gut ankommen würden. Sie neigt ohnehin nicht zum Weinen. Cable verzichtete auf ein Kreuzverhör. »Unsere Beweisführung ist abgeschlossen«, verkündete Rawr. Mehrere Geschworene konnten ein Lächeln nicht verbergen. Ein paar andere hörten auf, die Stirn zu runzeln. Heute würde ihr siebenter Tag in der Isolierung sein. Niklas' neuster Theorie zufolge würde die Verteidigung nicht mehr als drei Tage brauchen. Sie hatten es sich ausgerechnet. Am Wochenende konnten sie vielleicht wieder zu Hause sein. Als Richter Haken verkündete, dass er am nächsten Tag eine ganze Reihe von Anträgen mit den Anwälten verhandeln müsse, hob Niklas die Hand und fragte, ob für die Jury nicht ein Bootsausflug und eine Fahrt nach New Orleans arrangiert werden könnte, anstatt dass sie den ganzen Tag im Motel herumsitzen müssten. Die Anwälte starrten Easter an. Es kam höchst selten vor, dass sich ein Geschworener während einer Verhandlung zu Wort meldete. Wäre die Jury nicht isoliert worden, hätte Rawr mindestens drei weitere Experten aufgerufen, aber er wusste, dass es Zeit zum Aufhören war. Bisher mindestens zwei Streiks, ständig irgendwelche Listen von Forderungen, Porzellan und richtiges Besteck zum Lunch, Bier nach der Arbeit, vom Geld der Steuerzahler, Gemeinschaftsausflüge und persönliche Besuche. Es war keine gewöhnliche Jury. Sie war auch keinesfalls gewöhnlich für Fitch. Wenn Marley nicht gewesen wäre, hätte Fitch überhaupt nicht geschlafen. Wenn Fitch die Stimmen der Geschworenen durchging, fing er immer mit Ricky Coleman an. Wegen der Abtreibung. Ihre Stimme hatte er in der Tasche. Sie wusste es nur noch nicht. Dann rechnete er Lonnie Shaver dazu. Dann Colonel Herrera. Millie Dupre würde einfach sein. Seine geschworenen Berater waren überzeugt, dass Sylvia Talem Tatum praktisch unfähig war, Sympathien zu empfinden, und außerdem rauchte sie. Aber seine Leute wussten nicht, dass sie mit Jerry Fernandes schlief. Jerry und Easter waren dicke Freunde. Fitch ging davon aus, dass die drei, Sylvia, Jerry und Niklas, einheitlich stimmen würden. Lauren Duke saß neben Niklas. Die beiden wurden oft dabei beobachtet, wie sie während des Prozesses miteinander flüsterten. Fitch glaubte, dass sie sich Easter anschließen würde. Und wenn Lauren das tat, dann würde es auch Angel Ruiz tun. Die einzige andere Schwarze. Wie Herman Grimes stimmen würde, ließ sich unmöglich vorhersagen. Aber Fitch zählte nicht auf ihn. Und auf Philip Savelle auch nicht. Was Mrs. Gladys Card anging, hatte Fitch ein gutes Gefühl. Sie war alt und konservativ und würde wahrscheinlich empört sein, wenn Raw sie um 20 Millionen oder eine ähnliche Summe bat. Also hatte Fitch vier in der Tasche, mit Mrs. Gladys Card als möglicher Fünfter. Bei Herman Grimes konnte man nur eine Münze werfen und bei Savelle annehmen, dass jemand, der so im Einklang mit der Natur lebte, die Tabakkonzerne verabscheuen musste. Damit blieben Easter und seine Fünferbande. Beide Seiten brauchten neun Stimmen für ein Urteil. Jede geringere Stimmenzahl würde ein Unentschieden bedeuten und Harkin zwingen, den Prozess für gescheitert zu erklären. Gescheiterte Prozesse müssen wieder aufgerollt werden. Etwas, das Fitch in diesem Fall nicht wollte. Fitchs Traum war ein einstimmiges, mit zwölf Stimmen gefälltes Urteil zugunsten von Pinex, das die Tabakprozesse für ein Jahrzehnt abkühlen, einfrieren lassen würde. Die Stimmung in Raw's Kanzlei war am Montagabend wesentlich lockerer. Sie glaubten, Herman Grimes auf ihrer Seite zu haben, und sie hatten ein gutes Gefühl, was Millie Dupre und den seltsamen Philip Savelle anging. Herrera machte ihnen Sorgen. Alle drei Schwarzen, Lonnie, Angel und Lauren, waren verlässlich an Bord. Schließlich ging es um die Sache einer kleinen Person gegen einen großen, mächtigen Konzern. Bestimmt würden die Schwarzen mitmachen. Das taten sie immer. Easter war die Schlüsselfigur, weil er der Anführer war. Alle wussten das. Ricky würde sich ihm anschließen. Jerry war sein Kumpel. Sylvia Taylor-Tatum war passiv und würde der Mehrheit folgen. Und Mrs. Gladys Card gleichfalls. Zurück in Lawrence, Kansas, fand Small eine Frau, die zusammen mit Claire Clement bei Mulligans gejobbt hatte. Sie ist Rebecca und arbeitete jetzt in leitender Stellung in einer Bank. Er stellte sich ungeschickt vor und sie war sofort argwöhnisch. Er bekam keinerlei Auskünfte. Nachdem Small die Bank verlassen hatte, schloss Rebecca die Tür hinter sich und wählte die Nummer einer Wohnung in St. Louis. Die Tonbandstimme am anderen Ende gehörte ihrer Freundin Claire. Sie telefonierten jeden Monat mindestens einmal miteinander, obwohl sie sich seit einem Jahr nicht mehr gesehen hatten. Claire hatte sie gewarnt, dass möglicherweise Leute auftauchen und neugierige Fragen stellen würden. Nach dem Pfeifton hinterließ Rebecca eine kurze Nachricht über Smalls Besuch. Die Nachricht ließ Marley das Blut in den Adern gefrieren. Sie rief Rebecca an und schaffte es, sich völlig normal anzuhören, obwohl ihr Mund trocken war und ihr Herz hämmerte. Ja, der Mann, der Small hieß, hatte sich ausdrücklich nach Claire Clement erkundigt. Und er hatte Jeff Carr erwähnt. Weder sie noch Niklas hatten geglaubt, dass man ihn je bis nach Lawrence würde nachspüren können. Nun war es doch geschehen und die Fragen prasselten wie harter Regen auf sie ein. Wer hatte sie gefunden? Welche Seite? Fitch oder Raw? Höchstwahrscheinlich Fitch. Einfach, weil er mehr Geld hatte und gerissener war. Sie musste mit Niklas sprechen. Aber der befand sich im Moment auf einem Boot irgendwo auf dem Golf, angelte Makrelen und zog seine Mitgeschworenen auf seine Seite. »Hi, Fitch. Sie haben wieder einen verloren«, sagte Marley ins Telefon. »Was habe ich verloren?«, fragte er und biss sich auf die Zunge, um zu verhindern, dass er sie Claire nannte. Einen weiteren Geschworenen. Lauren Duke war von Robilio fasziniert und jetzt führt sie die Parade derer an, die der Klage stattgeben wollen. Aber sie hat unsere Argumente noch nicht gehört. Stimmt. Sie haben jetzt vier Raucher. Wees, Fernandes, Taylor Tatum und Easter. Raten Sie mal, wer von denen als über 18-Jähriger mit dem Rauchen angefangen hat. Das weiß ich nicht. Keiner. Sie haben alle als halbe Kinder angefangen. Herman und Herrera haben früher geraucht. Mit 14 und 17. Das ist die Hälfte Ihrer Jury, Fitch. Und was soll ich dagegen unternehmen? Wir treffen uns und reden miteinander. Sie kennen Cresselas, das kleine Fischrestaurant mit Tischen im Freien am Ende der Pier von Biloxi? In fünf Minuten. Und lassen Sie Ihre Leute zu Hause. Während Fitch seinen massigen Körper auf einem schmalen Stuhl deponierte, holte Marley aus ihrer großen Handtasche ein dünnes schwarzes Etwas, das einem kleinen Diktiergerät ähnelte. Sie drückte Verlassene. Keinerlei Garantien gab. Er vertraute seiner Marley. Sie und ihr Freund Easter, oder wie zum Teufel er auch heißen mochte, hatten sich geduldig an die Fersen von Big Tobacco geheftet, um an diesen Punkt zu gelangen, und sie würden mit Vergnügen für den richtigen Preis einen Urteilsspruch liefern. Sie hatten für diesen Moment gelebt. Oh, die Fragen, die er nur zu gern gestellt hätte. Er hätte gern mit den beiden angefangen und gefragt, wessen Idee das gewesen war. Ein so genialer, gerissener Plan, die Prozesse zu studieren, ihnen durchs Land hindurch zu folgen und sich dann in die Jury einzuschmuggeln, damit über das Urteil ein Handel abgeschlossen werden konnte. Es war geradezu brillant. Er hätte sich stundenjahrtagelang über die Einzelheiten verhören können, aber er wusste, dass er keine Antworten bekommen würde. »Ich bin in dieser Sache nicht völlig hilflos,« sagte er, immer noch seine Position haltend. »Natürlich nicht, Fitch. Ich bin sicher, Sie haben genügend Fallen aufgestellt, um mindestens vier Geschworene zu fangen. Soll ich Ihre Namen nennen?« Er würde sich nicht auf ein Ratespiel einlassen mit jemandem, der die harten Tatsachen kannte. Mit Marley zu sprechen war, als spreche man mit dem Anführer der Jury. Und obwohl Fitch das Beisammensein genoss, machte es die Unterhaltung doch ziemlich einseitig. Vorher sollte er wissen, ob sie blöffte oder die Wahrheit sagte. Es war einfach nicht fair. »Ich habe den Eindruck, Sie bezweifeln, ob ich alles unter Kontrolle habe,« sagte sie. »Was ist, wenn ich einen Geschworenen ausbote?« »Sie haben bereits Stella Julik ausgebotet,« sagte Fitch. »Ich kann es wieder tun. Was ist, wenn ich, sagen wir, beschließen würde, Lonnie Shaver nach Hause zu schicken? Wären Sie beeindruckt?« Fitch verschluckte sich beinahe an seinem Tee. »Ich bin sicher, Lonnie wäre glücklich. Er ist wahrscheinlich von den Zwölfen der Unlustigste.« »Soll ich ihn beseitigen?« »Nein, er ist harmlos. Außerdem, da wir zusammenarbeiten werden, meine ich, wir sollten Lonnie behalten.« »Er und Niklas reden eine Menge miteinander. Wussten Sie das?« »Redet Nikolas mit allen Geschworenen?« Marley schaute auf ihre Uhr. Halb zwölf. »Fitch, ich habe Hunger. Wie wär's, wenn Sie jetzt verschwinden würden? Ich rufe Sie in ein paar Tagen an.« Das 18-Meter-Boot fuhr 50 Meilen weit in den Golf hinaus, wo die halbe Jury unter einem wolkenlosen Himmel und bei einer sanften Brise Makrelen, Schnappbarsche und Rotlachse angelte. Es war die erste Gelegenheit für Niklas und Jerry, sich mit Lonnie Shaver zu unterhalten, der normalerweise immer an seinem Laptop arbeitete. Es brauchte vier Bier, um ihm die Zunge zu lockern. »Sie haben die Nase voll, was?« fragte Niklas. »Ach, das Ganze ist doch verdammt lächerlich. Da raucht ein Mann 35 Jahre lang und dann wollen seine Erben Millionen, nachdem er sich selbst umgebracht hat.« »Habe ich es nicht gesagt?« meinte Jerry, ohne die Augen zu öffnen. »Was?« fragte Lonnie. »Jerry und ich waren uns sicher, dass Sie auf der Seite der Verteidigung stehen,« erklärte Niklas. »Aber es war schwierig, weil Sie immer so wenig gesagt haben.« »Und wo stehen Sie?« fragte Lonnie. »Ich? Ich habe mich noch nicht entschieden. Jerry neigt eher der Verteidigung zu. »Stimmst, Jerry?« »Ich habe mich mit niemandem über den Fall unterhalten. Ich hatte keinerlei unerlaubte Kontakte. Ich habe keinerlei Bestechungsgelder angenommen. Ich bin ein Geschworener, auf den Richter Harkin stolz sein kann,« sagte Jerry. »Er neigt der Verteidigung zu,« sagte Niklas zu Lonnie, »weil er süchtig nach Nikotin ist und sich das Rauchen nicht abgewöhnen kann. Aber er ist überzeugt, er könnte die Zigaretten wegwerfen, wann immer er es will. Er kann es nicht, weil er ein Schwächling ist. Aber er möchte ein richtiger Mann sein wie Colonel Herrera.« »Wer möchte das nicht?« sagte Lonnie. Fitch hatte sich in seinem Büro mit Swanson eingeschlossen. Die Holzköpfe, wie Marley sie genannt hatte, waren abberufen worden. Stattdessen hatte Fitch die Firma in Bethesda mobilisiert, die er auch bei dem Hobby-Coup einsetzte. Resultate waren garantiert. In einer Stunde sollte Swanson nach Kansas City fliegen und dort die Aktion überwachen. Fitch steckte in einer Klemme. Er durfte Marley nicht verlieren, aber er musste auch wissen, wer sie war. Irgendwo in ihrer Vergangenheit war etwas Entscheidendes versteckt. Um ein Uhr morgens öffnete Niklas lautlos seine Tür. Der Wachmann war verschwunden. Marley wartete in einem Zimmer im ersten Stock. Sie hatte am Telefon angedeutet, dass es Probleme gab. Und jetzt setzte sie ihn rasch ins Bild. Sie berichtete über das Gespräch mit Rebecca und versuchte jedes Wort wiederzugeben, das bei ihrem Treffen mit Fitch gefallen war. Die Erkenntnis, dass sie teilweise enttarnt worden waren, traf sie hart. Sie waren sicher, dass es Fitch war. Und sie fragten sich, wie viel er wusste. Sie waren überzeugt und waren es immer gewesen, dass, um Claire Clement zu finden, zuerst Jeff Carr entdeckt werden musste. Jeffs Hintergrund war harmlos. Der von Claire musste im Verborgenen bleiben, sonst konnten sie gleich die Flucht ergreifen. Die Verteidigung des guten Firmennamens von Pynex hatte am Mittwochmorgen einen miserablen Start. Ein Analytiker namens Walter Barker, der für Mogul eine populäre Finanzwochenschrift schrieb, hatte zwei gegen eins gewettet, dass die Jury in Biloxi gegen Pynex entscheiden und eine hohe Strafe verhängen würde. Barker hatte sich in der Wall Street den Ruf eines Mannes erworben, auf dem man hören musste, wenn es bei einem Prozess um wirtschaftliche Belange ging. Die Tatsache, dass er gegen Pynex wettete, versetzte der Wall Street einen Schock. Die Aktien eröffneten bei 76, fielen auf 73 und standen am späten Vormittag bei 71,5. Der Gerichtssaal war am Mittwoch voller als gewöhnlich. Die Typen von der Wall Street waren in voller Besetzung zurückgekehrt. Jeder las im Mogul und alle waren plötzlich der gleichen Ansicht wie Barker, obwohl eine Stunde zuvor beim Frühstück noch Einigkeit darüber geherrscht hatte, dass Pynex die Zeugen der Klägerin gut überstanden hatte. Jetzt änderten sie die Berichte an ihre Büros ab. Barker war vorige Woche tatsächlich im Gerichtssaal gewesen. Was hatte er gesehen, das ihnen entgangen war? Jenkel wurde als Zeuge aufgerufen und die Verteidigung begann. Er schien die Chance, seinen Tabakkonzern zu verteidigen, zu begrüßen. Cable dirigierte ihn ohne irgendwelche Zwischenfälle durch die Präliminarien. Fitch verfolgte Jenkels Aussage von einem Platz im Hintergrund aus. Rechts neben ihm saß Luther Vandermeer, Generaldirektor von Trelco, dem größten Tabakkonzern der Welt. Vandermeer war der inoffizielle Anführer der Großen Vier und der einzige, den Fitch ausstehen konnte. Vandermeer seinerseits hatte die höchst verwunderliche Gabe, dass er Fitch mochte. Sie verspeisten ihren Lunch bei Mary Mahoney's allein an einem Tisch in einer Ecke. Sie waren erleichtert über den Erfolg, den Jenkel bisher gehabt hatte, wussten aber, dass das Schlimmste noch bevorstand. Barkers Artikel im Mogul hatte ihnen den Appetit verdorben. »Wie viel Einfluss haben Sie auf die Jury?«, fragte Vandermeer in seinem Essen herumstochernd. Fitch hatte nicht die Absicht, wahrheitsgemäß zu antworten. Das wurde auch nicht von ihm erwartet. Seine schmutzige Arbeit wurde vor allem, mit Ausnahme seiner Agenten, geheim gehalten. »Den üblichen,« sagte Fitch. »Der übliche genügt möglicherweise nicht.« Vandermeer hatte Angst. Und das zu Recht. Fitch wusste, dass er unter enormem Druck stand. Eine hohe Geldstrafe würde Pinax oder Trelco nicht ruinieren, aber die Resultate würden unerfreulich und weitreichend sein. In einer internen Untersuchung wurde für den schlimmsten Fall im Zeitraum von fünf Jahren nach einer Verurteilung eine Million Lungenkrebsprozesse vorhergesagt, wobei das durchschnittliche Verfahren allein an juristischen Kosten eine Million Dollar verschlang. Vandermeer kaute an einem winzigen Stück gegrilltem Hähnchen. »Weshalb suchen Sie sich nicht einfach neun Geschworene aus und geben jedem eine Million Dollar?«, sagte er mit einem leisen Auflachen, als scherzte er lediglich. »Glauben Sie mir, ich habe daran gedacht. Es ist einfach zu riskant. Dabei würden einige Leute im Gefängnis landen. Sollte nur ein Witz sein.« »Wir haben Mittel und Wege.« Vandermeer hörte aufzulächeln. »Wir müssen gewinnen, Fitsch.« »Verstehen Sie?« »Wir müssen gewinnen.« »Sie können ausgeben, was immer Sie für erforderlich halten.« Eine Woche zuvor hatte Richter Haken auf ein weiteres schriftliches Versuchen von Niklas Easterhin die Lunchroutine ein wenig geändert und verfügt, dass die beiden Ersatzgeschworenen zusammen mit den zwölf anderen essen durften. Niklas hatte vorgetragen, dass sie schließlich alle vierzehn in einem Gebäude wohnten, sich gemeinsam Filme ansahen, gemeinsam frühstückten und zu Abend aßen. Da wäre es doch beinahe lächerlich, sie beim Lunch voneinander getrennt zu halten. Die beiden Ersatzleute waren Männer. Henry Wu und Cheyenne Royce. Henry Wu war südvietnamesischer Pilot gewesen, der sein Jagdflugzeug am Tag nach dem Fall von Saigon ins südchinesische Meer gestürzt hatte. Er wurde von einem amerikanischen Rettungsboot aufgefischt und in einem Lazarett in San Francisco behandelt. Es kostete ein Jahr, seine Frau und seine Kinder nach San Francisco zu schleusen. 1978 waren sie nach Biloxi gezogen. Wu kaufte einen Krabbenkutter und schloss sich der wachsenden Zahl von vietnamesischen Fischern an, die die Einheimischen verdrängten. Im Jahr zuvor hatte seine jüngste Tochter bei der Schulabschlussfeier die Festrede gehalten. Sie hatte ein Vollstipendium für Harvard erhalten. Henry hatte seinen vierten Kutter gekauft. Er unternahm keinen Versuch, sich vor der geschworenen Pflicht zu drücken. An Patriotismus konnte er es mit allen aufnehmen, sogar mit dem Colonel. Niklas hatte sich natürlich sofort mit ihm angefreundet. Er war entschlossen dafür zu sorgen, dass, wenn die Beratung begann, Henry Wu zu den zwölf Auserwählten gehörte. Im Büro ging Fitch einen Stapel Faxe durch. Das erste war eine Aufstellung von Marlies Bewegungen seit ihrem gestrigen Treffen auf der Pier. Nichts Ungewöhnliches. Das nächste war eine Zusammenfassung dessen, was an Kansas ablief. Swanson meldete, dass sie vielen Spuren nachgingen, aber was Details anging, war der Bericht ziemlich dürftig. Einer von Jeff Kahrs früheren Mitstudenten war in Kansas City gefunden worden und sie versuchten, ein Zusammentreffen zu arrangieren. Wo war Marley? Und weshalb hatte sie heute nicht angerufen? Der Prozess ging seinem Ende entgegen. Es wurde Zeit kosten, einen Handel abzuschließen und in die Tat umzusetzen. Im Zimmer 54 las Henry Wu Briefe von seiner Tochter in Harvard, während seine Frau Key neue Versicherungspolizen für ihre Flotte von Fischerbooten studierte. Zimmer 48 war leer, weil Niklas sich im Partyzimmer Filme ansah. In 44 kuschelten sich Lonnie und seine Frau zum ersten Mal seit fast einem Monat unter der Decke zusammen. Zimmer 50 war leer, der Colonel saß im Partyzimmer, weil Mrs. Herrera bei einer Cousine in Texas zu Besuch war. Und 52 war gleichfalls leer, denn Jerry trank mit dem Colonel und Niklas Bier und wartete darauf, später über den Flur ins Zimmer des Pudels huschen zu können. In 56 arbeitete sich Shine Royce, Ersatzmann Nummer zwei, durch eine große Tüte Brötchen und Butter, die er sich aus dem Esszimmer geholt hatte. Royce war 52, arbeitslos, lebte mit einer jüngeren Frau und ihren sechs Kindern in einem Wohnwagen und hatte seit Jahren keine 15 Dollar pro Tag mehr verdient. Jetzt brauchte er nur dazusitzen und einem Prozess zuzuhören und das County bezahlte ihn nicht nur dafür, sondern fütterte ihn auch noch durch. In 46 tranken Philip Savelle und seine pakistanische Freundin Kräutertee und rauchten Pott bei geöffnetem Fenster. In Zimmer 49 auf der anderen Seite des Korridors telefonierte Sylvia Talem Tatum mit ihrem Sohn. In 45 spielte Mrs. Gladys Card mit Mr. Nelson Card, dem Mann mit dem Prostata leiden, Gin Romy. In 51 wartete Ricky Coleman of Rhea, der sich verspätet hatte und vielleicht überhaupt nicht kommen konnte, weil der Babysitter nicht erschienen war. In 53 saß Lauren Duke auf dem Bett, aß Schokoladenkekse und hörte unglücklich und neidisch zu, wie Angel Weiss und ihr Freund in Nummer 55 die Wände wackeln ließen. Und in 47 liebten sich Hoppe und Millie Dupre wie nie zuvor. Hoppe war zeitig eingetroffen mit einer großen Tüte chinesischem Essen und einer Flasche billigem Champagner, etwas, das er sich seit Jahren nicht getraut hatte. Unter normalen Umständen hätte sich Millie über den Alkohol aufgeregt, aber gegenwärtig waren die Umstände alles andere als normal. Sie trank ein kleines bisschen Champagner aus einem Motel-eigenen Plastikbecher und aß eine große Portion süß-saures Schweinefleisch. Dann fiel Hoppe über sie her. Hinterher lagen sie im Dunkeln und unterhielten sich leise über die Kinder und die Schule und ihr Zuhause im Allgemeinen. Sie hatte die Isolierung gründlich satt und wollte so schnell wie möglich zu ihrer Familie zurückkehren. Hoppe zog sich an und schaltete den Fernseher ein. Millie fand ihren Bademantel und goss sich einen weiteren winzigen Schluck Champagner ein. Das hier wirst du nicht glauben, sagte Hoppe, griff in eine Manteltasche und zog ein zusammengefaltetes Blatt Papier heraus. Was ist das? fragte sie, nahm das Blatt und faltete es auseinander. Es war eine Kopie von Fitchs gefälschte Aktennotiz mit den vielen Sünden von Leon Robilio. Sie las sie langsam, dann sah sie ihren Mann argwünsch an. Wo hast du das her? fragte sie. Es ist gestern per Fax gekommen, sagte Hoppe aufrichtig. Er hatte diese Antwort eingeübt, weil er den Gedanken, Millie anzulügen, nicht ertragen konnte. Wer hat es geschickt? fragte sie. Das weiß ich nicht. Es sieht aus, als käme es aus Washington. Besser hast du es nicht weggeworfen. Ich weiß nicht. Ich... Du weißt, dass du mir solches Zeug nicht zeigen darfst, Hoppe. Millie warf das Blatt aufs Bett und baute sich mit den Händen auf den Hüften vor ihrem Mann auf. Was hast du vor? Nichts. Es ist einfach an meinem Büro gefaxt worden. Das ist alles. Was für ein Zufall. Jemand in Washington hat zufällig deine Faxnummer und hat ganz zufällig gewusst, dass deine Frau in der Jury sitzt. Natürlich ganz zufällig hat er auch gewusst, dass Leon Robilio ausgesagt hat und zufällig angenommen, dass du dämlich genug sein würdest, den Bescher zu bringen, um mich zu beeinflussen, wenn er in dir faxt. Ich will wissen, was los ist. Nichts. Ich schwöre es, sagte Hoppe in die Defensive gedrängt. Weshalb interessierst du dich plötzlich so für diesen Prozess? Er ist faszinierend. Er ist seit drei Wochen faszinierend und bisher hast du ihn kaum erwähnt. Was geht da vor, Hoppe? Nichts. Reg dich nicht auf. Millie trank ihren Champagner aus und setzte sich auf die Bettkante. Hoppe ließ sich neben ihr nieder. Mr. Cristiano vom Justizministerium hatte Hoppe ziemlich nachdrücklich nahegelegt, Millie dazu zu bringen, dass sie die Aktennotiz all ihren Freunden in der Jury zeigte. Er fürchtete sich davor, Mr. Cristiano mitteilen zu müssen, dass das wahrscheinlich nicht passieren würde. Aber andererseits, wie konnte Mr. Cristiano mit Sicherheit wissen, was aus diesem verdammten Ding wurde. Während Hoppe darüber nachdachte, begann Millie zu weinen. Ich möchte nur nach Hause, sagte sie mit roten Augen und bebenden Lippen. Hoppe legte den Arm um sie und drückte sie fest an sich. Hoppe war auch nach Weinen zumute. Dieses Beisammensein hatte sich als nutzlos erwiesen. Vom Sex einmal abgesehen. Mr. Cristiano hatte gesagt, der Prozess würde in wenigen Tagen zu Ende sein. Millie musste sehr schlichten sich Hoppe und Millie Dupre wie nie zuvor. Hoppe war zeitig eingetroffen mit einer großen Tüte chinesischem Essen und einer Flasche billigem Champagner, etwas, das er sich seit Jahren nicht getraut hatte. Unter normalen Umständen hätte sich Millie über den Alkohol aufgeregt, aber gegenwärtig waren die Umstände alles andere als normal. Sie trank ein kleines bisschen Champagner aus einem Motel-eigenen Plastikbecher und aß eine große Portion süßsaures Schweinefleisch. Dann fiel Hoppe über sie her. Hinterher lagen sie im Dunkeln und unterhielten sich leise über die Kinder und die Schule und ihr Zuhause im Allgemeinen. Sie hatte die Isolierung gründlich satt und wollte so schnell wie möglich zu ihrer Familie zurückkehren. Hoppe zog sich an und schaltete den Fernseher ein. Millie fand ihren Bademantel und goss sich einen weiteren winzigen Schluck Champagner ein. »Das hier wirst du nicht glauben«, sagte Hoppe, griff in eine Manteltasche und zog ein zusammengefaltetes Blatt Papier heraus. »Was ist das?«, fragte sie, nahm das Blatt und faltete es auseinander. Es war eine Kopie von Fitchs gefälschter Aktennotiz mit den vielen Sünden von Leon Robilio. Sie las sie langsam, dann sah sie ihren Mann argwünsch an. »Wo hast du das her?«, fragte sie. »Es ist gestern per Fax gekommen«, sagte Hoppe aufrichtig. Er hatte diese Antwort eingeübt, weil er den Gedanken, Millie anzulügen, nicht ertragen konnte. »Wer hat es geschickt?«, fragte sie. »Das weiß ich nicht. Es sieht aus, als käme es aus Washington.« »Beshalb hast du es nicht weggeworfen?« »Ich weiß nicht. Ich...« »Du weißt, dass du mir solches Zeug nicht zeigen darfst, Hoppe.« Millie warf das Blatt aufs Bett und baute sich mit den Händen auf den Hüften vor ihrem Mann auf. »Was hast du vor?« »Nichts. Es ist einfach an meinem Büro gefaxt worden. Das ist alles. Was für ein Zufall. Jemand in Washington hat zufällig deine Faxnummer und hat ganz zufällig gewusst, dass deine Frau in der Jury sitzt. Natürlich ganz zufällig hat er auch gewusst, dass Leon Robilio ausgesagt hat und zufällig angenommen, dass du dämlich genug sein würdest, den Bescher zu bringen, um mich zu beeinflussen, wenn er in dir faxt.« »Ich will wissen, was los ist.« »Nichts. Ich schwöre es,« sagte Hoppe, in die Defensive gedrängt. »Weshalb interessierst du dich plötzlich so für diesen Prozess?« »Er ist faszinierend.« »Er ist seit drei Wochen faszinierend. Und bisher hast du ihn kaum erwähnt.« »Was geht da vor, Hoppe?« »Nichts. Reg dich nicht auf.« Millie trank ihren Champagner aus und setzte sich auf die Bettkante. Hoppe ließ sich neben ihr nieder. Mr. Cristiano vom Justizministerium hatte Hoppe ziemlich nachdrücklich nahegelegt, Millie dazu zu bringen, dass sie die Aktennotiz all ihren Freunden in der Jury zeigte. Er fürchtete sich davor, Mr. Cristiano mitteilen zu müssen, dass das wahrscheinlich nicht passieren würde. Aber andererseits, wie konnte Mr. Cristiano mit Sicherheit wissen, was aus diesem verdammten Ding wurde?« Während Hoppe darüber nachdachte, begann Millie zu weinen. »Ich möchte nur nach Hause,« sagte sie mit roten Augen und bebenden Lippen. Hoppe legte den Arm um sie und drückte sie fest an sich. Hoppe war auch nach Weinen zumute. Dieses Beisammensein hatte sich als nutzlos erwiesen, vom Sex einmal abgesehen. Mr. Cristiano hatte gesagt, der Prozess würde in wenigen Tagen zu Ende sein. Millie musste sehr schnell überzeugt werden, dass das einzige Urteil eines für die Verteidigung war. Da die Zeit, die sie zusammen verbringen konnten, knapp bemessen war, würde Hoppe gezwungen sein, ihr die ganze furchtbare Wahrheit zu sagen. Nicht jetzt, nicht heute Abend, aber bestimmt beim nächsten persönlichen Besuch. Die Routine des Körnels blieb immer gleich. Wie ein guter Soldat stand er jeden Morgen um genau halb sechs auf und machte vor einer kurzen kalten Dusche fünfzig Liegestütze. Um sechs ging er ins Esszimmer. Um Viertel nach sechs am Dienstagmorgen versicherte sich Niklas, dass der Körnel dort war. Mit Hilfe eines Schlüssels, den er von dem Board und der Rezeption gestohlen hatte, betrat Niklas Zimmer fünfzig, das des Körnels, und deponierte einen Stapel Zeitungen und Zeitschriften unter dem Bett. Eine davon war ein Exemplar der gestrigen Ausgabe vom Mogul. Lautlos verließ er das Zimmer und kehrte sein eigenes zurück. Eine Stunde später wählt er die Nummer von Marleys Handy. Die Ware ist ausgeliefert, sagte er. Eine halbe Stunde später verließ Marley ihre Wohnung und fand in einem Drive-In einem Münzfern-Sprecher. »Hi, Fitch«, meldete sie sich. »Hören Sie, Herrera, Nummer sieben, geht Niklas gründlich auf die Nerven. Ich glaube, wir werden ihn heute verlieren.« »Tun Sie das nicht, Marley!« »Der Mann ist eine Landplage. Alle haben die Nase voll von ihm.« »Aber er steht auf unserer Seite!« »Oh, Fitch!« »Sie werden alle auf unserer Seite stehen, wenn es vorbei ist.« »Seien Sie auf jeden Fall um neun im Saal, damit Ihnen das nicht entgeht.« »Nein, hören Sie, Herrera ist äußerst wichtig für...« Die Leitung war tot. Als Richter Harkin gerade seiner Frau einen Abschiedskuss gab, läutete das Telefon in der Küche, und Mrs. Harkin nahm den Anruf entgegen. »Es ist für dich«, sagte sie und hielt seiner Ehren den Hörer hin. Er setzte Aktenkoffer ab und warf einen Blick auf die Uhr. »Hallo?« sagte er. »Richter, es tut mir leid, Sie zu Hause stören zu müssen«, sagte eine nervöse Stimme, fast flüsternd. »Hier ist Niklas Easter, und wenn Sie wollen, dass ich gleich wieder auflege, dann tue ich es.« »Was ist los?« »Wir sind noch im Motel und werden gleich abfahren, und... Nun ja, ich fand, ich müsste gleich jetzt mit Ihnen sprechen.« »Es geht um Herrera. Ich glaube, er liest Dinge, die nicht auf der Liste der erlaubten Lektüre stehen.« »Zum Beispiel?« »Zum Beispiel den Mogul. Ich bin heute Morgen sehr früh ins Esszimmer gegangen. Er saß dort ganz allein und versuchte ein Exemplar, das Mogul vor mir zu verstecken. Ist das nicht eine Art Finanzzeitschrift?« »Ja.« Harkin hatte den gestrigen Artikel von Barker gelesen. Wenn Easter die Wahrheit sagte, und weshalb sollte er daran zweifeln, dann würde Herrera auf der Stelle nach Hause geschickt werden. Die Lektüre von unerlaubtem Material war ein Grund für eine Entlassung, vielleicht sogar für eine Bestrafung wegen Missachtung des Gerichts. Wenn die gestrige Ausgabe des Mogul von einem der Geschworenen gelesen worden war, war das fast ein Grund, das Verfahren für gescheiter zu erklären.« »Glauben Sie, dass er mit irgendjemandem darüber gesprochen hat?« »Das bezweifle ich. Wie ich bereits sagte, hat er versucht, das Heft von mir zu verstecken. Deshalb bin ich ja argwöhnisch geworden. Ich glaube nicht, dass er mit irgendjemand anderem darüber sprechen wird, aber ich werde genau aufpassen. Tun Sie das. Ich werde Mr. Herrera nachher sofort zu mir bringen lassen und ihn verhören.« Harkin rief über sein Autotelefon den Sheriff an und bat ihn, zum Motel zu fahren und dort zu warten. Eine halbe Stunde später saß er mit Cable und Raw in seinem Amtszimmer und fragte Herrera. »Haben Sie irgendwelches Material gelesen, das nicht ausdrücklich von mir genehmigt worden ist?« »Nein.« »Nicht, dass ich wüsste,« erwiderte der Colonel wahrheitsgemäß. »Genauer gesagt, haben Sie eine Finanzzeitschaft gelesen, die Mogul heißt?« »Nicht, seit ich isoliert worden bin.« »Befindet sich in Ihrem Zimmer im Motel irgendwelche nicht von mir genehmigte Lektüre?« »Meines Wissens nicht.« »Sind Sie mit einer Durchsuchung Ihres Zimmers einverstanden?« Herreras Gesicht lief rot an und seine Schultern zuckten. »Was soll das?« fragte er. »Wir haben Grund zu der Annahme, dass Sie nicht genehmigtes Material gelesen haben, und zwar im Motel. Eine kurze Durchsuchung Ihres Zimmers würde uns Gewissheit verschaffen.« »Sie zweifeln an meiner Integrität?« sagte Herrera, verletzt und wütend. Seine Integrität war ihm äußerst wichtig. »Nein, Mr. Herrera. Ich glaube lediglich, dass eine Durchsuchung es uns ermöglichen wird, mit diesem Prozess fortzufahren.« Es war nur ein Motelzimmer. Nicht mit einer Privatwohnung zu vergleichen, wo man alles Mögliche verstecken konnte. Und außerdem wusste Herrera verdammt gut, dass sich in seinem Zimmer nichts befand, das ihn belasten konnte. »Dann durchsuchen Sie es«, sagte er mit zusammengebissenen Zähnen. Willis führte Herrera auf den Flur vor dem Amtszimmer und Richter Harkin rief den Sheriff im Motel an. Der Manager öffnete ihm die Tür von Zimmer 50. Der Sheriff und zwei Deputies durchsuchten es. Unter dem Bett fanden sie einen Stapel Zeitschriften, das Wall Street Journal und Forbes und außerdem ein Exemplar der gestrigen Ausgabe des Mogul. Die elf Geschworenen und die beiden Ersatzleute nahmen kurz nach zehn ihre Plätze ein. Herreras Platz in der zweiten Reihe ganz links blieb leer. Richter Harkin begrüßte sie mit ernster Miene und kam rasch zur Sache. »Aus Gründen, die in meinem Amtszimmer dargelegt wurden und im Protokoll vermerkt sind, wurde geschworener Nummer 7, Frank Herrera, entlassen und wird jetzt durch den nächsten Stellvertreter, Mr. Henry Wu, ersetzt.« Daraufhin sagte Willis etwas zu Henry, der seinen gepolsterten Klappstuhl verließ und vier Schritte zu Platz Nummer 7 tat, wodurch er zu einem regulären Mitglied der Jury wurde und Shine Royce als einzigen Ersatzmann zurückließ. Fitch saß starr in einer der hinteren Reihen. Aus dem Blickwinkel der Verteidigung war Wu halbwegs erträglich, weil er Asiate war und Asiaten neigten im Allgemeinen nicht dazu, in Haftungsfällen das Geld anderer Leute mit vollen Händen hinauszuwerfen. Aber Wu war nicht Herrera. Wenn Marley und Niklas Herrera aus einer Laune heraus ausboten konnten, wer war dann als Minister an der Reihe. Wenn sie dies lediglich taten, um Fitchs Aufmerksamkeit zu erregen, dann war ihnen das auf alle Fälle gelungen. Cables erste Zeugin an diesem Morgen war Dr. Dennis McQuaid. Sie erschien durch eine Seitentür und der ganze Saal, in dem Männer in mittleren Jahren in der Überzahl waren, schien sich ein wenig zu versteifen, als sie am Richtertisch vorbeiging, zu seinen Ehren emporlächelte und ihren Platz am Zeugentisch einnahm. Dr. McQuaid war eine sehr schöne Frau, schlank und hochgewachsen, in einem roten, nur knapp knielangen Kleid und mit blondem Haar, das sie straff nach hinten gekämmt und dem Nacken zusammengerafft trug. Sie legte ihren Eid mit einem anmutigen Lächeln ab und als sie die Beine übereinander schlug, hielt der ganze Saal den Atem an. Sie wirkte viel zu jung und viel zu hübsch, um in ein derart unerfreuliches Verfahren verwickelt zu sein. Die sechs Männer in der Jury, vor allem Jerry Fernandes und der Ersatzmann Sean Royce, musterten sie eingehend. Wenn sie ein bloßes Schaustück erwarteten, wurden sie rasch eines Besseren belehrt. Sie war Psychologin auf dem Gebiet der Verhaltensforschung mit einer eigenen Firma in Tacoma. Sie hatte vier Bücher geschrieben, mehr als drei Dutzend Aufsätze veröffentlicht. Sie kamen sofort zum Thema. Werbung durchdringt unsere gesamte Kultur. Für eine Altersgruppe oder eine Klasse von Menschen bestimmte Anzeigen werden ganz natürlich auch von Leuten gesehen oder gehört, die nicht der Zielgruppe angehören. Cable hielt es für das Beste, hier zuerst gegenzusteuern. Man war sich einig darüber, dass die Anklage ihren härtesten Treffer mit Leon Robilio und seiner Behauptung gelandet hatte, dass die Industrie mit ihrer Werbung auf Jugendliche abzielte. Dr. McQuaid war ein erfreulicher Anblick und sehr glaubwürdig. Ihre Aussage war vollkommen logisch und der größte Teil der Geschworenen war ziemlich von ihr beeindruckt. Raw unterzog sie eine Stunde lang einem höflichen Kreuzverhör, konnte aber keinen nennenswerten Treffer landen. Den beiden FBI-Agenten zufolge wartete Mr. Crestano vom Justizministerium ungeduldig auf einen ausführlichen Bericht über das, was am vergangenen Abend passiert war, als Hoppy seiner Frau seinen persönlichen Besuch abgestattet hatte. Alles? fragte Hoppy. Die drei saßen an einem wackeligen Tisch in einem verrauchten Schnellimbiss. Den privaten Kram können sie weglassen, sagte Napier. Also, ich habe Millie die Notiz über Robilio gezeigt, sagte er, weil er nicht wusste, wie viel von der Wahrheit er erzählen sollte. Also, sie hat sie gelesen? Natürlich hat sie sie gelesen. Wie hat sie reagiert? Hoppy konnte natürlich lügen und behaupten, die Aktnotiz hätte ihr die Sprache verschlagen, sie hätte jedes Wort geglaubt und könnte es gar nicht abwarten, sie ihren Mitgeschworenen zu zeigen. Das war es, was sie hören wollten. Lügen würde alles nur noch schlimmer machen. Sie hat es nicht sonderlich gut aufgenommen, sagte er nur. Als die Sandwiches kamen, verschwand Nitschman, um Mr. Crestano anzurufen. Als er zurückkam, sagte er, Mr. Crestano ist unterwegs. Er kommt am späten Abend an und möchte sie gleich morgen früh sehen. Er ist gar nicht glücklich. Die Schönheitenparade wurde Dienstagnachmittag fortgesetzt, als Cable Dr. Myra Sprawling-Good in den Zeugenstand rief, eine schwarze Professorin für Marketing an der Rutgers University. Ihre Untersuchungsergebnisse waren kurz und bündig und boten keinerlei Überraschungen. Von gewissen, klar definierten und offensichtlichen Ausnahmen abgesehen, zielt jede Werbung für Verbraucherprodukte auf junge Erwachsene ab. Autos, Zahnpasta, Seife, Cornflakes, Bier, Limonade, Kleidung, Kölnischwasser, sämtliche Produkte, für die intensiv geworben wird, richten sich an junge Erwachsene. Das Gleiche trifft auf Zigaretten zu. Gewiss, sie werden als Wahlprodukte der Schlanken und Schönen, der Aktiven und Sorglosen, der Reichen und Eleganten dargestellt. Aber das werden zahllose andere Produkte auch. Sie und ihr Forscherteam hatten keinerlei Beweise dafür gefunden, dass die Werbung der Tabakkonzerne auf Jugendliche abziele. Roar aber hatte Unmengen von Fragen über ihr Institut und die 800.000 Dollar, die es für diese Untersuchung gezahlt hatte. Sie sagte ihm alles, was sie wusste. Es war eine akademische Einrichtung, deren Aufgabe darin bestand, Trends zu studieren und Verhaltensweisen zu empfehlen. Es wurde von der Privatindustrie finanziert. Roar fragte sie nach Firmen, die mit Tabakkonzernen in Verbindung standen, Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, allen möglichen Firmenablegern und sie wusste nichts. Sie wusste nichts, weil Fitches so geplant hatte. Clares Spur führte am Donnerstagmorgen in eine unerwartete Richtung. Der Ex-Freund einer Freundin von Claire nahm 1000 Dollar in bar und sagte, seine Ex-Freundin lebte jetzt in Greenwich Village. Sie und Claire hatten zusammen bei Mulligans gearbeitet und waren angeblich dicke Freundin gewesen. Swanson flog am späten Donnerstagnachmittag nach New York und begann ihn herumzutelefonieren. Er fand Beverly bei der Arbeit in einer Pizzeria. Sie sagte, dass sie seit vier Jahren keinen Kontakt mehr zu Claire gehabt hatte. Swanson legte auf und rief Fitch an. Sie beschlossen, dass es das Risiko wert war, wenn er sich mit Geld an Beverly Monk heranmachte. Wenn sie seit vier Jahren nicht mehr mit ihr gesprochen hatte, dann würde es ihr unmöglich sein, Marley rasch zu finden und ihr von dem Kontakt zu berichten. Swanson würde sie erfolgen und bis morgen warten. Die Mittwochsberichte der Juryberater über Jenkel waren gemischt bis schlecht. Aber die Donnerstagszusammenfassungen über Dr. Denise McQuaid und Dr. Myra Sprawling-Good waren geradezu begeistert. Trotzdem war Fitch nicht beruhigt. Die Verteidigung hatte mit dem Abgang von Herrera einen ihrer sichersten Geschworenen verloren. Und je länger sich der Prozess hinzog, desto mehr Schuld würden die Geschworenen der Partei zuschieben, die jetzt die Zeugen aufrief. Am zehnten Abend der Isolierung versuchte Niklas vergeblich mit Severl ins Gespräch zu kommen. Severl verabscheute Smalltalk und wollte nicht, dass irgendjemand etwas über ihn wusste. Niklas hatte am nächsten Morgen mehr Glück mit Henry Wu. Nach zwanzig Jahren als Krabbenfischer schlief Henry Wu selten länger als bis halb fünf und war noch früher als Herrera im Esszimmer. Niklas gesellte sich wenig später zu ihm. Und was halten Sie von diesem Prozess? Henry trank einen großen Schluck Tee mit viel Sahne und leckte sich die Lippen. Ist es okay, wenn wir darüber reden? Natürlich. Wir sind unter uns. Alle reden darüber, Henry. Das liegt in der Natur einer Jury. Henry nickend, aber immer noch verwirrt. Das Schlimmste, was wir tun können, ist, uns so zu spalten, dass kein Urteil zustande kommt. Dann kostet das beide Seiten Millionen, weil sie dann in zwei Jahren wiederkommen und noch einmal ganz von vorn anfangen müssen. Alles wird dasselbe sein, außer der Jury. Was werden Sie tun? Fragte Henry. Das weiß ich noch nicht. Und es ist auch nicht wichtig. Wichtig ist allein, dass wir zusammenhalten. Wir alle. Da haben Sie recht, sagte Henry. Hi, Fitch. Raten Sie mal, wer Niklas jetzt auf die Nerven geht, meldete sich Marley genau um acht Uhr morgens. Er unterdrückte ein Stöhnen und kniff die Augen zusammen. Das weiß ich nicht, sagte er. Ich meine, dieser Mann macht Niklas wirklich schwer zu schaffen. Kann sein, dass wir ihn ausboten müssen. Wen? flehte Fitch. Lonnie Schäfer. Oh, verdammt, das dürfen Sie nicht tun. Sie schwieg, um seine Verzweiflung eine Sekunde auszukosten. Ihnen muss sehr viel an Lonnie liegen. Das darf nicht passieren, Marley, okay? Das würde uns keinen Schritt weiter bringen. Fitch wusste, wie verzweifelt er sich anhörte, aber er hatte sich nicht mehr unter Kontrolle. Niklas braucht Harmonie in seiner Jury. Das ist alles. Lonnie ist zu einem Ärgernis geworden. Bitte tun Sie es nicht. Lassen Sie uns darüber reden. Wir reden miteinander, Fitch. Aber nicht lange. Fitch holte tief Luft. Dann ein zweites Mal. Das Spiel ist fast vorüber, Marley. Sie haben Ihren Spaß gehabt. Jetzt sagen Sie mir, was Sie wollen. Da ist ein Gebäude an der Fulton Street. Nummer 120. Weiß gestrichen. Zwei Stockwerke. Ein altes Haus, das in kleine Büros aufgeteilt wurde. Nummer 16 im ersten Stock gehört mir. Für mindestens noch einen weiteren Monat. Es ist nicht hübsch, aber dort werden wir uns treffen. In einer Stunde. Nur wer zwei. Sämtliche Anwälte in Cables Verteidiger-Team waren der Ansicht, dass Raw mit seinen Wissenschaftlern zu viel Zeit vergeudet hatte. Sie beschlossen, nur noch ihre beiden besten Leute in den Zeugenstand zu bringen. Sie beschlossen außerdem, nicht auf das Thema Nikotinsucht einzugehen. Cable und seine Mannen hatten jeden der voraufgegangenen 16 Prozesse genau studiert. Sie hatten mit vielen der Geschworenen gesprochen und ihnen war wiederholt gesagt worden, dass die Verteidigung an ihrem schwächsten Punkt angelangt war, wenn Experten alle möglichen fantastischen Theorien vortrugen, die beweisen sollten, dass Nikotin keineswegs süchtig macht. Der erste Zeuge am Freitagmorgen war Dr. Gunther. Und er war der Ansicht, dass Zigarettenrauch in Wirklichkeit gar keinen Krebs verursacht. Nur 10% der Raucher bekommen Krebs. Also was ist mit den restlichen 90%? Fitch stieg die abgetretene Holztreppe hinauf und klopfte an ihrer Bürotür. Innen wurde ein Riegel zurückgeschoben und dann erschien Marley in Jeans und in einem grauen Sweatshirt, ohne ein Lächeln oder eine andere Art der Begrüßung. Fitch schaute sich rasch um. Ein kleines Zimmer ohne Fenster, nur eine Tür, abblätternde Farbe, drei Stühle und ein Tisch. »Hübsche Bude«, sagte er. »Sie ist sauber, Fitch. Keine Telefone zum Anzapfen, keine Wandöffnungen für Kameras, keine Drähte in den Wänden. Ich überprüfe es jeden Morgen. Und wenn ich Ihre Spuren finde, dann gehe ich einfach zur Tür hinaus und komme nie wieder.« »Sie haben eine schlechte Meinung von mir.« »Ja.« »Setzen Sie sich«, sagte sie mit einem Nicken auf einen der beiden Stühle. »Sind wir bereit, über Geld zu reden?«, fragte er mit einem unschönen Grinsen. »Ja.« »Es ist im Grunde ein einfaches Geschäft. Sie überweisen mir einen Haufen Geld und ich verspreche Ihnen, einen Urteilsspruch zu liefern.« »Zehn Millionen. Nicht verhandelbar.« »Soll das ein Witz sein?«, brachte er schließlich mit einer kratzenden Stimme heraus. »Ich glaube nicht, dass ich das kann.« »Sie können alles, was Sie wollen, Fitch. Also hören Sie mit dem Unsinn auf. Lassen Sie uns das Geschäft jetzt abschließen, damit wir weitermachen können.« »Wie wäre es, wenn wir jetzt fünf überweisen und fünf nach dem Urteil.« »Vergessen Sie es, Fitch.« »Es sind zehn Millionen sofort.« »Bevor die Jury den Fall bekommt.« »Und was passiert, wenn das Geschäft nicht zustande kommt?« Niklas wird für neun gegen drei Stimmen zugunsten der Klägerin sorgen. Über Fitchs Augen zogen sich zwei tiefe Falten zusammen. Er hatte keinerlei Zweifel an Niklas' Möglichkeiten, weil Marley keine Zweifel hatte. Er rieb sich langsam die Augen. »Abgemacht«, sagte er. »Wir überweisen das Geld, wohin Sie es haben wollen.« Der Ex-FBI-Agent Swanson folgte Beverly Monk in ein kleines Café in der Nähe ihrer Wohnung. Er näherte sich ihr mit dem Rücken zu den anderen Tischen und fragte, »Entschuldigen Sie, sind Sie Beverly Monk?« Er lieferte ihr eine Kurzversion von Claires Vorladung als Geschworene in einem wichtigen Prozess und seiner Pflicht, den Hintergrund von einigen der potenziellen Geschworenen zu erforschen. »Tausend Dollar in bar, wenn Sie mir alles erzählen, was Sie über Claire Clement wissen.« Swanson zog schnell einen Umschlag aus der Manteltasche und legte ihn auf den Tisch. »Da gibt es nicht viel zu erzählen«, sagte Beverly. »Wie lange haben Sie mit ihr gearbeitet?« »Sechs Monate.« »Ich habe als Gellnerin bei Mulligans gearbeitet, als sie dort anfing. Wir haben uns angefreundet. Dann habe ich die Stadt verlassen. Ich habe sie ein- oder zweimal angerufen, als ich in New Jersey lebte. Dann haben wir uns aus den Augen verloren.« »Haben Sie Jeff Carr gekannt?« »Nein. Damals ist sie noch nicht mit ihm gegangen. Sie hat mir später von ihm erzählt, nachdem ich die Stadt verlassen hatte.« »Hatte sie noch andere Freunde oder Freundinnen?« »Ja, aber fragen Sie mich nicht nach dem Namen. Es ist fünf oder sechs Jahre her.« »Wo hat Claire das College besucht?« »Irgendwo im Mittelwesten.« Claire war sehr verschwiegen, was ihre Vergangenheit anging. »Man hatte den Eindruck, dass da irgendetwas passiert war. Vielleicht eine unglückliche Liebe, vielleicht sogar eine Ehe oder vielleicht ein schwieriges Elternhaus, eine unglückliche Kindheit oder so etwas. Aber ich habe es nie erfahren.« »Wissen Sie, woher sie stammt?« »Nein, das weiß ich nicht.« »Sind Sie sicher, dass Claire Clement ihr wirklicher Name war?« Beverly wich zurück und runzelte die Stirn. »Sie glauben, dass er vielleicht falsch war?« »Weshalb hätte sie ihren Namen ändern sollen?« »Das würden wir auch gern wissen.« Swanson zog einen kleinen Block aus der Tasche und konsultierte eine Liste. Beverly war eine weitere Sackgasse. Swanson dankte ihr für ihre Hilfe und sie dankte ihm für das Geld. Und als er ging, erbot sie sich, ein paar Anrufe zu machen. Sie hoffte offensichtlich auf mehr Geld. Swanson erklärte sich einverstanden, aber dann schärfte er ihr ein, nicht zu verraten, was sie tat. »Hören Sie mal, ich bin Schauspielerin. Ein Kinderspiel.« Er gab ihr eine Karte mit seiner Telefonnummer in Biloxi auf der Rückseite. Hoppy fand, dass Mr. Cristerno ein bisschen zu grob war. Aber schließlich standen die Dinge sehr schlecht. Das behaupteten jedenfalls die mysteriösen Leute in Washington, für die Mr. Cristerno arbeitete. Im Justizministerium überlegte man sich, ob man nicht einfach den ganzen Plan fallen lassen und Hoppys Fall dem Bundesgericht übergeben sollte. »Wann sehen Sie Ihre Frau wieder?« Swanson zog einen kleinen Block aus der Tasche und konsultierte eine Liste. Beverly war eine weitere Sackgasse. Swanson dankte ihr für ihre Hilfe und sie dankte ihm für das Geld. Und als er ging, erbot sie sich, ein paar Anrufe zu machen. Sie hoffte offensichtlich auf mehr Geld. Swanson erklärte sich einverstanden, aber dann schärfte er ihr ein, nicht zu verraten, was sie tat. »Hören Sie mal, ich bin Schauspielerin. Ein Kinderspiel.« Er gab ihr eine Karte mit seiner Telefonnummer in Biloxi auf der Rückseite. Hoppy fand, dass Mr. Cristerno ein bisschen zu grob war. Aber schließlich standen die Dinge sehr schlecht. Das behaupteten jedenfalls die mysteriösen Leute in Washington, für die Mr. Cristerno arbeitete. Im Justizministerium überlegte man sich, ob man nicht einfach den ganzen Plan fallen lassen und Hoppys Fall dem Bundesgericht übergeben sollte. »Wann sehen Sie Ihre Frau wieder?«, fragte Cristerno. »Heute Abend, glaube ich.« »Die Zeit ist gekommen, Hoppy ihr die Wahrheit zu sagen. Erzählen Sie ihr, was Sie getan haben. Erzählen Sie ihr alles.« Hoppys Augen füllten sich mit Tränen und seine Lippen bebten. Er verfluchte sich selbst für seine Dummheit. »Ihre Frau muss eine Advokatin werden, Hoppy. Ist Ihnen das klar? Sie muss eine Macht in diesem geschworenen Zimmer sein. Wenn Sie es nicht geschafft haben, Sie mit guten Argumenten zu überzeugen, müssen Sie sie eben jetzt mit der Angst motivieren, dass Sie für fünf Jahre ins Gefängnis wandern. Sie haben keine andere Wahl. Die zweite Zusammenkunft begann in Marleys Büro eine Stunde nach Beendigung der ersten. Fitch kam abermals zu Fuß mit einem Aktenkoffer und einem großen Becher Kaffee. Marley überprüfte den Koffer auf versteckte Geräte, sehr zu seiner Belustigung. »Als Sie fertig gebotet, das habe ich Ihnen bereits erzählt. Er ist ein Rindvieh. Er mochte Niklas nicht. Und Niklas mochte ihn nicht. Außerdem sind Henry Wu und Niklas gute Freunde. Wir haben also nichts verloren. Und weshalb haben Sie Stella Julik ausgebotet? Nur damit sie aus dem geschworenen Zimmer verschwindet. Sie war eine ausgesprochen widerliche Person, ging allen gründlich auf die Nerven. »Wer ist der Nächste?« »Ich weiß es nicht. Wir haben noch einen übrig. Wen sollten wir loswerden?« »Nicht Lonnie.« »Sagen wir einfach, Lonnie ist gekauft und bezahlt worden. Sein Arbeitgeber ist jemand, der auf uns hört.« »Wen haben Sie sonst noch gekauft und bezahlt?« »Niet.« »Mein Partner und ich sind korrupt. Korrupt, aber intelligent. Wir sabotieren das System auf eine Weise, die niemand je aufdecken können wird.« »Was ist mit Rohr?« »Er wird Verdacht schöpfen, wenn er verliert. Er wird bestimmt arg wöhnen, dass Sie ein Geschäft mit den Tabakkonzernen gemacht haben.« »Rohr kennt mich nicht.« »Wir sind uns nie begegnet.« »Machen Sie mir nichts vor.« »Ich schwöre es, Fitch.« »Ich habe Sie glauben lassen, dass ich mich mit ihm treffe, aber es ist nie passiert.« »Es wäre allerdings passiert, wenn wir beide nicht ins Geschäft gekommen wären.« »Sie wussten, dass ich dazu bereit sein würde.« »Natürlich.« »Wir wussten, dass Sie mehr als begierig darauf waren, ein Urteil zu kaufen.« »Oh, er hatte so viele Fragen.« »Wie hatten Sie von seiner Existenz erfahren?« »Woher hatten Sie seine Telefonnummer?« »Wie hatten Sie dafür gesorgt, dass Niklas als Geschworener geladen wurde?« »Wie hatten Sie ihn in die Jury bekommen?« »Und woher zum Teufel wussten Sie von der Existenz des Fonds?« Er würde Sie eines Tages stellen, wenn das alles hinter Ihnen lag und der Druck gewichen war. Er würde es genießen, sich mit Marley und Niklas bei einem langen Dinner zu unterhalten und Antworten auf all seine Fragen zu bekommen. Seine Bewunderung für Sie wuchs von Minute zu Minute. »Versprechen Sie mir, dass Sie Lonnie Shaver nicht ausboten.« »Ich werde es Ihnen versprechen, Fitch, wenn Sie mir erzählen, weshalb Sie Lonnie so gern haben.« »Er steht auf unserer Seite.« »Woher wissen Sie das?« »Wir haben Mittel und Wege.« »Hören Sie, Fitch, wenn wir schon beide auf dasselbe Urteil hinarbeiten, weshalb können wir da nicht offen miteinander reden?« »Sie haben recht.« »Weshalb haben Sie Herrera ausgebotet?« »Das habe ich Ihnen bereits erzählt.« »Er ist ein Rindvieh. Er mochte Niklas nicht. Und Niklas mochte ihn nicht. Außerdem sind Henry Wu und Niklas gute Freunde.« »Wir haben also nichts verloren.« »Und weshalb haben Sie Stella Julik ausgebotet?« »Nur damit sie aus dem geschworenen Zimmer verschwindet.« »Sie war eine ausgesprochen widerliche Person, ging allen gründlich auf die Nerven.« »Wer ist der Nächste?« »Ich weiß es nicht.« »Wir haben noch einen übrig.« »Wen sollten wir loswerden?« »Nicht Lonnie.« »Sagen wir einfach, Lonnie ist gekauft und bezahlt worden. Sein Arbeitgeber ist jemand, der auf uns hört.« »Wen haben Sie sonst noch gekauft und bezahlt?« »Niemanden.« »Keine Ausflüchte, Fitch.« »Wollen Sie gewinnen oder nicht?« »Natürlich will ich das.« »Sie sagen es mir.« »Ich sage es Niklas. Er weiß dann besser Bescheid, wo die Stimmen zu finden sind. Er weiß, mit wem er seine Zeit verbringen muss. Was ist mit Gladys Cart?« »Ey steht auf unserer Seite. Über sie haben wir nichts.« »Was meint Niklas?« »Dasselbe.« »Was ist mit Angel Louise?« »Sie raucht. Sie ist schwarz.« »Vermutlich auch auf unserer Seite.« »Was meint Niklas?« »Sie wird ebenso stimmen wie Lauren Duke.« »Und wie wird Lauren Duke stimmen?« »Wie Niklas.« »Wie viele Anhänge hat er im Augenblick?« »Wie viele Mitglieder zählt sein kleiner Club?« »Zuerst einmal Jerry.« »Da Jerry mit Sylvia schläft, kann man sie hinzuziehen.« »Nehmen Sie Lauren und Sie bekommen Angel.« Fitch hielt den Atem an und zählte rasch. »Das sind fünf.« »Ist das alles?« »Und mit Henry Wu sind es sechs.« »Sechs auf der Bank.« »Sie sind der große Rechner, Fitch.« »Rechnen wir weiter.« »Was haben Sie über Seville?« Fitch konsultierte tatsächlich seine Notizen, als wäre er nicht sicher. »Alles, was in seinem Aktenkoffer steckte, hatte er ein Dutzend Mal gelesen.« »Nichts.« »Der Typ ist zu ausgeflippt,« sagte er betrübt. »Irgendwas Nützliches über Herman?« »Nein.« »Was meint Niklas?« »Man wird Herman anhören, aber ihm nicht unbedingt folgen.« »Er hat sich kaum Freunde gemacht, aber er ist auch nicht unbeliebt.« »Seine Stimme wird wahrscheinlich allein stehen.« »Welcher Seite neigt er zu?« »Er ist der einzige Geschworene, aus dem nichts herauszubekommen ist.« »Er ist entschlossen, sich an die Anweisung des Richters zu halten, der ihn verboten hat, über den Fall zu reden.« »Unerfreulich.« »Niklas wird seine neun Stimmen vor den Abschlussplädoyers beisammen haben.« »Vielleicht sogar mehr.« »Er braucht nur noch ein bisschen Hebelkraft bei einigen seiner Freunde.« »Bei wem zum Beispiel?« »Ricky Coleman.« »Wir hätten da vielleicht etwas.« »Weshalb schon wieder dieses Spielchen, Fitch?« »Sagen Sie es mir, damit ich es an Niklas weitergeben und er Ihre Stimme kassieren kann.« »Sagen wir einfach, es ist ein unerfreuliches, persönliches Geheimnis, das Sie vor Ihrem Mann geheim halten möchte.« »Ich werde darüber nachdenken.« »Tun Sie das, Fitch.« »Sie spielen Ihre Spielchen, ich spiele meine.« »Was ist mit Millie?« Fitchs Gedanken überschlugen sich, während er äußerlich cool und gelassen blieb.« »Wie viel sollte er ihr erzählen?« »Seine Instinkte mahnten ihn zur Vorsicht.« »Sie würden morgen und übermorgen wieder zusammenkommen.« »Und wenn er es für richtig hielt, konnte er ihr dann von Ricky und Millie und vielleicht sogar Lonnie erzählen.« »Lass es langsam angehen«, befahl er sich selbst. »Nichts über Millie«, sagte er, schaute auf die Uhr und dachte daran, dass der arme Hoppy gerade jetzt zusammen mit drei FBI-Männern in einem großen schwarzen Wagen saß.« »Sind Sie sicher, Fitch?« »Niklas war Hoppy auf dem Flur des Motels begegnet, direkt vor seinem Zimmer, als Hoppy eine Woche zuvor mit Blumen und Pralinen für seine Frau gekommen war.« »Sie hatten sich einen Moment unterhalten.« Am nächsten Tag war Niklas aufgefallen, dass Hoppy im Gerichtssaal saß. Ein neues, nach fast drei Prozesswochen plötzlich interessiertes Gesicht. Da Fitch mitmischte, waren Niklas und Marley einigermaßen überzeugt, dass jeder Geschworene von außen her beeinflusst werden konnte. Deshalb beobachtete Niklas alle ganz genau. Manchmal lungerte er auf dem Korridor herum, wenn die Gäste zu ihren persönlichen Besuchen eintrafen. Er belauschte die Gespräche im Geschworenenzimmer. Während ihrer täglichen Spaziergänge nach dem Lunch hörte er bei drei Unterhaltungen gleichzeitig zu. Es war nur eine Vermutung, dass Fitch Millie über Hoppy bearbeitete. Sie schienen so ein nettes, gutherziges Paar zu sein, genau die Art von Leuten, die Fitch leicht in einer seiner hinterhältigen Schlingen fangen konnte. Natürlich bin ich sicher. Nichts über Millie. Sie benimmt sich merkwürdig, sagte Marley. Wunderbar, dachte Fitch. Der Hoppy-Coup funktioniert. Was hält Niklas von Royce, dem letzten Ersatzmann, fragte er. Armer Schlucker, nicht die Spur von Intelligenz, leicht zu manipulieren. Der Typ, der tut, was wir wollen, wenn wir ihm fünf Riesen zustecken. Das ist ein weiterer Grund dafür, weshalb Niklas Savelle ausboten möchte. Wir bekämen Royce, und der wäre einfach. Die Gelassenheit, mit der sie von Bestechung sprach, wärmte Fitch das Herz. Viele Male bei anderen Prozessen hatte er davon geträumt, Engel wie Marley zu finden, kleine Retter mit klebrigen Händen, die begierig darauf waren, seine Jurys für ihn zu manipulieren. Es war fast unglaublich. Wer würde sonst noch Geld nehmen? Fragte er eifrig. Jerry ist pleite. Massenhaft Spielschulden und außerdem eine unerfreuliche Scheidung. Er würde ungefähr 20.000 brauchen. Niklas hat den Handel mit ihm noch nicht abgeschlossen, aber das wird übers Wochenende geschehen. Das könnte teuer werden, sagte Fitch, der es scheinbar ernst meinte. Marley lachte laut auf und lachte weiter, bis Fitch gezwungenermaßen über seinen eigenen Witz kichern musste. Er hatte ihr gerade zehn Millionen versprochen und war dabei, weitere zwei Millionen für die Verteidigung auszugeben. Seine Kunden verfügten über ein Nettovermögen von fast elf Milliarden. Schließlich schaute Marley auf die Uhr und sagte, Schreiben Sie sich das auf, Fitch. Jetzt ist es halb vier östlicher Zeit. Ich möchte, dass die zehn Millionen per Kabel an die Hanwa-Bank auf den niederländischen Antillen überwiesen werden. Und zwar sofort. Hanwa-Bank? Ja, eine koreanische Bank. Das Geld geht nicht auf mein Konto, sondern auf Ihres. Ich habe dort kein Konto. Sie werden mit der Überweisung eines eröffnen. Sie zog zusammengefaltete Papiere aus ihrer Handtasche und schob sie über den Tisch. Hier sind die Formulare und Instruktionen. Ich will, dass Sie das Geld dort auf Ihrem Konto übers Wochenende parken. Sie werden mir eine Bestätigung der Überweisung zeigen. Das Geld wird vorübergehend umgeleitet, bis sich die Jury zur Beratung zurückzieht. Dann verlässt es Hanwa und geht auf mein Konto. Wendell Rohr brüllte Dr. Gunther den ganzen Freitagnachmittag an. Und als er fertig war, lagen alle Nerven im Gerichtssaal bloß. Niklas machte sich nicht die geringsten Sorgen um seine Kollegen. Er wollte, dass sie erschöpft waren und am Rande einer Revolte standen. Ein Mob braucht einen Anführer. Während einer Pause am späten Nachmittag hatte er einen Brief an Richter Harkin aufgesetzt, in dem er darum bat, den Prozess am Samstag fortzusetzen. Weshalb im Zimmer im Motel herumsitzen, wenn sie genauso gut auf der geschworenen Bank sitzen und versuchen konnten, diesen Marathon zu beenden. Die anderen zwölf setzten bereitwillig ihre Unterschriften unter seine und Harkin hatte keine Wahl. Cable war sicher, dass die Verteidigung ihre Zeugenvernehmung abschließen würde. Rohr sagte, die Anklage hätte keine Einwände. Dieser Prozess dürfte am Montagnachmittag vorbei sein, sagte Harkin zu den Geschworenen. Ich rechne damit, dass ihnen noch vor Montagmittag der Fall übergeben wird. Auf der geschworenen Bank wurde plötzlich überall gelächelt. Mit dem Ende in Sicht konnten sie auch noch ein letztes Wochenende zusammen ertragen. Das Abendessen würden sie in einem bekannten Restaurant in Galfport einnehmen. Anschließend vier Stunden persönliche Besuche. Sowohl heute Abend, Morgenabend und Sonntagabend. Er kam spät. Ohne Blumen oder Pralinen. Ohne Champagner oder Küsse. Mit nichts als einer gepeinigten Seele, die ihm deutlich anzusehen war. Er ergriff gleich an der Tür ihrer Hand und führte sie zum Bett, wo er sich auf die Kante setzte. Was ist passiert, Hoppy? Fragte sie bestürzt und sicher, dass sie gleich irgendein grauenhaftes Geständnis hören würde. Er begann, indem er hervorstieß, wie blöd er gewesen war. Er sagte mehrmals, sie würde nicht glauben, was er getan hatte, und er redete immer wieder über seine Blödheit, bis sie schließlich rundheraus fragte, was hast du angestellt? Also erzählte ihr Hoppy, wie alles abgelaufen war. Millie begann zu weinen, und Hoppy war erleichtert. Vielleicht würde sie ihm keine allzu schweren Vorwürfe machen. Dann sagte Millie, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich für die Tabakkonzerne stimmen möchte. Sie war völlig verwirrt. Fitch hatte zuerst daran gedacht, die Kabelüberweisung zu fälschen. Aber nach zwei Telefongesprächen und zwei Faxen von seinen Fälschern in Washington, war er nicht überzeugt, dass das sicher sein würde. Marley schien alles über Datenfernübertragung zu wissen. Weshalb das Risiko eingehen? Mit einer Reihe von Telefongesprächen machte er in Washington einen früheren Beamten aus dem Finanzministerium ausfindig, der jetzt seine eigene Beraterfirma leitete. Einen Mann, der angeblich alles über schnelle Geldbewegungen wusste. Fitch gab ihm die nackten Fakten, engagierte ihn per Fax und schickte ihm dann eine Kopie von Marleys Instruktionen. Sie wusste ganz eindeutig, was sie tat, sagte der Mann und versicherte Fitch, dass sein Geld sicher sein würde, jedenfalls auf seiner ersten Station. Das neue Konto würde Fitch gehören. Sie würde keinen Zugang dazu haben. Marley verlangte eine Kopie der Bestätigung und der Mann warnte Fitch davor, ihr die Kontonummer der Ursprungsbank oder die Nummer des Kontos bei der Hanwerbank in der Karibik zu zeigen. Als Fitch seinen Handel mit Marley abschloss, waren im Fonds 6,5 Millionen Dollar verfügbar. Im Laufe des Freitags hatte Fitch sämtliche Generaldirektoren der Großen Vier angerufen und ihnen den Auftrag erteilt, sofort jeweils 2 Millionen Dollar zu überweisen. Und er hatte keine Zeit für Fragen. Marley rief um halb sechs an und wusste, dass die Überweisung erfolgt war. Sie wies ihn an, die Kontonummern auf der Bestätigung unkenntlich zu machen, was er ohnehin vorgehabt hatte, und sie um genau 19.05 Uhr an die Rezeption des Siesta Inn zu faxen. Niklas würde neben dem Faxgerät stehen. Um Viertel nach sieben rief Marley abermals an und berichtete, dass Niklas die Bestätigung erhalten hatte und dass sie echt aussah. Sie forderte Fitch auf, morgen früh um zehn in ihr Büro zu kommen. Fitch sagte gerne zu. Sein Erfolg hat ihn in Hochstimmung versetzt. Diese Jury gehörte ihm. Der Prozess war gelaufen. Trotz seiner drohenden Niederlage hatte er einen weiteren Sieg errungen. Er würde gezwungen sein, sich ein paar boshafte Spitzen von Jenkel und den anderen über die Kosten dieser Operation anzuhören, aber das würde nur eine Formalität sein. Sie mussten sich über die Kosten aufregen. Schließlich waren sie Generaldirektoren. Fitch verdiente diesen seltenen Moment der Freude, aber seine Arbeit war noch längst nicht getan. Er konnte sich nicht ausruhen, bevor er die wahre Marley kannte, wusste, wo sie herkam, was sie motivierte, wie und warum sie diesen Plan ausgeheckt hatte. Irgendetwas steckte dahinter, das Fitch wissen musste. Und das Unbekannte machte ihm ungeheure Angst. Und Fitch war wieder er selbst. Wütend, missgelaunt, gepeinigt. Millie weinte und wälzte sich bis Mitternacht in ihrem Bett herum. Dann zog sie ihr Lieblingskleidungsstück an, einen vielgetragenen roten Trainingsanzug, Größe XX Large und schlicht zum Partyzimmer. Drinnen saß Niklas allein auf einem Sofa, aß Popcorn aus der Mikrowelle und trank Mineralwasser. Er sah sich ein australisches Rugby-Spiel an. »Weshalb sind Sie so spät noch auf?«, fragte er und schaltete mit der Fernbedienung den Ton des Fernsehers aus. Millie ließ sich auf einen Stuhl in seiner Nähe nieder, mit dem Rücken zur Tür. Ihre Augen waren rot und verschwollen, ihr graues Haar war verwuschelt. Es kümmerte sie nicht. »Ich kann nicht schlafen.« »Sie«, sagte sie, »es ist schwer, hier zu schlafen. Möchten Sie auch ein bisschen Popcorn?« »Nein.« »Danke.« Sie schwieg einen Moment, dann sagte sie, »darf ich Sie etwas fragen?« Niklas schaltete mit der Fernbedienung den Fernseher aus. Die einzige Beleuchtung kam jetzt von einer schwachen Stehlampe. »Natürlich.« »Sie sehen besorgt aus.« »Das bin ich auch.« »Es ist eine juristische Frage.« Sie atmete tief ein und presste die Hände zusammen. »Was ist, wenn eine Geschworene zu der Überzeugung gelangt, dass sie nicht fair und unparteiisch sein kann?« »Was sollte sie tun?« Er trank einen Schluck Wasser. »Ich nehme an, das hängt von den Gründen ab, die Sie zu dieser Überzeugung veranlassen.« »Ich verstehe nicht, Niklas.« Er war so ein netter Junge und so intelligent. Ihr jüngster Sohn wollte Anwalt werden und sie hatte sich dabei ertappt, dass sie sich wünschte, er würde einmal so tüchtig werden wie Niklas. »Lassen Sie uns der Einfachheit halber auf die Hypothese verzichten«, sagte er. »Sagen wir, diese Geschworene sind in Wirklichkeit Sie selbst.« »Okay«, ihre Augen füllten sich zum hundertsten Mal in dieser Nacht mit Tränen. »Sie sind so ein netter junger Mann. Sie kennen sich mit dem Gesetz aus und das ist eine juristische Sache und ich habe sonst einfach niemanden, mit dem ich reden könnte.« Sie erzählte ihm alles. Niklas argwöhnte einen üblen Trick, aber das deutete er Millie gegenüber nicht einmal an. Sie versprach, nichts zu unternehmen, bevor sie wieder miteinander reden konnten. Sie sagten sich gute Nacht. Niklas ging in sein Zimmer und wählte Marleys Nummer. Er berichtete ihr die ganze Hobbygeschichte und gab ihr die Namen Napier, Nitschman und Chris Ternow. Im Gerichtssaal hatte sich am Samstag nichts verändert. Dieselben Kanzlisten trugen dieselben Sachen und beschäftigten sich mit demselben Papierkram. Richter Harkensrobe war so schwarz wie immer. Cables Zeuge Dr. Olney war ein Forscher, der mit Labormäusen ganz erstaunliche Dinge angestellt hatte. Er zeigte ein Video von seinen niedlichen kleinen Forschungsobjekten, die über mehrere Jahre täglich unterschiedliche Mengen von Zigarettenrauch inhaliert hatten. Das fortwährende Ausgesetztsein hatte keinen einzigen Fall von Lungenkrebs verursacht. Er hatte Statistiken und Details darüber, weshalb Zigaretten keinen Lungenkrebs verursachen, weder bei Mäusen noch bei Menschen. Hobby hörte von der Stelle aus zu, die inzwischen zu seinem Stammplatz im Gerichtssaal geworden war. Er hatte versprochen, vorbeizukommen, ihr zuzuzwinkern und moralische Unterstützung zu bieten, sie noch einmal wissen zu lassen, wie furchtbar leid es ihm tat. Beverly Monk wachte am späten Vormittag aus ihrem Koma auf. Sie hüllte sich in eine schmutzige Decke, trat über einen schnarchenden Mann hinweg, den sie nicht kannte. Der offene Dachboden war ein Chaos, auf Betten und Fußboden hingestreckte Körper leere Schnapsflaschen auf sämtlichen billigen Möbelstücken. Wer waren diese Leute? Sie machte sich auf den Weg zu einem kleinen Dachfenster, wobei sie hier über eine Mitbewohnerin und dort über einen Fremden hinwegstieg. Plötzlich fiel ihr der Name ein. Föbel Sie war eng mit Claire befreundet gewesen. Föbel würde leicht zu finden sein. Nachdem, was sie zuletzt gehört hatte, war sie in Los Angeles und spielte dort dasselbe Spiel wie Beverly in New York. Sie würde aus Swanson so viel herausholen, wie sie nur konnte, und sich dann eine andere Wohnung suchen, eine größere Bude mit netteren Freunden, die das Gesindel fernhalten würden. Wo war Swans Karte? Fitch verzichtete auf die morgendliche Zeugenaussage und hörte stattdessen den Bericht von James Local, dem Chef einer Privatdetektei in Kansas, der Fitch ein Vermögen zahlte. Claire Clement hatte nicht existiert, bevor sie im Sommer 1988 in Lawrence aufgetaucht war. Ihre erste Unterkunft war eine Zwei-Zimmer-Wohnung gewesen, die sie von Monat zu Monat gemietet und bar bezahlt hatte. Sie bezahlte alles bar. Strom, Wasser, Gas. Sie hatte sich nicht in die Wählerlisten eintragen lassen, hatte keine Zulassungsgebühren für einen Wagen bezahlt, hatte kein Grundstück gekauft. Sie hatten ihre Telefonliste aus den drei Jahren, die sie in Lawrence verbracht hatte. Keine Ferngespräche in drei Jahren. Eines muss ich Ihnen sagen, Mr. Fitch. Diese Frau ist gut. Wenn sie einen Fehler gemacht hat, so haben wir ihn bisher noch nicht gefunden. Der Respekt an Locals Stimme war unüberhörbar. Eine solche Frau plant alles unter dem Gesichtspunkt, dass später jemand Nachforschung anstellen wird. Typisch Marley, sagte Fitch, als bewunderte er eine Tochter. Local, Sie müssen herausfinden, wer sie ist. Arbeiten Sie härter. Fitch schaute auf die Uhr und erklärte, dass er jetzt gehen müsste. Marley erwartete ihn in ein paar Minuten. Local ging, um in ein Privatflugzeug zu steigen und rasch nach Kansas City zurückzukehren. Marley hielt sich seit sechs Uhr in ihrem kleinen Büro auf. Dutzende von Anrufen hatten sie überzeugt, dass es in Washington keinen George Crestano im Justizministerium gab und in Atlanta keine FBI-Agenten namens Napier und Nitschman. Der Hoppy-Coup trug eindeutig Fitchs Stempel. Weshalb sollte Mr. Crestano sonst damit drohen, Hoppy zu vernichten, wenn er Millie nicht dazu brauchte, richtig zu stimmen? Als Fitch Punkt zehn Uhr bei Marley eintraf, war der Tisch abgeräumt und das Handy verschwunden. Sie sagten kaum Hallo. Sie sollten zusehen, dass bald Schluss ist, Fitch. Die Jury ist nicht mehr aufnahmefähig. Wir werden heute nach Mittag um fünf fertig sein. Ist das früh genug? Hoffen wir es. Sie machen es Niklas nicht leichter. Ich habe Cable gesagt, er soll sich beeilen. Mehr kann ich nicht tun. Wir haben Probleme mit Ricky Coleman. Niklas hat eine Menge Zeit mit ihr verbracht und sie dürfte eine harte Nuss werden. Sie hegt eine tiefsitzende Verbitterung gegenüber der Industrie, weil sie Jugendliche in die Sucht treibt. Für die Familie Wood scheint sie nicht viel Sympathie zu haben. Sie ist eher darauf aus, Big Tobacco für die Verführung der jungen Generation zu bestrafen. Ohne Kommentar oder irgendwelche Formalitäten zog Fitchheimblatt Papier aus seinem Aktenkoffer und schob es über den Tisch. Marley überflog es rasch. Das dürfte seine Wirkung tun. Sie haben nichts über Herman Grimes? Nicht das Geringste. Niklas wird sich während der Beratung um ihn kümmern müssen. Besten Dank. Schließlich wird er dafür bezahlt, oder etwa nicht? Für zehn Millionen Dollar sollte er doch imstande sein, ein paar Stimmen an Land zu ziehen. Er hat die Stimmen, Fitch. Sie stecken schon jetzt in seiner Tasche. Aber er hätte es gern einstimmig. Herman könnte ein Problem sein. Dann boten Sie den Mistkerl aus. Das ist doch offensichtlich ein Spiel, das Sie genießen. Wir haben auch schon daran gedacht. Am frühen Samstagnachmittag erreichte Marley einen FBI-Agenten in Jackson, Mississippi. Sie nannte einen falschen Namen, sagte, sie arbeite für einen Grundstücksmakler in Biloxi und verdächtige zwei Männer, dass sie sich als FBI-Agenten ausgaben, obwohl sie keine waren. Er hatte noch nie etwas von Napier oder Nitschmann gehört und von Chris Tano auch nicht. Auch von einer Spezialeinheit aus Atlanta, die jetzt an der Küste arbeitete, war ihm nichts bekannt. Und je länger sie sich unterhielten, desto interessierter wurde er. Er wollte ein paar Nachforschungen anstellen und sie versprach, in einer Stunde zurückzurufen. Die Verteidigung schloss am Samstag Nachmittag ihre Zeugenvernehmung ab. Es gab noch ein paar Anträge in letzter Minute, mit denen sich die Anwälte beschäftigen mussten, aber die Geschworenen konnten den Saal verlassen. Zu ihrer Unterhaltung am Samstagabend würde ein Bus zu einem Junior College Football Spiel fahren und ein zweiter zu einem Kino. Anschließend waren persönliche Besuche bis Mitternacht erlaubt. Was den Sonntag anging, durfte jeder Geschworene das Motel von 9 bis 13 Uhr verlassen, um an einem Gottesdienst teilzunehmen, unbewacht, sofern sie versprachen, mit niemandem auch nur ein Wort über den Prozess zu reden. Sonntagabend, persönliche Besuche von 7 bis 10. Am Montagmorgen würden sie die Schlussplädoyers hören und noch vor dem Lunch würde ihnen der Fall zur Beratung übergeben werden. Niklas' Versuch, Henry Wu, Football zu erklären, war so anstrengend, dass es kaum die Mühe lohnte. Henry stellte sämtliche falschen Fragen. Weshalb sind ihre Hosen so eng? Was sagen sie zueinander, wenn sie zwischen den Spielen zusammenkommen und warum halten sie sich bei den Händen? Warum bilden sie solche Klumpen? Er behauptete, es wäre sein erstes Live-Spiel. Millie interessierte sich nicht für Filme und schon gar nicht für Football. Sie arß zusammen mit Hoppy Burritos. Nach dem Essen versuchten sie, sich eine Show im Fernsehen anzuschauen, gaben es aber bald wieder auf und unterhielten sich einmal mehr über Hoppys missliche Lage. Es gab noch mehr Tränen, noch mehr Entschuldigungen, sogar ein paar von Hoppys beiläufigen Bemerkungen über Selbstmord, die Millie doch als ein bisschen übertrieben dramatisch empfand. Schließlich gestand sie, dass sie Niklas Easter ins Vertrauen gezogen hatte, einem prächtigen jungen Mann, der sich mit dem Gesetz auskannte und dem man restlos vertrauen konnte. Zuerst war Hoppy schockiert und wütend. Dann gewann seine Neugierde die Oberhand und er wollte wissen, was ein Außenstehender über seine Situation dachte. Vor allem jemand, der Jura studiert hatte, wie Millie sagte. Um halb elf klopfte Niklas zurück vom Football an die Tür und schlüpfte herein. Er hatte einen Freund gebeten, draußen ein paar Telefonate zu führen. Die ganze Sache, angefangen von Ringwald, war ein Betrugsmanöver. Hoppy war aufs Kreuz gelegt worden. Der Sonntag begann mit einer Geburtstagstorte. Lorraine Duke hatte Mrs. Gladys Card gegenüber erwähnt, dass ihr 36. Geburtstag bevorstand. Mrs. Card hat ihre Schwester draußen in der freien Welt angerufen und am frühen Sonntagmorgen lieferte die Schwester eine dicke Schokoladen-Karamell-Torte ab. Drei Schichten mit 36 Kerzen. Die Geschworenen trafen sich um 9 Uhr im Esszimmer und verzehrten die Torte zum Frühstück. Danach verschwanden die meisten für vier Stunden zum heißersehnten Gottesdienst. Einige waren seit Jahren nicht mehr in einer Kirche gewesen, fühlten sich aber trotzdem zum Heiligen Geist hingezogen. Hoppy fuhr um 10 in seinem Büro. Er hatte Napier am Sonntagmorgen um 8 angerufen und ihm mitgeteilt, er hätte wichtige Prozessentwicklungen mit ihm zu bereden. Bei seiner Frau hätte er beträchtliche Fortschritte erzählt und sie hätte jetzt eine Menge Einfluss auf die anderen Geschworenen. Er wollte sich mit Napier und Nitschmann in seinem Büro treffen, um ihnen ausführlich Bericht zu erstatten und sich weitere Instruktionen geben zu lassen. Napier nahm den Anruf in einer schäbigen Zwei-Zimmer-Wohnung entgegen, die er und Nitschmann für den Schwindel benutzten. Napier und Nitschmann, wie üblich in dunklen Anzügen mit dunklen Sonnenbrillen, trafen um 10 im Büro ein, wo sie Hoppy in bester Laune antrafen. Millie kämpfte wie eine Löwen, um ihren Mann zu retten, sagte Hoppy und sie war sich ziemlich sicher, dass sie bereits Mrs. Gladys Card und Ricky Coleman überzeugt hatte. Ein weiterer Besucher betrat durch die Vordertür das Büro. »Wer ist da?«, fragte Hoppy laut. Die Tür wurde plötzlich geöffnet und Special Agent Alan Madden traf ein. »Agent Alan Madden, FBI«, sagte der Neuankömmling und klappte seinen Ausweis auf, damit alle ihn inspizieren konnten. »Sind Sie Mr. Dupre?« »Ja, aber das FBI ist bereits hier«, sagte Hoppy, sah zuerst Madden an, dann die anderen beiden. »Ich kann das erklären«, setzte Napier an, wobei er so zuversichtlich nickte, als könnte er in der Tat alles zufriedenstellend regeln. In Handschellen auf den Rücksitzen eines echten FBI-Wagens auf dem Highway 90 in Richtung Mobile erfand Napier, der schnellere Denker von den beiden, eine halbwegs einleuchtende Geschichte, zu der Nitschman nur wenig beitrug. Sie erklärten Madden, dass ihre Firma von irgendwelchen namenlosen Casino-Interessenten beauftragt worden wäre, Nachforschungen über verschiedene Grundstücke an der Küste anzustellen. Dabei waren sie auf Hoppy gestoßen, der ziemlich korrupt war und versucht hatte, Bargeld von ihnen zu erpressen. Eines hatte zum anderen geführt und ihr Boss hatte ihnen den Auftrag erteilt, sich als FBI-Agenten auszugeben. Im Grunde war keinerlei Schaden angerichtet worden. Madden hörte fast wortlos zu. Er hielt ihr Verhalten für ein geringfügiges Vergehen, das in der Strafverfolgung nicht lohnte und schon gar keine weiteren Bemühungen seinerseits. Er brach ohnehin unter seiner Arbeit fast zusammen. Er konnte seine Zeit nicht damit verschwenden, zwei kleine Lügner vor Gericht zu bringen. Als sie die Grenze nach Alabama überquert hatten, hielt er ihnen einen strengen Vortrag über die Strafen, die jedem drohten, der sich als Bundesbeamte ausgab. Es tat ihnen wirklich leid. Es würde nie wieder vorkommen. Fitch zerbrach mit der Faust eine Lampe, als er den Anruf von Napier erhielt. Hoppy würde Millie heute Abend Bericht erstatten. Millie würde als Geschworene für die Verteidigung verloren sein. Vermutlich würde sie sogar ganz entschieden auf die entgegengesetzte Seite umschwenken und Milliarden von Schadenersatz für die arme Witwe Wood fordern. Nur Marley konnte diese Katastrophe verhindern. Er beschloss, ihr später in ihrem Büro alles zu erzählen. Marley hörte mit ausdrucksloser Miene zu, als Fitch die Hoppy-Geschichte erzählte. Sie war nicht schockiert, sondern genoss es, Fitch schwitzen zu sehen. Ich meine, wir sollten sie ausboten, erklärte Fitch, als er seinen Bericht beendet hatte. Haben Sie eine Kopie von der Robilio-Aktennotiz? fragte sie gelassen. Er holte einen aus seinem Aktenkoffer und gab sie ihr. Ihr Werk? fragte sie, nachdem sie sie gelesen hatte. Ja, es war prächtig, bis wir erwischt worden sind. Machen Sie sowas bei jedem Tabakprozess? Wir versuchen es jedenfalls. Entspannen Sie sich, Fitch. Ich glaube, ihr Mann hat Millis Einfluss übertrieben. Sie und Niklas stehen sich sehr nah und sie hat nicht gegen ihren Klienten Partei ergriffen. Fitch atmete ein wenig leichter und lächelte beinahe. Nur aus Neugierde. Wie viele Stimmen haben wir im Augenblick? Neun. Er hat nicht mit Ricky über ihre Vergangenheit gesprochen? Noch nicht. Dann wären es zehn, sagte Fitch mit tanzenden Augen und plötzlich zuckenden Fingern. Wir können elf bekommen, wenn wir jemanden ausboten und dafür Shine Royce nehmen. Stimmt's? Hören Sie, Fitch, Sie machen sich zu viele Gedanken. Sie haben ihr Geld bezahlt. Sie haben die Besten angeheuert, also beruhigen Sie sich und warten Sie auf Ihr Urteil. Es liegt in sehr guten Händen. Einstimmig? Fragte Fitch glücklich. Niklas ist entschlossen, für Einstimmigkeit zu sorgen. An einer Seite des Konferenzraums saßen sieben Anwälte, von denen jeder eine Million Dollar für das Privileg gezahlt hatte, an diesem Ereignis teilnehmen zu dürfen. Niemand sonst befand sich in dem Zimmer. Niemand außer Wendell Raw, der auf der anderen Seite des Tisches stand, langsam hin und her ging und leise mit gemessenen Worten zu seiner Jury sprach. Seine Stimme war warm und volltönend, in einer Sekunde von Mitgefühl erfüllt und in der nächsten mit harten Worten für Big Tobacco. Er klackte an und er schmeichelte. Er war humorvoll und er war zornig. Er zeigte ihnen Fotos und er schrieb Zahlen auf eine Tafel. Nach 51 Minuten war er fertig. Es war die bisher kürzeste Probe. Das Schlussplädoyer durfte höchstens eine Stunde dauern. Anweisung von Richter Harkin. Die Kommentare seiner Kollegen kamen rasch, einige beifällig, aber die meisten waren Verbesserungsvorschläge. Ein kritischeres Publikum gab es nicht. Die sieben hatten bei Hunderten von Abschlussplädoyers zusammengearbeitet, die fast eine halbe Milliarde Dollar Schadenersatz eingebracht hatten. Sie wussten, wie man aus Juries große Beträge herausholt. Cable war ähnlicher Kritik ausgesetzt. Sein Publikum war wesentlich größer. Ein Dutzend Anwälte, mehrere Juryberater, jede Menge Anwaltsgehilfen. Sein Plädoyer wurde auf Video aufgenommen, damit er sich selbst studieren konnte. Er war entschlossen, es in einer halben Stunde zu schaffen. Die Jury würde es zu würdigen wissen. Raw würde zweifellos länger reden. Der Kontrast würde hübsch sein. Auf der einen Seite der sich an die Fakten haltende Techniker Cable und auf der anderen Raw, der brillante Schwätzer, der an ihre Emotionen appellierte. Er hielt sein Plädoyer, dann sah er sich das Video an. Immer und immer wieder. Den ganzen Sonntagnachmittag und bis tief in die Nacht hinein. Es war eine Schande, dass ausgerechnet der Geschworene, der am eifrigsten gewesen war, aufmerksamer zugehört hatte als die anderen, sich an mehr von dem erinnerte, was gesagt worden war und jede von Richter Harkens Anweisungen befolgt hatte, der Letzte sein sollte, der ausgebotet und dadurch daran gehindert wurde, das Urteil zu beeinflussen. Niklas ließ vier kleine Tabletten in Hermans Frühstückskaffee fallen. Es war Metergin, ein relativ unbekanntes, verschreibungspflichtiges Medikament, das in erster Linie in Notaufnahmen zur Wiederbelebung von Leuten benutzt wurde, die halbtot waren. Der Aufruhr brach eine halbe Stunde später aus. Binnen Minuten wusste jeder Mann, dass Hermann einen Herzinfarkt hatte. Die Sanitäter erschien mit einer fahrbaren Trage. Hermann wurde stabilisiert und erhielt Sauerstoff. Die Sirenen heulten, als Hermann fortgeschafft wurde. Die Geschworenen kehrten in ihre Zimmer zurück und versuchten, ihre bloß liegenden Nerven zu beruhigen. Ludell rief Richter Harkin. Aufgrund von Gerüchten, die wohl fundiert zu sein schienen, eröffnete Pynex recht stark. Nach einem Stand von 73 bei Börsenschluss am Freitag stiegen die Aktien sofort nach dem Läuten der Eröffnungsglocke auf 76 und kletterten binnen Minuten auf 78. Es gab gute Nachrichten aus Biloxi, aber niemand schien ihre Quelle zu kennen. Alle Tabakaktien stiegen rasch bei starker Nachfrage. Richter Harkin erschien erst kurz vor halb zehn. Und als er sein Podium betrat, stellte er, keineswegs überrascht, fest, dass der Gerichtssaal voll war. Die Nachricht von Hermans Herzinfarkt hatte sich schnell verbreitet. Die von der Verteidigung angehörten Juryberater erklärten es zu einem großen Sieg für ihre Seite, weil Herman ganz offensichtlich auf der Seite der Klägerin gestanden hatte. Die Juryberater der Klägerseite versicherten Raw und seinen Kollegen, dass dies ein schwerer Schlag für die Verteidigung war, weil Herman offensichtlich pro Tabak gewesen war. Alle Juryberater begrüßten das Hinzukommen von Shine Royce, obwohl es dem meisten schwer fiel, Gründe dafür anzugeben. Fitch saß einfach fassungslos da. Wie zum Teufel bewirkt man eine Herzattacke? War Marley kaltblütig genug, um einen blinden Mann zu vergiften? Gott sei Dank stand sie auf seiner Seite. Die Tür ging auf, die Geschworen kamen herein. Alle beobachteten sie, um sich zu vergewissern, dass Herman tatsächlich nicht unter ihnen war. Sein Platz blieb leer. Richter Haken hatte mit einem Arzt im Krankenhaus gesprochen und er begann damit, dass er den Geschworenen mitteilte, dass es Herman besser zu gehen schien und das vielleicht nicht so ernst war, wie sie anfangs geglaubt hatten. Die Geschworenen, vor allem Nicholas, waren sehr erleichtert. Shine Royce wurde geschworener Nummer 5 und nahm Hermans bisherigen Platz in der vorderen Reihe zwischen Philip Savelle und Angel Weese ein. Shine war richtig stolz auf sich. Als alle zur Ruhe gekommen waren, forderte seine Ehren Wendell Raw auf, mit seinem Schlussplädoyer zu beginnen. »Bleiben Sie unter einer Stunde«, warnte er. Raw in seinem grellen Lieblingsschakett, aber mit einem gestärkten Hemd und einer sauberen Fliege, begann leise, entschuldigte sich für die Länge des Verfahrens und dankte ihnen dafür, dass sie eine so wundervolle Jury gewesen waren. Nachdem er die freundlichen Bemerkungen hinter sich hatte, stürzte er sich in eine bösartige Beschreibung des tödlichsten Verbraucherprodukts, das je hergestellt wurde. Die Zigarette. Sie bringt alljährlich 400.000 Amerikaner um, zehnmal mehr als illegale Drogen. Kein anderes Produkt reicht auch nur entfernt daran heran. Er erwähnte die Höhepunkte der Aussagen der Doktoren Frick, Bronski und Kilwin, und zwar ohne noch einmal auf dem herumzureiten, was sie gesagt hatten. Er erinnerte sie an Lawrence Crickler, den Mann, der in der Industrie gearbeitet hatte und ihre schmutzigen Geheimnisse kannte. Er verbrachte zehn Minuten damit gelassen, über Leon Robilio zu reden, den Stimmlosen, der 20 Jahre damit verbracht hatte, für Tabak zu werben und dann erkannte, wie korrupt die Industrie war. Dann kam Raw zum Thema der Jugendlichen. Um überleben zu können, muss Big Tobacco die Teenager ködern. Jeden Tag fangen 3000 Jugendliche mit dem Rauchen an. Ein Drittel von ihnen schließlich wird daran sterben. Reichte das nicht? War es nicht endlich in der Zeit, diese reichen Konzerne zu zwingen, hinter ihren Produkten zu stehen? An der Zeit, ihnen einen Denkzettel zu erteilen? An der Zeit, dafür zu sorgen, dass sie die Finger von unseren Kindern lassen? An der Zeit, sie für die von ihren Produkten verursachten Schäden zahlen zu lassen? Er wurde bissig, als er auf das Nikotin zu sprechen kam und die immer wiederholte Behauptung von Big Tobacco, dass es nicht süchtig mache. Frühere Drogenabhängige hatten ausgesagt, dass es leichter war, von Marihuana und Kokain loszukommen, als von Zigaretten. Dann zwinkerte er einmal und war ein anderer Mensch. Er sprach über seine Mandantin, Mrs. Celeste Wood, eine gute Ehefrau, Mutter, Freundin, ein echtes Opfer der Zigarettenindustrie. Er sprach über ihren Mann, den verstorbenen Mr. Jacob Wood, der Bristol, das Spitzenprodukt von Pinex, gerauchte und 20 Jahre lang vergeblich versucht hatte, es sich wieder abzugewöhnen. Er hatte Kinder und Enkelkinder hinterlassen. Im Alter von 51 Jahren war er gestorben. Er trat an eine weiße Tafel auf einer Staffelei und stellte ein paar rasche Berechnungen an. Der Geldwirt von Jacob Woods Leben beläuft sich auf, sagen wir, eine Million Dollar. Er addierte noch ein paar weitere Ansprüche hinzu und die Summe ergab zwei Millionen. Das war der eigentliche Schadenersatz. Geldbeträge, die der Familie aufgrund von Jacobs Tod zustanden. Aber hier ging es nicht um den eigentlichen Schadenersatz. Raw hielt einen Kurzvortrag über Geldstrafen und die Rolle, die sie beim Zügeln amerikanischer Konzerne spielten. Wie bestraft man einen Konzern, der über ein Barvermögen von 800 Millionen Dollar verfügt. Man erteilt ihm einen Denkzettel. Raw unterließ es, einen Betrag vorzuschlagen, obwohl er dazu berechtigt gewesen wäre. Er ließ lediglich die Zahl 800 Millionen Dollar in großer Schrift auf der Tafel stehen. Er dankte der Jury noch einmal und setzte sich. 48 Minuten. Seine Ehren ordnete eine Pause von 10 Minuten an. Es wäre wirklich höchst merkwürdig, sagte Föbe, als sie den unerwarteten Anruf ihrer alten Freundin Beverly erhielt. Vorgestern hätte schon irgendein Mann angerufen, der auch Claire suchte. Föbe war misstrauisch und hatte ihm nichts erzählt. Aber ihr erzählte sie alles, was sie über Claire wusste. Beverly erreichte Swanson und bestellte ihnen das gleiche Kaffee vom Montagmorgen. Sie forderte 4.000 Dollar für ihre Informationen. Ihr wirklicher Name ist Gabrielle Brandt. Sie stammt aus Columbia, Missouri. Sie hat dort das College an der Universität besucht, an der ihre Mutter mittelalterliche Geschichte gelehrt hat. Das ist alles, was ich weiß. Außer, dass ihr Vater starb, als sie 10 war. Sonst noch was? Nein. Geben Sie mir das Geld. Swanson schob es über den Tisch und sprang danach sofort auf. Danke, sagte er und verschwand. Cable brauchte nur wenig mehr als eine halbe Stunde, um geschickt den lächerlichen Gedanken zu diskreditieren, den Angehörigen eines Mannes, der freiwillig 35 Jahre lang geraucht hatte, Millionen zu schenken. Der Prozess war kaum mehr als ein unverholener Griff nach dem großen Geld. Was ihn an der Darstellung des Falles durch den Anklagevertreter am meisten empörte, war, dass sie versucht hatten, von Jacob Wood und seinen Gewohnheiten abzulenken und aus dem Prozess eine Emotion am Telefon. Hören Sie, Fitch. Neue Überweisungsinstruktionen. Legen Sie den Hörer hin und gehen Sie zu Ihrem Faxgerät. Fitch riss das Fax aus dem Gerät und überflog die handschriftliche Botschaft. Das Geld sollte jetzt nach Panama überwiesen werden. Banco Atlantico in Panama City. Sie haben 20 Minuten, Fitch. Die Jury sitzt beim Lunch. Wenn ich nicht bis halb eins eine Bestätigung habe, ist die Sache gestorben und Niklas ändert den Kurs. Er hat ein Handy in der Tasche und er erwartet meinen Anruf. Rufen Sie um halb eins wieder an, sagte Fitch, dann legte er auf. Er wies Conrad an, alle Anrufer hinzuhalten. Keine Ausnahme. Er faxte ihre Nachricht sofort an seinen Überweisungsexperten in Washington, der seinerseits die erforderliche Autorisierung an die Hanwar-Bank auf den niederländischen Antillen faxte. Hanwar hatte den ganzen Vormittag auf das Fax gewartet und binnen zehn Minuten verließ das Geld Fitchs Konto und flog über die Karibik zu der Bank in Panama City, wo es erwartet wurde. 20 Minuten nach zwölf saß Marley in einem fünf Meilen entfernten Motelzimmer und arbeitete mit einem tragbaren Fax. Sie wartete fünf Minuten, dann ersuchte sie denselben Banker, das Geld per Kabel auf eine Bank auf den Cayman Islands zu überweisen. Das Konto bei Banco Atlantico wurde geschlossen. Niklas rief um genau halb eins aus der Herren-Toilette an. Es war an der Zeit, mit der Beratung zu beginnen. Marley sagte ihm, das Geld sei in Sicherheit und sie reise ab. Sie fuhr in einem Mietwagen davon und beobachtete jede Bewegung hinter sich. Ihr geliester Wagen stand vor ihrer Wohnung. Es war ja einerlei, was aus ihm wurde. Auf dem Rücksitz lagen zwei mit Kleidungsstücken vollgestopfte Taschen, die einzigen persönlichen Gegenstände, die sie mitnehmen konnte, abgesehen von ihrem tragbaren Faxgerät. Die Möbel in der Wohnung würden demjenigen gehören, der sie auf einem Flohmarkt kaufte. Sie fuhr kreuz und quer durch ein Baugelände, eine Tour, die sie gestern geprobt hatte für den Fall, dass ihr irgendjemand zu folgen gedachte. Fitchs Typen waren nicht hinter ihr. Dann fuhr sie gleichfalls kreuz und quer durch Nebenstraßen, bis sie am Gulfport Airport angekommen war. Swanson rief einmal an, konnte Fitch aber nicht erreichen. Er rief die Zentrale in Kansas City an und drei Agenten wurden unverzüglich in das eine Stunde entfernte Columbia geschickt. Zwei weitere setzten sich an die Telefone und riefen die University of Missouri an und die Abteilung für mittelalterliche Geschichte verzweifelt bemüht, jemanden ausfindig zu machen, der etwas wusste und bereit war zu reden. Im Telefonbuch von Columbia standen sechs Brands. Alle wurden mehr als einmal angerufen und alle behaupteten, Gabriel Brand nicht zu kennen. Kurz nach eins bekam er Fitch endlich ans Telefon. Fitch hatte sich über eine Stunde in seinem Büro verbarrikadiert und keine Anrufe entgegengenommen. Swanson war unterwegs nach Missouri. Als das Lunchgeschirr abgeräumt worden war und die Raucher aus ihrem Raucherzimmer zurückkehrten, wurde allen klar, dass sie jetzt das tun mussten, wovon sie seit mehr als einem Monat geträumt hatten. Sie nahmen ihre Plätze rund um den Tisch ein und starrten den leeren Platz des Obmanns am Kopfende an, den bisher Herman so stolz okkupiert hatte. Niklas wurde per Akklamation als sein Nachfolger gewählt. Niklas fasste eine Liste von Richter Harkens Anweisungen zusammen. Er will, dass wir uns das gesamte Beweismaterial einschließlich sämtlicher Dokumente ansehen, bevor wir mit der Abstimmung beginnen. Niklas drehte sich nach rechts und musterte einen Tisch in der Ecke, auf dem sich all die wundervollen Berichte und Untersuchungen türmten, die sich im Laufe der letzten vier Wochen angesammelt hatten. Ich habe nicht vor, drei Tage hier zu verbringen, sagte Lonnie, während alle zu dem Tisch hinschauten. Von mir aus können wir gleich abstimmen. Nicht so schnell, sagte Niklas. Dies ist ein komplizierter und überaus wichtiger Fall und es wäre falsch, die Dinge zu überstürzen, ohne vorherige gründliche Erörterung. Ich bin für Abstimmen, sagte Lonnie. Und ich bin dafür, das zu tun, was der Richter verlangt. Wir können ihn für ein Gespräch hierher bitten, falls es erforderlich sein sollte. Wir sollen doch nicht etwa das ganze Zeug da lesen, fragte Sylvia, der Pudel. Lesen gehörte nicht zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Ich habe eine Idee, sagte Niklas. Wie wäre es, wenn wir uns jeder einen Bericht vornehmen, ihn überfliegen und dann allen anderen eine kurze Zusammenfassung liefern? Dann können wir Richter Haken guten Gewissens sagen, dass wir uns das gesamte Beweismaterial angeschaut haben. Damit waren alle anderen Proteste im Keim erstickt. Niklas ergriff den dicksten Packen, die Untersuchung von Dr. Milton Frick über die Auswirkungen von Zigarettenrauch auf die Atmungsorgane und las ihn, als wäre ihm noch nie eine derart dynamische Prosa begegnet. In einer Höhe von 41.000 Fuß und mit einer Geschwindigkeit von 500 Meilen pro Stunde flog der Learjet in 90 Minuten von Biloxi nach Georgetown auf Grant Cayman. Marley passierte den Zoll mit einem neuen kanadischen Pass, der auf den Namen Lane McRowland ausgestellt war. Sie nahm sich ein Taxi zu ihrer Bank, der Royal Swiss Trust, in einem stattlichen, alten, einem Block vom Strand entfernten Gebäude. Sie wurde von einem jungen Mann namens Markus begrüßt. Er war schlank, gepflegt und gut gekleidet, sehr europäisch und sprach perfekt Englisch mit nur ganz leichtem Akzent. Sie hatten schon oft am Telefon miteinander gesprochen. Pynex, berichtete er, stand auf 79, bei lebhaftem Handel seit Börsenöffnung. Trelco war um 3,25 auf 56 gestiegen, Smith Greer auf 64,50. Compaq wurde gleichbleibend mit 33 gehandelt. Nach Notizen arbeitend, die sie praktisch auswendig kannte, tätigte Marley ihren ersten Leerverkauf, indem sie 50.000 nicht vorhandener Aktien von Pynex bei 79 abstieß. Wenn alles gut ging, würde sie sie in allernächster Zukunft zu einem erheblich niedrigeren Preis zurückkaufen. Leerverkäufe waren ein überaus riskantes Manöver, von dem normalerweise nur die allererfahrensten Investoren Gebrauch machten. Wenn damit zu rechnen war, dass der Preis einer Aktie fiel, dann gestatteten es die Börsengesetze, dass die Aktien zuerst zu dem höheren Preis verkauft und dann später zu einem niedrigeren zurückgekauft wurden. Mit 10 Millionen Dollar auf dem Konto durfte Marley Aktien im Wert von ungefähr 20 Millionen Dollar verkaufen. Markus bestätigte den Verkauf mit schnellem Tippen auf seiner Tastatur, dann entschuldigte er sich für eine Sekunde, während er seine Kopfhörer aufsetzte. Ihr zweites Geschäft war der Leerverkauf von 30.000 Trelco-Aktien zu 56,25 Dollar. Sie verkaufte 40.000 Aktien von Smith Greer zu 56,50 Dollar, 60.000 weitere von Pynex zu 79,00 und ein Achtel, 30.000 weitere von Trelco zu 56,00 und ein Achtel, 50.000 von Smith Greer zu 64,00 und drei Achtel. Pynex fiel auf 78,50, dann um noch einen Viertel Dollar. Verkaufen Sie weitere 50.000, sagte sie ohne jedes Zögern. Markus schnappte kurz nach Luft, dann nickte er ohne die Augen von seinem Monitor abzuwenden und schloss den Handel ab. Es reicht, sagte sie dann. Marley wurde zu einem Hotel an der Seven Mile Beach gefahren, nicht weit von der Innenstadt und der Bank entfernt. Während Marley ihre Gegenwart unter Kontrolle zu haben schien, holte ihre Vergangenheit sie rapide ein. Ein Detektiv, der für Fitch an der University of Missouri recherchierte, fand in der Hauptbibliothek eine Kollektion von alten Lehrverpflichtungen. 1986 war eine Dr. Evelyn Y. Brand als Professorin für mittelalterliche Geschichte aufgeführt, fehlte aber im Handbuch für 1987. Er rief sofort einen Kollegen an, der im Gerichtsgebäude von Boone County die Liste der Steuerpflichtigen überprüfte, der fand rasch heraus, dass Evelyn Y. Brands Testament im April 1987 zur Bestätigung eingereicht worden war. Sie war ein Volltreffer. Mrs. Brand war am 2. März 1987 in Columbia im Alter von 56 Jahren gestorben. Sie hinterließ keinen Ehemann und nur ein Kind. Gabriel. Alter 21, Alleinerbin. Die Akte war gut zwei Zentimeter dick und der Detektiv überflog sie so schneller konnte. Die Erbmasse bestand aus 191.500 Dollar. 13 Monate nach Dr. Brands Tod war die Nachlassakte geschlossen worden. Er blätterte sie abermals durch, machte sich Notizen. Zwei Seiten klebten zusammen und er löste sie vorsichtig auseinander. Das untere Blatt war ein Dokument mit einem amtlichen Stempel. Es war die Sterbeurkunde. Dr. Evelyn Brand war an Lungenkrebs gestorben. Er verließ die Kanzlei und rief seinen Vorgesetzten an. Als sie Fitch informierten, wussten sie mehr. ihr Ehemann, der verstorbene Dr. Peter Brand war im Juni 1981 im Alter von 52 Jahren gestorben und hatte seine geliebte Frau, seine ebenso geliebte Tochter Gabriel, damals 15, hinterlassen. Auch Peter Brand war dem Lungenkrebs zum Opfer gefallen. Fitch nahm den Anruf in seinem Büro entgegen, allein bei verschlossener Tür. Und er nahm ihn ruhig entgegen, weil er viel zu schockiert war, um reagieren zu können. Er saß an seinem Schreibtisch ohne Jackett mit gelockerter Krawatte und offenen Schnürsenkeln. Er sagte nicht viel. Marleys Eltern waren beide an Lungenkrebs gestorben. Fitch schloss die Augen und dachte an einen Wutausbruch, bei dem der Schreibtisch an die Wand flog und die Telefonleitungen aus ihren Steckern gerissen wurden, überlegte es sich dann aber anders. Was er brauchte, war ein kühler Kopf. Wenn er nicht das Gerichtsgebäude in Brandstecken oder ein paar Handgranaten ins geschworenen Zimmer werfen wollte, hatte er keine Möglichkeit, die Beratung der Geschworenen zu stoppen. Sie waren da drinnen, die letzten zwölf, mit Deputies vor der Tür. Falls sie nur langsam vorankamen und noch eine weitere Nacht isoliert in ihrem Motel verbringen mussten, dann konnte Fitch vielleicht ein Kaninchen aus dem Hut ziehen und dafür sorgen, dass das Verfahren für gescheitert erklärt wurde. Eine Bombendrohung war eine Möglichkeit. Dann würden die Geschworenen evakuiert, abermals isoliert und an irgendeinen geheimen Ort gebracht werden, wo sie weiterberaten konnten. Fitch machte sich eine Liste aller Möglichkeiten. Die Uhr tickte. Die Geschworenen einigten sich darauf, als erstes über die Frage der Haftbarkeit abzustimmen. Niklas formulierte sie in einer auch für Laien verständlichen Form. Sind sie der Ansicht, dass Pynex für den Tod von Jacob Wood verantwortlich ist? Rikki Coleman, Millie Dupre, Lauren Juke und Angel Wees sagten entschieden Ja. Lonnie, Philip Savelle und Mrs. Gladys Card sagten Nein, keinesfalls. Die übrigen lagen irgendwo dazwischen. Der Pudel war unsicher, neigte aber zu Nein. Jerry war plötzlich unentschlossen, neigte aber vermutlich gleichfalls zu Nein. Schein Royce, das jüngste Mitglied der Jury, hatte den ganzen Tag über keine drei Worte von sich gegeben und ließ sich einfach im Wind treiben. Er würde auf den Wagen aufspringen, auf dem die Musik spielte, sobald er ihn erkennen konnte. Henry Wu behauptete, noch unentschlossen zu sein, wartete aber im Grunde nur auf Niklas, der seinerseits wartete, bis sich alle anderen geäußert hatten. Er war enttäuscht, dass die Geschworenen so geteilter Meinung waren. Ich finde, es ist Zeit, dass Sie jetzt mit der Sprache herausrücken, sagte Lonnie, dem nach Streit zumute war, zu Niklas. Ja, lassen Sie hören, sagte Ricky, gleichfalls diskussionsbereit. Alle Augen ruten auf dem Obmann. Okay, sagte er, und im Zimmer wurde es totenstill. Nach Jahren der Planung lief jetzt alles hierauf hinaus. Er wählte seine Worte sorgfältig, aber in Gedanken hatte er die Ansprache bereits tausendmal gehalten. Ich bin überzeugt, dass Zigaretten gefährlich und tödlich sind. Sie kosten jährlich 400.000 Menschen das Leben. Sie werden mit Nikotin angereichert von ihren Herstellern, die seit langem wissen, dass das Zeug süchtig macht. Sie könnten wesentlich harmloser sein, wenn die Konzerne es wollten, aber dann müsste der Nikotingehalt reduziert werden. Und damit ginge der Umsatz zurück. Ich glaube, dass Zigaretten Jacob Wood umgebracht haben. Und das wird keiner von ihnen bestreiten. Ich bin überzeugt, dass die Tabakkonzerne lügen und betrügen und die Konsumenten hinters Licht führen und alles tun, was in ihrer Macht Rauchen zu verführen. Sie sind eine Bande von skrupellosen Schweinehunden. Und ich sage, wir sollten es ihnen heimzahlen. Ganz meine Meinung, sagte Henry Wu. Ricky und Millie hätten am liebsten geklatscht. Sie wollen eine Gäse, müsste der Nikotingehalt reduziert werden. Und damit ginge der Umsatz zurück. Ich glaube, dass Zigaretten Jacob Wood umgebracht haben. Und das wird keiner von ihnen bestreiten. Ich bin überzeugt, dass die Tabakkonzerne lügen und betrügen und die Konsumenten hinters Licht führen und alles tun, was in ihrer Macht steht, um Jugendliche zum Rauchen zu verführen. Sie sind eine Bande von skrupellosen Schweinehunden. Und ich sage, wir sollten es ihnen heimzahlen. Ganz meine Meinung, sagte Henry Wu. Ricky und Millie hätten am liebsten geklatscht. Sie wollen eine Geldstrafe? fragte Jerry ungläubig. Das Urteil ist sinnlos, wenn es nicht wehtut, Jerry. Die Geldstrafe muss gewaltig sein. Ein Urteil, das sich auf Schadenersatz beschränkt, bedeutet nur, dass wir nicht den Mut haben, die Tabakindustrie für ihre Sünden zu bestrafen. Wir müssen dafür sorgen, dass es wehtut, sagte Shine Royce, aber nur, weil er sich intelligent anhören wollte. Er hatte den Wagen gefunden, auf dem die Musik spielte. Lonnie sah Shine und Wu fassungslos an. Erzählte rasch. Sieben Stimmen für für Anklage. Sie können nicht über Geld reden, weil sie ihre Stimmen noch nicht beisammen haben. Sie stimmten noch einmal ab. Sieben für die Anklage, drei für die Verteidigung. Jerry und der Pudel hingen in der Luft, suchten aber nach einem Landeplatz. Dann brachte Mrs. Gladys Card die Rechnung ins Schwanken, indem sie sagte, ich möchte nicht für die Tabakkonzerne Stimmen, aber gleichzeitig widerstrebt es mir, sie lässt Woodall das Geld zukommen zu lassen. Wie viel Geld würden sie ihr geben? fragte Niklas. Sie war verwirrt und aufgeregt, ich weiß es einfach nicht, ich würde dafür stimmen, ihr etwas zu geben, aber also ich weiß es nicht. An wie viel denken sie? fragte Ricky den Obmann und im Zimmer wurde es abermals still. Eine Milliarde sagte Niklas. Als Willis mit der Nachricht, dass die Jury zu einem Urteil gelangt sei, bei Richter Harkin erschien, übergab er ihm auch einen zusammengefalteten Zettel. Die Nachricht lautete, Richter Harkin, könnten Sie veranlassen, dass ein Deputy mich aus dem Gericht eskortiert, sobald wir entlassen worden sind? Ich habe Angst. Ich werde es Ihnen später erklären. Niklas Easter. Seine Ehren erteilte einem vor seinem Amtszimmer wartenden Deputy die entsprechenden Anweisungen, dann machte er sich zielstrebig auf den Weg durch die Tür und in den Gerichtssaal, wo die Luft dick zu sein schien, verhangen und bangen. Die Anwälte, von denen sich die meisten in ihren nicht weit entfernten Büros aufgehalten hatten, eilten den Mittelgang entlang und begaben sich auf ihrer Plätze, alle nervös und das Äußerste gespannt. Zuschauer kehrten zurück. Es war kurz vor 8 Uhr abends. Mir ist mitgeteilt worden, dass die Jury zu einem Urteil gelangt ist, sagte Haken laut in sein Mikrofon und er konnte die Anwälte zittern sehen. Bitte bringen Sie die Geschworenen herein. Sie erschienen mit ernsten Gesichtern wie alle Geschworenen in einer solchen Situation. Ungeachtet dessen, welche gute Nachricht sie der einen oder der anderen Seite bringen und ungeachtet dessen, wie einig sie sich sind, ihre Augen sind immer niedergeschlagen, was beide Seiten veranlasst, in sich zusammen zu sacken und mit dem Schmieden von Plänen für die Berufung anzufangen. Lodell nahm das Formular von Niklas entgegen und händigte es seinen Ehren aus, der es irgendwie schaffte, es zu überprüfen, ohne eine Mine zu verziehen. Er gab auch nicht den leisesten Hinweis auf die niederschmetternde Nachricht, die er in der Hand hielt. Das Urteil war ein unvorstellbarer Schock für ihn. Aber verfahrensrechtlich konnte er nichts dagegen tun. Formell war alles in Ordnung. Später wurde es Anträge auf Reduzierung geben, aber im Moment trug ja Handschellen. Er faltete das Formular zusammen und gab es Ludell zurück, die damit zu Niklas ging. Er erhob sich und war zur Verkündung bereit. Obmann, verlesen sie das Urteil. Niklas entfaltete sein Meisterwerk, räusperte sich, sah sich rasch um, um festzustellen, ob Fitch im Saal war, und als er ihn nicht entdecken konnte, las er, wir, die Geschworenen, entscheiden zugunsten der Klägerin Celeste Wood und erkennen auf Schadenersatz und Höhe von 2 Millionen Dollar. Das allein war schon ein Präzedenzfall. Wendell Raw und seine Truppe von Prozessanwälten stießen einen gewaltigen Erleichterungsseufzer aus. Sie hatten gerade Geschichte gemacht. Und wir, die Geschworenen, entscheiden zugunsten der Klägerin Celeste Wood und erkennen auf eine Geldstrafe in Höhe von 400 Millionen Dollar. Das war der Kompromiss, zu dem sich die Jury auf Niklas Forderung von einer Milliarde Dollar bereitgefunden hatte. Cable sackte zusammen, als hätte ihm jemand in den Bauch geschossen. Seine Kollegen starrten die geschworenen offenen Mundes an. Die Luft strömte aus ihren Lungen, ihre Augen wurden zu ungläubigen Schlitzen. Von irgendeinem der Verteidigungsanwält dem zweiten Glied hinter Cable war ein Oh mein Gott zu hören. Raw ließ sämtliche Zähne sehen, als er rasch seinen Arm um Celeste Wood legte, die angefangen hatte zu weinen. Die anderen Prozessanwälte Oh, das Hochgefühl des Sieges. Die Aussicht, sich 40% dieses Urteils teilen zu können. Niklas setzte sich und tätschelte Lauren Dukes Bein. Es war vorüber. Endlich vorüber. Richter Haken war plötzlich ganz Geschäftigkeit, als wäre dies nur ein Urteil unter vielen. Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zur Bestätigung. Das bedeutet, dass ich jeden von Ihnen einzeln fragen werde, ob er diesem Urteil seine Stimme gegeben hat. Ich beginne mit Mrs. Lauren Duke. Bitte erklären Sie laut und deutlich fürs Protokoll, ob Sie für dieses Urteil gestimmt haben oder nicht. Das habe ich, sagte sie stolz. Einige der Anwälte machten sich Notizen. Andere starten einfach ans leere. Mr. Easter, haben Sie für dieses Urteil gestimmt? Ja, das habe ich. Mrs. Dupre. Ja, Sir, ich habe es getan. Mr. Savelle. Nein, ich habe nicht dafür gestimmt. Mr. Royce, haben Sie dafür gestimmt? Ja, ich habe es getan. Mrs. Wees, ich habe es getan. Mr. Wu, ich habe es getan. Mr. Lonnie Shaver. Lonnie erhob sich ein wenig und sagte so laut, dass alle Welt es hören konnte. Nein, Sir, euer Ehren, ich habe nicht für dieses Urteil gestimmt und ich bin absolut nicht damit einverstanden. Danke. Mrs. Ricky Coleman, haben Sie für dieses Urteil gestimmt? Ja, Sir. Mrs. Gladys Card? Nein, Sir. Plötzlich flackerte für Cable, Pynex, Fitch und die gesamte Tabakindustrie ein Fünkchen Hoffnung auf. Drei Geschworene hatten sich bisher gegen das Urteil ausgesprochen. Nur noch einer und die Jury wurde zu weiteren Beratungen zurückgeschickt werden. Jeder Prozessanwalt konnte Geschichten von Juries erzählen, deren Urteile sich in nichts auflösten, nachdem sie verkündet worden waren und die namentliche Befragung stattfand. Vor Gericht, unter den Augen von Anwälten und Mandanten hörte sich ein Urteil ganz anders an als nur Minuten Aber die magere Aussicht auf ein Wunder wurde vom Pudel und von Jerry in den Boden gestampft. Beide bestätigten das Urteil. Sieht so aus, als wäre das Urteil mit neun gegen drei Stimmen gefällt worden, sagte seine Ehren. Dann dankte er ausschweifend der Jury. Sie versammelten sich im geschworenen Zimmer, um Bücher, Zeitschriften und Strickbeutel einzusammeln. Niklas war nicht nach Geplauder zur Mute. Ohne ein Wort zu irgendeiner der Personen, mit denen er die letzten vier Wochen verbracht hatte, schlüpfte er zur Tür hinaus, verließ das Gericht durch den Hinterausgang, wo der Sheriff selbst am Steuer seines großen braunen Forts wartete. Der Richter hat gesagt, Sie braucht ein bisschen Hilfe, sagte der Sheriff. Ja, fahren Sie auf der 49 Richtung Norden. Ich sage Ihnen, wo wir hin müssen und vergewissern Sie sich, dass uns niemand folgt. Okay, wer sollte Ihnen folgen wollen? Böse Buben. Niklas warf einen letzten Blick auf das Fenster des geschworenen Zimmers im ersten Stock. Er sah Millie von der Talie aufwärts, die gerade Ricky Coleman umarmte. Haben Sie nicht noch Sachen im Motel? fragte der Sheriff. Vergessen Sheriff erteilte über Funk zwei Wagen die Anweisung hinter ihm herzufahren und sich zu vergewissern, dass sie nicht verfolgt wurden. Zwanzig Minuten später, als sie durch Gulfport fuhren, begann Niklas dem Sheriff den Weg zu erklären und der Sheriff hielt schließlich an einer großen Wohnanlage nördlich der Stadt an. Niklas dankte ihm und stieg aus. Sie sind sicher, dass Ihnen hier nichts mehr passieren kann, fragte der Sheriff, ganz sicher. Ich wohne hier bei Freunden, vielen Dank. Niklas verschwand in der Dunkelheit und beobachtete um eine Ecke herum, wie der Streifenwagen verschwand. Dann wartete er in einer Position, von der aus er alle Fahrzeuge sehen konnte, die zu der Wohnanlage fuhren oder sie verließen. Er sah nichts Verdächtiges. Sein Fluchtfahrzeug war brandneu, ein Mietwagen, den Marley zwei Tage zuvor hier abgestellt hatte. Einer von dreien, die jetzt verlassen auf unterschiedlichen Parkplätzen in den Außenbezirken von Biloxi standen. Er brachte die 90-minütige Fahrt nach Hattesburg, während er ständig in den Rückspiegel schaute, unbehelligt hinter sich. Der Lear wartete auf dem Flughafen von Hattesburg. Niklas schloss die Schlüssel im Wagen ein und betrat gelassen die kleine Abflughalle. Irgendwann nach Mitternacht erwartete Marley ihn an der Gepäck Ausgabe in Georgetown. Hast du es schon gehört? fragte er. Sie gingen hinaus in die feuchtwarme Luft. Ja, auf CNN ist von nichts anderem die Rede, sagte sie. War das das Beste, was du zustande bringen konntest? fragte sie lachend. Und sie küssten sich abermals. Sie hielten zu Gesicht bekam. Sie mussten damit rechnen, dass die Behörden später Fragen stellten und je weniger Markus wusste, desto besser. Marley meldete sich um Punkt 9 Uhr bei der Empfangsdame der Royal Swiss Trust und wurde nach oben begleitet, wo Markus mit vielen Fragen wartete, die er nicht stellen konnte. Er bestellte Kaffee, dann schloss er seine Tür. Der Leerverkauf von Pinex scheint ein gutes Geschäft gewesen zu sein, sagte er über sein eigenes Understatement lächelnd. Es sieht so aus, sagte sie. Wann öffnet die Börse? Gute Frage, ich habe mit New Yorker seinem Bett nicht von ihm dorthin gelegt worden war. Er hatte keine Besucher gehabt. Mogul wurde nirgends in der Nähe des Motels verkauft. Die den Prozess umgebenden Geheimnisse schlugen täglich höhere Wellen. Die New Yorker Anwälte hatten keine Ahnung von dem Handel mit Marley und wurden auch nie davon erfahren. Cable hatte einen Antrag ausgearbeitet und war fast bereit, ihn bei Gericht einzureichen, indem er um die Erlaubnis nachsuchte, die Geschworenen zu vernehmen, eine Idee, die Richter Harkin zu gefallen schien. Wie sollten sie sonst herausfinden, was da drinnen vorgegangen war? Vor allem Lonnie Shaver brannte darauf, alles zu erzählen. Er hatte seine Beförderung erhalten und war bereit, die amerikanische Geschäftswelt zu verteidigen. Es gab Hoffnung für das weitere Vorgehen. Das Berufungsverfahren wurde lang und mühselig sein. Was Raw und die Gruppe von Prozessanwälten anging, die ihr Geld beigesteuert hatten, so war die Zukunft voll grenzenloser Möglichkeiten. Ein paar Leute wurden abgestellt, um die Flut von Anrufen anderer Anwälte und potenzielle Opfer entgegenzunehmen. Eine Hotline wurde eingerichtet, Gruppenklagen wurden erwogen. Sechs Wochen nachdem er Biloxi verlassen hatte, saß Fitch allein beim Lunch in einem winzigen indischen Restaurant in der Nähe des Dupont Circle in Washington. Er hatte einen Teller scharf gewürzte Suppe vor sich stehen und war nach wie vor im Mantel, weil es draußen schneite und drinnen auch nicht warm war. Sie tauchte aus dem Nirgendwo auf. Es schien einfach wie ein Engel. Genau wie damals auf der Dachterrasse des St. St. Regis in New Orleans vor mehr als zwei Monaten. High Fitch sagte sie und er ließ seinen Löffel fallen. Er schaute sich in dem dunklen Restaurant um und sah nichts außer einer kleinen Gruppe von Indern, die verdampfenden Schüsseln saßen. Im Umkreis von zwölf Metern war kein englisches Wort zu hören. Was tun sie hier? fragte er ohne die Lippen zu bewegen. Ihr Gesicht wurde vom Pelz ihres Mantels eingerahmt. Er erinnerte sich wieder, wie hübsch sie war. Das Haar schien noch kürzer zu sein. Bin nur vorbeigekommen, um Hallo zu sagen. Sie haben es gesagt. Und das Geld geht jetzt, während wir miteinander sprechen, an sie zurück. Ich habe veranlasst, dass es auf ihr Konto bei der Hanva auf den niederländischen Antillen überwiesen wird. Die ganzen zehn Millionen, Fitsch. Darauf fiel ihm keine rasche Antwort ein. Er betrachtete das reizende Gesicht des einzigen Menschen, der ihn je geschlagen hatte. Und sie gab ihm immer noch Rätsel auf. Wie nett von ihnen, sagte er. Ich hatte überlegt, es zu verschenken, an ein paar dieser Anti-Raucher-Gruppen, aber wir haben uns dagegen entschieden. Wir? Wie geht es Niklas? Ihm geht es gut. Sie sind also zusammen? Natürlich. Ich dachte, sie hätten vielleicht das Geld kassiert und wären dann vor allen Leuten davongelaufen. Auch vor ihm. Da kennen sie mich aber schlecht, Fitsch. Ich will das Geld nicht. Großartig. Dann geben sie es der American Lung Association. Es ist nicht mein Typ von Wohlfahrtseinrichtung. Weshalb geben sie das Geld zurück? Es gehört mir nicht. Also haben sie zu Ethik und Moral gefunden, vielleicht sogar zu Gott. Sparen sie sich die Sprüche, Fitsch. Sie klingen ziemlich hohl, zumal aus ihrem Mund. Ich hatte nie vor, das Geld zu behalten. Ich wollte es mir nur ausleihen. Sagen sie Fitsch, haben sie Gabriel gefunden? Ja, was haben wir? Und haben sie ihre Eltern gefunden? Wir wissen, was aus ihnen geworden ist. Verstehen sie jetzt Fitsch? Es macht mehr Sinn, ja. Sagen sie, wann haben sie diesen Plan ausgeheckt? fragte er, endlich wieder einen Löffel Suppe zum Mund führend. Auf dem College. Ich habe Finanzwissenschaft studiert, dachte an Jura, dann bin ich eine Weile mit einem Jurastudenten gegangen und hörte Geschichten über Tabakprozesse. Die Idee nahm Form an. Ein toller Plan. Danke Fitsch. Aus ihrem Mund ist das ein Kompliment. Sie zupft an ihren Handschuhen, als wollte sie gehen. Wollte nur Hallo sagen, Fitsch, und sicherstellen, dass sie wissen, warum es so gekommen ist. Sind sie fertig mit uns? Nein. Wir werden die Berufung genau verfolgen. Und wenn ihre Anwälte beim Attackieren des Urteils zu weit gehen, dann habe ich Kopien der Kabelüberweisungen. Seien sie vorsichtig, Fitsch. Wir sind ziemlich stolz auf dieses Urteil. Und wir werden auch in Zukunft genau aufpassen. Sie stand an der Tischkante. Und nicht vergessen, Fitsch, wenn ihre Leute das nächste Mal vor Gericht ziehen, werden wir da sein.